hallo na bist du bereit habe ich dich zu lange warten lassen das ist schon gar nicht mehr was du mit deinen zuschauern reden sollst tut mir so leid ich hab den grad ich hab den grad pokémon erklärt das war ja das wo sie die sieben bälle suchen müssen die sieben poké bälle die sieben den drachen aus dem großen kreisel beschwören wollen mit dem namen scharingan korrekt und darfst auch nicht vergessen dass tausende von in der wie heißt es schau ich weiß schon selber nicht mehr sesam öffne dich ist auch kommt auch irgendwo vor ich habe nur die stelle nicht verstanden wo er es ins death note geschrieben hat aber das ist ja egal das kann ich dir erklären es ist dafür da dass wenn der gegner zu stark ist dann killst du einfach den trainer ich habe mir gedacht es gibt dieses ich weiß nicht ob das schon geht aus gibt dieses feature von twitch wo man den chat vereinen kann oder wo man quasi ich weiß nicht ob das in deutschland schon geht ob man also man man fusioniert quasi die stream ja ja dieses scherz chat aber ich wüsste jetzt auch nicht wie das funktioniert ich glaube das ist dieser dieser grüne wenn man auf twitch geht ist jetzt neben meinem und deinem namen so ein grünes symbol und wenn man da drauf klickt dann joint man irgendwie sich gegeneinander so in sich rein ist das so aber du hast das symbol gar nicht anscheinend ist bin ich nicht auf deiner favorite liste aber ich kann dich anklopfen kannst du das der pappnase hat einfach gesagt keiner darf mich anklopfen jetzt gemeinsam stream ja geklein accept request accepted oh dann geht aber so und dann geht so und oh gott open stream together ja ich glaube das ist das problem wir müssen dann nicht über disco sondern über twitch das machen und das kann man das einfach ignorieren so ich habe jetzt gemeinsamer chat angeschaltet blockieren okay got it gemeinsamer chat 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 ist on aber wahrscheinlich nicht über chat erino oh mein gott so viele menschen dessen name ich nicht kenne erstmal alle begrüßen hallo kapunga also bei mir funktioniert ich lese jetzt beide chats und bin mächtig verwirrt ich auch nur ist das der twitch chat wo die schrift so klein ist dass ich sie nicht lesen kann das liegt daran dass du alt bist jetzt aber ich kann auch die schrift größer machen oder wir lassen das einfach und wir bleiben sehr gated jetzt habe ich schon eingestellt jetzt sehe ich schon beide chats ja das war ein klopf knopfdruck ja also ich bin ich bin professionell ich alles eingestellt ich lese jetzt beide chats hallo ich auch ihr solltet euch jetzt gegenseitig sehen und vor den vor euren namen ist ein symbol von unserem profil bild ach ja ich sehe es ja also ihr seid immer noch segregated was in der in der geschichte der der vergangenheit sich als sehr gut erwiesen hat deswegen wir wollen hier sicher gehen dass wir wissen wer wohin gehört wer nix sagt befürwortet okay ja ja dann ich stimme schweigen dann machen wir jetzt das mit dieser virtuellen kamera und schauen mal ob alles kaputt geht jetzt genau das war das war der plan ich switch mal rüber auf game so das sieht schon mal gut aus virtuelle kamera starten wir sind nämlich vorbereitet wissen professionelle streamer drei stunden im discord gesessen und das richtig eingestellt hier drei stunden genauer gesagt habe ich ihm gesagt was er machen soll das korrekt so kann man es eigentlich nennen ja so jetzt musst du noch irgendwas machen weil das sieht ja gerade wie kraut und rüben aus also bei mir ist gut aus ich weiß nicht was was ist dein bild der macht gleich noch was der nase ich weiß warum okay sorry ich habe dich nicht mich nicht klein gemacht ich hab ein echo warum habe ich jetzt ein echo hört ihr bei mir ein echo bei mir bei wem ist nase doppelt das ist jetzt das problem wir wissen nicht wir reden und nein aber jemand von dir das gesagt oder nase echo mit deinem logo ja bei mir ist bei mir ist technisch alles perfekt mensch ja natürlich ist es jetzt weg das echo das nasen echo ist weg ich bin doch bin doch ein professioneller profi machen wir auch mal hört ihr auch nur mein spiel aber warum solltet ihr sein spiel haben naja weil ich mein spiel gerade noch gemutet hat ja wo du überträgst ja mal im spiel reingehen wie gesagt wir sind professionell vorbereitet wir sind tatsächlich professionell vorbereitet wir haben auch wir haben sogar tracker und und pngs die wir einfügen können und und zeigen können was für pokémon wir haben dann guckt mal ihr seht bei beiden streams beide streams ihr müsst euch noch nicht mal aussuchen wen ihr guckt mich mich bei mir ist die qualität besser nein ist sie nicht spielt ihr rando wir spielen so ich glaube wir sagen gleich mal was geplant ist genau erklärt du noch mal ich habe es vorhin erklärt allerdings mit fehlern um damit die zuschauer jetzt merken ob die aufgepasst okay weil ich habe ja vorhin auch zu dir gesagt dass es ein paar sachen sind die du vielleicht noch gar nicht weißt die wir machen müssen als souls link nass log also wir spielen hier heute eine und vielleicht auch noch weitere streams natürlich je nachdem wie das läuft wir machen eine souls links link souls link nass log das heißt wir beide spielen eine nass log auf unseren spielen jeweils nur als verbundene mit verbundenen seelen erst meine nass log ist dass du das spiel durchspielen musst und auf jeder route darfst du nur das allererste pokémon fangen das dir begegnet und wenn du das nicht schaffst zu fangen darfst du auf der route zum beispiel kein pokémon mehr fangen zusätzlich wenn ein pokémon k.o. geht muss das für immer k.o. bleiben friedhof freilassen was auch immer du darfst nie wieder benutzen wer stirbt stirbt wenn also alle pokémon in einem kampf down gehen ist der run vorbei wir sind alle tot zusätzlich das wird das gefällt mir auch nicht so und es wird die auch nicht so gefallen aber wir müssen das glaube ich machen eine regel ist dass jedes pokémon das man fängt bekommt einen spitznamen und ich kack da normalerweise auch drauf aber nass logs ist das macht man das um die bindung zum pokémon zu stärken so aber da scheiße ich auch drauf weil pokémon sind werkzeuge und cringe nein die aber wir sollten das machen um zu wissen welche pokémon gelingt sind das stimmt ja denn bei einem das wäre sinnvoll bei einem soul link also wenn wir jetzt beide auf der ersten route sind fangen wir beide ein pokémon und die pokémon die wir auf einer route gemeinsam fangen oder jeweils in seinem spiel die sind gelingt das heißt wenn ich dann mein knofenser drauf gehen lasse dann muss auch sein muschas sterben weil die verbunden sind deswegen der übersichtshalber in unserem layout würde man das sehen weil die dann auf einer ebene sind aber damit wir auch nicht durcheinander kommen wäre es vielleicht gut wenn wir dem einfach einen spitznamen geben wie keine ahnung irgendwas degradierendes abc de oder so was ja wenn ich würde schon sagen wir nehmen zuschauernamen das ist so so ein streamer bist du okay ja natürlich dass auch gleich die zuschauer bindung zu den werkzeugen aber wie wählst du aus welcher zuschauer dieses unglaubliche recht also wer bekommt dieses recht diese diese also ich nehme immer immer der der grad halt schreibt also wer zuerst kommt wer das beste internet hat gewinnt genau okay dann dann machen wir das so und dann heißen beide unsere pokémon wie eins ein zuschauer genau so die andere sache die du vielleicht noch nicht weißt damit das ganze ein bisschen kunterbunter ist muss man bei einer soul link die pokémon die man gemeinsam fängt jeweils dürfen nicht den gleichen typen haben das heißt ich wenn jetzt auf route eins ein knuffenser fange was pflanze gift ist und du findest ein keine ahnung dieser sam dann ist das auch pflanze und dann müssen dürfen müssen wir komplett neu was suchen also ich darf nicht das knuffenser behalten du darfst dieser sammlich wir müssen dann sofort noch mal neu suchen weil wir sonst zu ähnliche spieldurchgänge hätten ja auch sonst langweilig klar verstehe ich das wird wahrscheinlich aber sowieso nicht passieren da wir einen randomizer auch spielen weil wenn das spiel normal wäre finde ich persönlich das immer ein bisschen langweilig weil die spiele kennt man inzwischen dass beide spiele als ich spiel hard gold nase spiel soll silber beide spiele sind randomized die sind unterschiedliche spiele es ist nicht der gleiche sieht sind zwei verschiedene randomized aber es ist nicht schlimm randomized es ist nur ein bisschen randomized im sinne von die stärke die die pokémon hätten in diesem gebiet behalten die also es wird jetzt im ersten gebiet kein mutuo auftauchen aber halt dementsprechend die pokémon die ähnlich sind nur halt ganz andere das behauptest du so einfach ich meine es kann auch ein super schwaches mutuo auftauchen ich weiß nicht wie das geregelt wird aber es sollte nicht so sein dass wir auf der ersten route direkt ein ho auf finden sie sollten alle und gegner auch gegner sind auch gerandomized die haben auch ähnlich starke pokémon frage ich erinnere mich an pokémon das heißt ninjatom das ist gen 3 ja genau aber interessant dass du das sagst dass du das weißt also ich bin doch expert ich weiß tatsächlich gar nicht was für pokémon vorkommen bei soul silver und hard gold weil wir spielen hier gen 4 das sind remakes von gen 2 aber ninjatom ist gen 3 deswegen ich weiß nicht ob ninjatom überhaupt in unserem spieldurchgang vorkommt aber der randomizer hat extra eine einstellung dass das nicht passiert was du beschrieben hast kein gegner wird ein ninjatom mit wondergard haben ja genau ich habe das ich habe das letztes mal eingestellt und unsere dritte oder vierte arena war eine arena leiter der nur ninjatom ja das kannst du halt dann nicht besiegen aber anscheinend sobald es möglich ist ninjatom zu besiegen kommt es auch vor aber halt nicht am anfang das schauen wir mal nicht am anfang sagen alle ok jetzt eigentlich zur lautstärke bin ich laut genug ist nase laut genug für euch jeweils und sowas wollte ich auch gerade fragen passt das alles ich kann noch lauter machen wir müssten halt was sagen damit man ist vielleicht also findest du leise er ich habe gerade schon lauter gemacht aber erst so ruhig ich bin gar nicht ruhig ich bin die ganze zeit am reden 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 und drehen leo etwas lauter als nase das sagt jemand bei dir leo etwas lauter als nase es könnte gut sein ist das apfelmus dies das ich sehe einen grafik fehler bei dir hast du die fehler weg gekriegt nee nee ich habe jetzt nicht mehr geupdatet weil ich sehe bei dir die punkte ja die schwarzen punkte die gehören aber zur optik das war damals bei 3d so ok ok also wenn ihr das ja schaut nur nach links wenn ihr das unveränderte erlebnis haben wollt ja du musst mich ein bisschen führen weil ich habe halt ewig kein pokémon mehr gespielt ja ich habe tatsächlich auch ich weiß schocker ich habe noch nie so silvon hat gold gespielt aber ich kenne gen 2 auswendig und das ist 1 zu 1 das remake beide unvorbereitet nee das ist 1 zu 1 das remake ist 1 zu 1 zum original außer dass vielleicht ninja tom im ersten in der ersten arena kommt moment das ist randomized das heißt es kann wirklich ninja tom kommen ist ja vollkommen egal wann die kobe es kann ja alles sein okay start so muss ich hier noch irgendwas einstellen eigentlich steuerung oder so ich meine es kann sein dass du ab und zu den touchscreen benutzen musst ich glaube aber nicht manchmal kann ja irgendwo noch die textgeschwindigkeit einstellen manchmal zwingt dich das spiel dazu so ich habe den controller nach dem spiel gestartet ich muss meinen emulator neu starten ich habe alles verstanden rein da ist denn hier im chat sind also in meinem chat sind ganz viele leute die ganze zeit besser wissersagen werden ihr wisst aber schon dass dies und das wir dahin müssen und da geht es schneller und ihr könnt übrigens dort also ich freue mich die badges sind ja sogar auf dem kanal angepasst echt das heißt ihr seht ach keine ahnung ihr seid fusioniert ihr seid eins du meinst du musst die original hardware werden ich kann nicht die original hardware neu starten weil ein randomizer auf original hardware zu spielen ist ein bisschen schwierig aber es geht hätte ich geschätzt das hast du auch du hast irgendeinen ds wo du randos drauf spielen kannst ja ich könnte tatsächlich könnte ich es machen ja aber dann könnte ich nicht einfach vorspulen haha und in die nase überholen hey das ist schon hart schmuggeln äh äh ich werde nicht vorspulen wir werden alles kämpfen sind wir ein boy oder ein grill sind wir boy oder ein grill ich kann gern girl sein wenn du unbedingt ein boy sein willst ja ich lass mal den chat entscheiden kann ich überhaupt zurück ich glaube ich muss erstmal so viel interaktion bleiben ich sollte doch beim nase zuschauen da ist viel mehr interaktion dann bin ich ein boy damit wir damit jeder weiß wer wo zuschaut hast du machen wir alles in caps lock oder in gemischt da gibt es auch reddit threads komplett durch ich mache das immer in caps lock weil sonst muss ich ja umschalten ich auch weil es ist voll old school retro und ich liebe meinen namen weil der drei buchstaben hat damals war das sehr hilfreich sonst habe ich natürlich keinen passenden namen für den grill ne nenn ihn doch nenn ihn nase ich meine nase ist neutral ist also nase nasine vaseline naseline oh junge ein eigenes abenteuer aber willst du das spiel jetzt durchstehen so richtig von wegen oh story oh was wird wohl passieren ja natürlich wir lesen jeden npc vor leo jeden einzelnen ich meine ich ich spreche ich spreche die männlichen charaktere und du sprichst die weiblichen charaktere aber ich kann so einen guten opa ja ja ach die jugend von heute so du musst jetzt die treppe runter gehen damit du ja ich würde also ja moment ich würde kann ich jetzt noch nicht aufmachen du kannst du kannst du jetzt schon um direkt einen vorteil zu kriegen die textgeschwindigkeit auf drei stellen ja das hätte ich gerne gemacht aber ich kriegst optionsmenü nicht auf also musst du gemappt haben auf irgendeine taste wie wie gesagt profis am werk die vorbereitet sind also ich mache mir animationen an ja kampf ist jetzt ist noch die frage wie hart wollen wir es uns machen aber wir sind beide ich bin tatsächlich auch wenn ich pokémon content mache ich habe nicht so viel ahnung von kämpfen aber um es uns noch ein bisschen härter zu machen wäre den kampfstil auf folge zu stellen das heißt du wirst bei einem pokémon wechsel nicht gefragt ob du auch wechseln willst auf gar keinen fall das ist ja furchtbar also du willst wechseln ich werde okay du willst wechseln wer spielt denn mit folge alle ich ich spiele mit folge weil es nervt immer nachgefragt zu werden so willst du wechseln nein lass mich jetzt zerstören okay also machen wir nicht folgen spielst du mit animationen an und aus ja ich will sich schöne animationen anschauen oder okay ja kampfstil lass ich auf tausch das passt mein schönes rahmmotiv oh das ist schön übrigens wenn man ein shiny findet dann darf man das auf jeden fall fangen und mitnehmen 1 zu 8000 ja also easy peasy machbar das kann immer passieren ich spiel mit folge ich spiele auch mit folge sehr gern der soul silver hat einen schönen soundtrack der soundtrack ist ein banger so jetzt kommt unser allererster der eigentlich fast einer der wichtigsten momente das spiel ist randomized welchen starter kriegen wir also du kannst natürlich drei aussuchen und unsere beiden spiele sind komplett randomized das heißt du hast drei andere als ich also wir haben sechs verschiedene pokémon jetzt und zwei werden jetzt direkt miteinander gebunden und wir müssen welche aussuchen die nicht den gleichen typen haben ring ring ich habe ein bisschen angst dass es drei karpadors sind ich meine ihr könnt jetzt schon hart sein und einfach sagen wir müssen eine gewisse zahl nehmen verox ich kenne mich tatsächlich mit pokémon besser aus als man denkt zumindest mit den ersten beiden generation das merkt man daran dass er pokémon sagt ich hab dich auch lieb okay was hast du was hast du zeig mal drück ja drück a berühre die bälle um nacht zu sehen musst du nicht musst du nicht oh guck mal ein flemmlich hey du hast einen starter oh gott ich habe angst aber das kann nicht sein pichu pichu kleinstein kleinstein ich habe elikid azuril und bis das ich habe auch einen starter du hast auch einen starter was sind das und das sind auch entwickeln sich die pokémon auch randomized nee das habe ich nicht angemacht das wäre ein bisschen okay also das ist lustig aber vielleicht für uns jetzt zu krass ich tendiere ja zu pichu aber pichu hat wie also ist halt schnell tot ne pichu hat vor allem freundschaftsentwicklung das heißt es dauert ein bisschen bis es zu einem pikachu wird oh aber pichu du kannst pichu nehmen hey ich meine es geht ja um nix außer um ehre und ehre also ich finde halt dieser sam und flemmlich zu nehmen wäre ein bisschen lame weil das sind starter azuril vor allem ich mag tatsächlich logok nicht so gerne ich kann so eine krasse interessante geschichte zu logok erzählen aber später es ist funfake also ich kenne die zu pichu azuril kann ich nicht nehmen weil azuril hat kann nur platzscher auf level 5 jetzt bist du aber ein bisschen jetzt bist du aber also schränke ich aber an mit verzweifler geht das schon das heißt wenn du pichu nimmst kann ich nicht eliquid nehmen ach so wegen deiner regel das ist nicht meine regel das sind die internationalen soul link regeln abgestimmt von den aber die regeln hat sich doch nur eine ausgedacht ja der rat der soul linker mhm baby run schau da schreit schon jemand baby run ach so baby run im sinne wir nehmen nur babies eliquid und pichu sind babies ja also ich kann also dann kann ich nicht eliquid nehmen aber ich will auch nicht azuril nehmen weil das verreckt mir sofort weil es nur platzscher kann das heißt der kleinstein kriege ich halt nicht komplett entwickelt ist halt langweilig ja das ist blöd außer wir kriegen es irgendwie hinzutauschen aber ne soll ich echt bisasam nehmen aber bisasam ist halt auch schon echt stark aber das wollen wir ich nehme bisasam oh gott ich werde auf der ersten route verrecken aber wenn du pichu nimmst dir ist bewusst wenn du pichu nimmst musst du freundschaftsentwicklung machen ja kenne ich mich mit aus weiß ich kenne ich aber freundschaftsentwicklung es darf eh nicht sterben okay du weißt was freundschaftsentwicklung bedeutet natürlich nicht let's go wir haben ein pichu wir werden einfach in 10 minuten resetten wenn wir gegen den zu spielen wir werden einfach du entscheidest ich entscheide wer als erstes es sagt irgendjemand muss hier oder ich oder oder niemand will schauen niemand will ein pichu sein so du hast schon Lichtdra passt das überhaupt Lichtdrach Lichtdrach das ist schon okay jetzt müssen wir aber ganz schnell noch das png einsetzen das muss alles richtig sein ach so ja wir haben ja layout das muss man wissen Lichtdrach schaut an wie er wie er komische das war die falsche tastatur da musst du echt aufpassen wenn du auf einmal deinen spielstand ladest anstatt ihn zu speichern oh da muss ich mich konzentrieren das wird gar kein Problem sein mach die einfach gar nicht ich hab die gar nicht äh aktiv die hot keys lichtdra damit soll ich die tastatur einfach ausschalten dass wir vielleicht das machst du jetzt doch controller ähm ja ja ich spiel mit controller ja okay also ich hab dieser sah wir bereiten das jetzt riesig krass vor und du stirbst einfach gegen den ersten Rivalenkampf warum sind denn die Bilder so klein von pichu weil das originalgröße von hgss ist och dann nehm ich dann nehm ich aber das hier was aus welchem spiel nimmst du jetzt ich nehm das was was links oben angezeigt wird einfach das fette das ist das von home okay dann nehmen wir die home sprites wir haben es gleich wir haben es gleich die sind schon hässlich die home sprites teilweise eben also ich hätte ich ich würde einfach die ich würde einfach die hgss sprites nehmen auch wenn sie verpixelt sind aber das ist ja die sind ja verpixelt wir nehmen einfach jedes mal ein anderes spiel sodass es komplett hässlich ist ja ich bin ja immer noch der meinung ich bin ja immer noch der meinung dass pokémon nie zu 3d hätte wechseln dürfen da bin ich ein großer freund von dieser einstellung weil ich mag es auch nicht und vor allem hätten sie nie open world werden sollen aber die spiele hast ja nicht mal gespielt pokémon braucht kein open world kein spiel braucht open world open world macht nicht das sag ich zu dem einen der gothic und rpg spieler schlechthin open world ness macht spiele dich besser auch gothic schon es wird niemandem schaden zwischendrin ladebildschirme zu haben wenn dafür andere sachen wenn dafür sachen wenn dafür sachen besser sind wenn dafür sachen besser sind wenn dafür diese diskussion willst du nicht mit mir führen so äh weißt du wo wir jetzt hin müssen wir müssen zurück zu unserer mutter denn jetzt kriegen wir das beste item kann man die nicht wieder in den alten editionen ignorieren ne vor allem wenn wir das telefon kriegen wird die uns die ganze zeit anrufen oh junge telefonieren aber das schöne ist die pokémon laufen hier uns hinterher ja das ist halt auch so geil wir haben ein niedliches lichtrache im schlepptau hier wir kriegen jetzt das telefon eben da 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 ich muss noch gucken äh patrick vielen dank für den follow und silva vielen dank für auch den follow und red jäger dankeschön für 37 monate dankeschön ok aber deine sub sehe ich nicht mehr dass sie mir die anleitung vorliest oh scheiße das ist tatsächlich typisch pokémon du kannst b oder a drücken sie wird es dir trotzdem vorlesen wenn du sagst doch doch ich kenne das sagt sie ich glaube ich soll es dir doch mal sagen ok dann gehen wir mal auf die erste route und ich werde dann aus den latschen gefegt oder also wir dürfen jetzt erstmal nichts fangen weil wir können noch nichts fangen aber wir sehen schon mal was wir später kriegen könnten was ist unser ziel das spiel durchspielen in einem in einem schwupps ja wobei du willst ja kanto mitmachen ne das gucken wir dann muss erstmal so weit kommen na ich bin visionär ich denke voraus die laufschuhe kriegen wir erst später gott willst du nicht fast forward machen also eneco ist schon mal wäre jetzt das erste was ich hier hätte eneco ist brauche ich jetzt nicht unbedingt später aber ich sammle xp oh ich habe ein schaloko ok schaloko ist interessant es wird halt zu einem schmetterling aber ist jetzt auch nicht unbedingt ist halt das netbo von gen 3 so ist jetzt auch nicht unbedingt das beste ja schon drei habe ich noch gespielt tatsächlich aber irgendwie wenig erinnerung davon behalten obwohl ich in in smaragd fast alle pokemon gefangen habe auf dem gameboy damals fast alle es sind aber einige in gen 3 ja ich habe gen 3 auch lange gespielt ich habe es letztens erst viermal durchgespielt also ich kenne gen 3 ganz gut trotzdem peinlich dass ich das hier nie gespielt habe ok zweiter encounter wäre hey ein ninkada das ist fast ein niniatom ey aber wenn du das kriegst wenn du das später kriegst dann ist das mit der richtigen taktik unbesiegbar ne also wenn das später dein erster encounter ist bei mir ist panikon was ist denn das ok ach stimmt äh den kader kann nicht verletzt werden durch donnerschock ne ich sollte aufpassen was ich mache warum ninkada ist einfach nur ein käfer steht da hat keine wirkung leute ist ninkada ein boden pokemon bin ich nicht ich werde niemals sagen dass ich experte bin aber herr ninkada ist doch ninkada ist ein boden pokemon was ok verboten panikon wird zur motto ja und schalocco wird zur pappinella wie bist du schon soweit ich brauche noch ich bin äh professioneller speedrunner ok dann schalte ich bei mir jetzt fast ein ey ich muss aufholen das ist kein schmogeln es passiert genau das gleiche im spiel es krabbelt am boden aber dann ninjask ist bitte nicht mehr boden weil das hat flügel ok gothic und pokemon verlangen quasi die gleichen skills ja man muss nur schnell sein ich würde behaupten dass pokemon ein bisschen komplexer ist als gothic jaja die skills die es benötigt um ein pokemon spiel zu spielen sind durchaus massiver m a s s i v grindest du jetzt eigentlich ein bisschen wie meinst du was grind ich also da wir ja noch nicht fangen fangen dürfen könnte man auf route 1 erstmal ein bisschen grind ich weiß nicht ob das erlaubt ist das ist glaube ich nicht erlaubt wie das ist nicht erlaubt ich glaube das ist nicht erlaubt ich glaube die regel ist so schnell es geht dahin zu kommen man muss ohne umwege zum pokoball fang tutorial kommen korrigiert mich aber ich bin mir ziemlich sicher das wäre ja viel zu einfach dann könntest du nämlich einfach den bisasamen auf level 100 bringen und dann rennen wir durch es gibt regeln ja das war mein plan genau gucken wir uns erstmal zu wie jetzt wir jetzt fünf stunden lang gegen level 2 pokémon grinden brauchst du oben nicht lang wir müssen zurück ich weiß noch ich hatte damals die vom schulfreund ganz ganz früh einen pokémon silber japan import so konnten wir das vor allen anderen spielen hübsch und wir haben aber halt nichts verstanden und wir kamen beim ersten arena orden nicht weiter oh ein flurmel eins meiner lieblings pokémon und wir kamen in der ersten stadt nicht weiter weil wir nicht gerafft haben dass wir zurück ins pokémon center müssen um das ei abzuholen ja und dann hatten wir halt ich wollte gerade sagen ist das so schlimm wenn man nichts versteht aber okay ja dann ist es echt schlimm wenn man nichts versteht man sollte auch jedes item aufnehmen falls es tränke sind und so oh ja flumel wäre krass wenn du das fangen dürftest sobald wir fangen dürfen weil flumel wird zu einem richtigen tank ja das macht richtig kravums er kennt sich aus wir haben eine chance ne items sind nicht randomized nur die pokémon und die gegner wobei ich es lustig gefunden hätte wenn auch noch die entwicklungen ähm gerandomized wären aber dann ist halt wirklich dann kannst du halt so krass pech haben dass du ein krasses mutue hast und auf einmal entwickelt sich's wobei du hast keine ahnung dann entwickelt sich's zu einem raub hier oder sowas oder andersrum natürlich aber ja so das können wir alles machen wenn wir profis sind hallo es sind profis jetzt lass erstmal den ersten rivalenkampf an uns vorbeigehen und dann darfst du es nochmal sagen was mache ich eigentlich wenn jetzt der rival in kleinstein hat dann greifst du an bei kleinstein achso hast du nur donner schock so keinen tackle oder sowas ich hab ruten schlag dann machst du ganz viel ruten schlag und hoffst dass irgendwann verzweifler kommt und killst es mit verzweifler mhm ich sehe schon unser plan ist richtig gut durchdacht ich überleg grad hast du ne der rivale ist der erste kampf wir haben noch kein zweites pokémon bis dahin das ist korrekt hops bros wäre sehr geil wenn ich das kriegen würde wenn ich fangen darf weil hops bros wird zu papapunga papapunga oh guck mal ein wildes pichu das ist alles viel zu einfach hier wobei ich krieg das hops bros nicht down weil es synthese kann ich glaub ich flüchte kein bock flüchtest du die ganze zeit ich bin bei vielen gegnern weil ich angst habe ich habe angst aber du brauchst ich weiß nicht aber flüchten glaube ich verändert nicht den also freundschaft kurz erklärt jedes pokémon hat einen freundschaftswert der geht von 0 bis 255 pokémon mit freundschaft entwickeln entwickeln sich im oberen 5% oder sowas das heißt du musst was das heißt du musst dieses pichu auf den fast maximalen freundschaftswert bekommen damit es zu pikachu wird und das passiert nur indem du mit ihm halt kämpfe gewinnst also wenn es ko gehen würde eben also es dauert halt länger als wenn es wenn du das flamly genommen hättest aber er wollte nicht das flamly weil er logok nicht mag auch wenn logok tatsächlich auch wenn logok das stärkste feuerstarter pokémon ist wenn nicht sogar das stärkste feuer pokémon ist das man haben kann aber er wollte nicht flamly nehmen ne flamly ist einfach so ne ok also logok ne also ich finde halt gen 3 ich finde gen 3 halt alle starter scheiße hydropi oder wie oder wie ja das entwickelt sich so einem komischen frontex ok das ist ein frons ja nee was sind das andere äh geckabor geckabor nein was wird zu diesem geilen gewalt Nee. Gen 3 hat... Ich mag die Starter nicht. Okay. Was ist denn dein Lieblingsstarter, Mr. Nasel? Oh, ist schwierig. Ist schwierig. Ist das schwierig? Was hat der Gen 4 nochmal für Starter? Ähm, Panflam. Shellast und Plinfa. Der Pinguin. Bei Gen 4 sind die meisten so, äh, ja. Äh, das sind meine Lieblinge. Ich hasse es gerade, dass ich keinen Kampf gewinne. Ich mag halt Turtok sehr gerne. Okay. Turtok ist halt cool. Also ich gehe jetzt von den Endentwicklungen immer aus. Okay, ich muss aufholen. Leute, wir boosten. Wir boosten durch. Ja, jetzt, jetzt, jetzt gehe ich halt in den Kampf rein. Ich habe keine Ahnung, ob er Kleinstein hat. Willst du nicht vorher nochmal kurz ins Pokémon Center gehen und deinen Pichu heilen? So AP auch und so. Wobei die AP heilen wäre blöd, wenn er Kleinstein hat. Aber die Chance, dass er jetzt ein reines Boden-Pokémon hat, ist, keine Ahnung, ausrechenbar. Eins zu 300. Fünf zu 300. Ja, und halt im Begator und so sind auch geil. Wobei, bei Gen 2 mag ich eigentlich die, die, die ersten Stufen der Entwicklung lieber. Okay, es geht los. Leute. Komm, der hat jetzt einen Raupi. Also er hat irgendwas Starter-Äquivalentes. Also es wird wahrscheinlich stärker als, stärker als ein Raupi sein. Gott, kämpft der jetzt echt gegen diesen Roland? Wie nennen die den eigentlich im Spiel hier? Man weiß es noch nicht. Von Passant, Junge. Oh, er ist Flemly. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Stimmt, er wählt ja eins von den dreien, die in dem Ding sind. Stimmt. Genau, deswegen ja Kleinstein. Achso, du hattest, achso. Gott, die Angst war ja richtig berechtigt. Ich dachte so, was will er denn jetzt? Das kann doch nicht so schlimm werden, aber stimmt. Oh, oh. Der haut rein wie Sau. Aber er ist vielleicht programmiert, dass er jetzt die ganze Zeit nur Routenschlag macht. Du kannst nichts anderes machen. Du musst angreifen. Schau mal, Karpodau gibt es hier. Vielleicht kriege ich einen Garadus. Aber das heißt, bei mir ist es Azuril oder Elekid. Azuril kann ich angreifen. Er hoffen wir, dass Silber einfach falsch macht. Ich habe nur einen Trank dabei, ja. Genau, nimm den Trank. Ich habe nur einen Trank dabei. Also ich mache jetzt noch einmal Donnershock und dann darf ich dann den Trank, ne? Warte mal, was war noch mal Charme? Ist Charme nicht, dass du den Gegner verwirrst? Ne, das lowersert auch nur irgendwelche Stats. Wie viel hat Donnershock gemacht? Auch nicht so viel. Schau, Start ist einfach so stark. Das kann auch passieren. Ich weiß nicht, ich glaube, Donnershock paralysiert auch. Warum ist Kratzer so stark? Warum? Ich weiß es nicht. Warum verkackst du direkt von Anfang an unsere wundervolle Challenge? Er darf halt nur keinen Volltreffer machen. Das ist alles gut. Pichu hat halt kackst. Der hätte ja mal Flemli genommen, wie ich ihn darum gebeten habe. Indirekt. Ach, Flemli, Schmemli. Nimm einfach Pichu, was einfach ein Baby ist. Ich eile dir zur Hilfe. Paralysiert, das ist schon mal gut. Hey, schau, schau. Jetzt greift es vielleicht gar nicht an. Und es macht Heuler, weil es dumm ist. Aber jetzt ist dein Donnershock schwächer. Wobei, Donnershock ist spezial, oder? Ich will mich trotzdem nochmal vollheilen, weil ich... Ey, warum? Du hast noch so viel. Nein, das ist eine Verschwendung. Trank macht 20. Okay, wenn er jetzt einen Volltreffer macht... Warum sollte er jetzt... Trotzdem, Volltreffer bringt nicht um. Schau, du machst jetzt gleich einen Volltreffer. Heuler, easy. Schau, Run ist noch alive. Ah, guck mal, was Pichalina schreibt. Wenn man 65.280 Schritte läuft, dann ist der Freundschaftswert auch so hoch, dass es sich entwickelt. Ja. Also pro Schritt kriegst du Freundschaft. Oder pro 100 Schritte, glaube ich. Okay, wäre lustig, wenn ich jetzt draufgehe, oder? Schau, Level 6. Fast entwickelt sich's. Ey, ich hatte aber echt Angst. Das Geile ist aber auch, selbst wenn du ein Pikachu hast, ist es halt einfach kein starkes Pokémon. Aber dafür hast du es dann leicht auf Raichu. Gott, dauert das Speichern lang in dem Spiel. Wie ist es eigentlich, wenn du im Pokémon-Fusionator Raichu und Pikachu fusionierst? Hast du dann Raichu? Den hat er sich vor einer Stunde extra von Google irgendwie rausgesucht, den Witz, und dann gerade aufgeschrieben. Und jetzt hat er sich gedacht, jetzt ist der Moment. Ja. Das ist korrekt. Das ist alles korrekt. Oh nee, jetzt kann es in meinem Chat Kappa geben. Leute, ihr könnt die einzigartige Chance ausnutzen und in Pappnase-Stream-Kappa machen, damit ich es in meinem Stream habe. Nice. Schau mal, ich hab Azuril. Ich glaub, ich gewinn gegen Azuril. Ich war ja nicht so doof und hab ein Baby genommen. Ja, Azuril. Aber Azuril wäre halt eine Maschine gewesen. Bitte sagt Nase, dass er nicht witzig ist. Kappa, 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 Kappa. Ja, die Twitch-Chats sind zusammengelegt. Wir haben das mal ausprobiert. Ihr seht euch. Und funktioniert überraschend gut. Können jetzt eigentlich deine Moderatoren meine Leute timeouten? Probier mal. Happens, wann mal drei Zuschauer vom Nase. No. Dieser Samen soll mal eine Pflanzen-Azacke bitte lernen. Der Fast Guy. Vielen Dank für den Follower Action. Fast Guy. Das ist der falsche Chat. Du gehörst hier hin. Schreib dir einfach Kappa bei dir. Moment. Irgendjemand wurde... Oh mein Gott. Happens hat ihn getimeoutet. Es geht. Aber auch bei mir dann im Chat? Ja guck, nee, stimmt. Ach dann, bei dir nicht. Das heißt, jetzt kann Flizzy bei mir nicht schreiben. Aber bei dir immer noch. Azuril ist irgendein Tank. Der schluckt voll viel. Wegen Charme. Funfact. Ich dachte damals bei dem Jungen, bei dem Namen eingeben, ich muss eingeben drei Fragezeichen. Weil so hat er sich ja vorgestellt. Oh, ich glaube, das habe ich auch gemacht. Stimmt. Aber ich habe ihn immer Arsch genannt dann. Stimmt, wie sollen wir ihn nennen? Möchte sich jemand bereit erklären, der Bösewicht zu sein? Die drei Fragezeichen. Ist Flizzy jetzt nur getimeoutet oder habt ihr gebannt? 300 Sekunden getimeoutet. Ja, okay. Dann ist er gleich wieder da. Bei mir. Bei dir ist er sowieso da. Ja, wir sind uns nicht ganz sicher. Flizzy, schreib mal beim Lord. So, ich spule mal vor. Ich muss mit dir aufholen. Wo geht es lang? Hilfe. Bi, 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 bi. Hier, da, zack. Danach geht es los. Danach dürfen wir unser zweites Pokémon fangen. Ja, aber ich warte noch auf dich mit der Namensvergebung. Wie wollen wir ihn nennen? Wen mögen wir denn hier nicht? Flizzy ist halt gerade getimeoutet. Vielleicht nennen wir ihn Flizzy. Von mir aus? Nein, wir nennen ihn nicht Leo. Da bin ich verwirrt. Wie schreibt es sich, wie schreibt es sich Flizzy? Äh, f, l, i, z, 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 y, so. Wir müssen nicht die 10 y's machen. Z, z. So. Okay. Oder einfach Chat, stimmt. Das ist Chat. Er hat böse Pläne, dieser Chat. Bei dir liegt auch der linke Ball noch da. Okay. Jetzt. Bitte sei was Schönes. Randomizedes. Irgendwas. Oh, Rätsel-Ei, stimmt. Gab's ja auch noch. Da sollte, da sollte drinnen. Dass die jetzt erst in Generation 2 Eier, dass sie daraus finden, wie sich Pokémon fortpflanzen. Nach tausend Jahren Geschichte mit Pokémon. Aber, 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 naja, warum? In der Gen 2 gab's Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Wir haben ein Jahr sich Zeit gelassen, um auf die Idee zu kommen, hey, wir könnten Eier einführen. Die labern schon viel, ne? Aber in einem Ei kann komplett random was drin sein. Da könnte ein Opio schlüpfen. Togepi ist gut. So, hab ich jetzt Pocke-Bälle bekommen? Aber entwickelt sich dann Togepi in dem Spiel zu Togekiss? Weil Togekiss ist Gen 4. Haben wir jetzt Pocke-Bälle? Oder kriegen wir die jetzt gleich? Nee, aber jetzt kommt das Tutorial. Ah. Dass ich vorspulen werde, damit ich endlich die Überhand habe. No. Und Fabian, vielen Dank für den Follow, dankeschön. Hey, der Soundtrack ist so gut. Den hört man bei mir nicht, weil ich vorspule. Okay, ich hör schon auf. Togekiss kann man kriegen in dem Spiel. Das wär mal, wenn aus dem einen Togepi ausschlüpft, dann hast du einen richtigen Tank. Bestimmt schlüpft er aus dem einen kleinen Stein. Etwas, was sie noch in 10 Gents nicht gemacht haben, ist, dass Eier unterschiedliche Muster haben. Nicht mal Togepi hat ein eigenes Muster. Bist du jetzt bereit für den unglaublichen Funfact zu Logok? Äh, klar. Das ist auch eine Geschichte, für die ich ungefähr dreieinhalb Stunden brauche. Aber wir haben ja Zeit. Wir müssen ja jetzt ein Pokémon fangen. Nein, ganz schnell. Äh, weil du gesagt hast, du findest Logok hässlich. Das war tatsächlich die, oh Gott, mein erster Encounter. Hab ich Pokéballe gekriegt? Oh, das ist gut. Das ist gut. Diktri ist voll krass. Weh, du fängst auch einen Boden-Pokémon. Ja, wenn jetzt Ninja in den Kader kommt, dann ist das ja auch Boden. Das ist aber Käfer. Der erste Typ zählt bloß. Das ist Käfer-Boden, Diktar ist Boden. Das ist die Regel. Mhm. Das hört sich so nach hinbiegen an. Nein. Oh, ein Schwall-Beanie. Oha, das ist auch gut. Schwall-Boss ist voll das starke, also die sind immer stark, die Vogel-Dinge. Da setze ich jetzt aber lieber keinen Donner-Schock drauf ein. Das könnte ich nicht killen. Ich will, wenn du Level 6 bist, vielleicht. Aber ich würde einfach Bälle schmeißen, wenn du Bälle, haben wir Bälle? Ja, wir haben fünf Bucke-Bälle. Okay. Ich mach Tackle, aber du, ich glaub, Tackle sollte nicht meins umbringen. Oh Gott, ich hatte Angst. Du hast fünf Bälle, das bleibt drinnen. Fünf Bällen. Okay. Ich würde nicht Donner-Schock machen, weil mein Tackle hat das hier gerade gemacht. Ja. A gedrückt halten. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Oh. Ich, ich hab nur X auf meinem Controller. Warum ist dein Kratzer so stark? Ey. Lass mich jetzt nicht. Ich will das Diktar behalten. Dann musst du auf die nächste Route. Was? Ich, ich, ich kann dir auch nix. Ich kann's nicht schwächer machen. Ist die Gen 4 Catchrate schlecht? Nein, die ist super. Schau. Klick, klick. Und Schwalbidi. Jawohl. Jetzt komm ich, jetzt komm ich. Jetzt musst du noch. Du, komm schon. Enjoy uns nicht. Diktar ist geil. Jungblut, danke für die 10. Ja doch, schau. Ich seh deine Subs sogar. Ja, Jungblut, danke für die 10. Also, weil du gesagt hast, Logok ist hässlich. Ah, Moment. Wir müssen eben jetzt einen Spitznamen geben. Okay. Wer will wie ein Schwalbini und Diktar heißen? Wir können die Namen auch fusionieren. und wir nennen es Diggidini. Schwalder. Wer möchte... Hättest du mal drauf zu entscheiden, Leo. Okay. Diktar zu Digger. Ich opfer mich, Mirius. Wer hat er als erstes gesagt? Du bist der erste, Mirius, der es gesagt hat, glaube ich. Ja. Mirius. Mirius. So? Aber das ist richtig, ja. Jetzt müssen wir aber auch einfügen kurz. Ach so, ich brauche ja wieder, ich brauche ja den Sprite wieder. Ja, aber die Leute müssen doch verstehen, was passiert. Gott sei Dank habe ich meine Tastatur ausgemacht. Ich wollte schon wieder an die falsche Tastatur. Gott sei Dank nehmen wir die schönen Home-Sprites, die einfach null Charakter haben, sondern einfach... Die sehen so scheiße aus. ...sondern einfach bland. Jetzt schwebt bei mir so ein kleiner Penis einfach um. Bei Professor Eich konnte man sich heilen, ne? Wir kriegen... Wer heißt... Lint. Okay. Bei Mama, glaube ich. Ah, das kann auch sein. Willst du zurückgehen? Ja, wir gehen zurück. Ich gehe zurück. Oh mein Gott, wir können rennen. Also auf jeden Fall. Logok wurde absichtlich zu einem hässlichen Pokémon gemacht. Denn die Geschichte hinter Logok ist, dass in Japan ist es gang und gäbe, dass kleine Kinder kriegen Küken. Wie wir Hamster kriegen, kaufen Kinder oder kriegen Kinder in Japan kleine Küken geschenkt. Und die haben ganz verschiedene Farben. Die werden blau gefärbt, rot gefärbt, grün gefärbt und so weiter. Ähm. Und wie es dann so ist aber, kaufen, kriegen die ein kleines Küken geschenkt. Und dann zwei Wochen später ist es so ein Hahn, den sie dann natürlich nicht wollen. Dann muss der Hahn, keine Ahnung, wieder weggegeben werden oder was du auch immer dann mit einem tatsächlichen Hühnchen machst. Ähm. Man heilt doch bei Professor Lind, by the way. Oh, habe ich mich bei Mama nicht gerade geheilt? Ah, kriege ich schon hin. Du hast Geld gespart. Kriege ich schon hin. Du hast Geld gespart. Wie kostet das Geld beim Professor Lind? Nein, nein, du hast Mama gebeten, Geld zu sparen für dich. Oh nein. Oh nein. Nein, das muss ich wieder rückgängig machen. Kommen wir nicht eh später nochmal hier hin? Auf jeden Fall ist das die Anspielung daran. Du hast am Anfang ein süßes Hühnchen, Flemmli, was zu einem hässlichen Gockel wird. Was die Anspielung darauf ist, dass die Kinder in Japan tatsächlich auch süße Hühnchen kriegen, süße Küken kriegen und dann am Ende einen riesigen Hahn haben, den sie nicht wollen. Und deswegen haben sie Logok gemacht im Sinne von, du nimmst was Süßes und bist dann enttäuscht, wenn es sich entwickelt hat. Weil das Feeling war bei den Kindern auch so damals. Ist nur nach hinten losgegangen, weil viele finden Logok richtig geiles Pokémon. Außer du. Ja, boah, nee. Aber ich finde es schon cool. Vor allem der Name. Soll ich jetzt nochmal zurück und Mama nicht Geld sparen lassen? Am Ende bin ich voll froh, dass ich Geld zurückgelegt habe. Pass auf. Am Ende bin ich der, der sich einfach alles leisten kann. Aber ist eigentlich Quatsch, weil man verliert ja in dem Spiel nicht. Du kannst ja nicht verlieren. Burmi. Ja doch, wenn unser Pokémon stirbt, haben wir verloren. Ja, aber dann bringt es uns das auch nichts, weil wir dann tot sind. Also du kannst ja gar kein Geld verlieren durch Kämpfe. Mutter kauft Ramsch für uns. Ich weiß. Aber ich glaube, sie... Aber kann auch die... Also sie kann auch Tränke kaufen. Macht sie das? In Gold und Silber hat es, glaube ich, gemacht. Mama verzockt die ganze Kohle. Ja. Soll ich zurückgehen? Ich will nicht zurückgehen. Also wir können ja auch... Wie ist das Hammer so schwach noch? In der ersten Route kann man ja hoch zu diesem kleinen Bergpfad, der dann blockiert ist. Aber das ist quasi ja auch eine neue Route, ne? Genau, wir können jetzt auf unsere geile Tracker-Seite gucken und schauen, was wir eigentlich alles jetzt checken könnten. Ja, mein erstes Pokémon ist Bisasam. Wie heißt es? Bulbassaur. Bisa, Bisa, Bisa. Und dann habe ich... Stimmt, wir haben kaum Bälle. Ja. Ja, aber die können wir kaufen. Das wäre tödlich. Dann auf Route 29 habe ich gefangen ein Diktar. Und jetzt steht hier Route 46. Ja, haben wir nicht... Jedes Pokémon-Spiel fängt an, dass man erstmal eine Million kriegt oder so. Sicher? Das ist die Million nicht, aber wir haben locker Platz, um 20 Poké-Bälle zu kaufen, glaube ich. Ah ja, wir könnten auf Route 46... Das weinst du wahrscheinlich. Route 46 könnte man jetzt checken. Sobald wir eine Angel oder Surfen können, können wir unsere Heimatstadt nochmal checken. Ja. Warum bist du schon da? Ich brauche so lange. Weil mein Pichu halt so schnell wie der Blitz ist. Dankeschön, Maurice, dass du uns Sub geschenkt hast. Was ist das genau für eine Challenge? Du bist die erste Person, glaube ich, die fragt. Ähm. Aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal erklären will. Es ist doch ersichtlich, was wir machen. Es ist doch alles erklärt hier mit einem Bild. Äh, Zipurze. Was, war das nochmal? Käfer, ne? Ja. Aber ist das schon die Route? Ne. Okay. Zipurze ist ein Käfer, ja. Oh, Geduld ist ziemlich stark, oder? Ja, aber nicht auf Level 2. 3. Ich kenne mich doch nicht aus, wenn du mich das one-hittet, ne? Warum solltest du dich one-hitten? Das ist ein Zipurze. Naja, Geduld kann schon... Ich erinnere mich da an den Onyx, das immer Geduld... Ja, aber das ist auch Onyx. Ich weiß nicht, ob er jetzt stirbt. Du hast immer noch ein Pokémon. It's dead. Was? Ich wusste es! Warum ist es... Hä, Geduld ist nicht so stark. Was ist denn Geduld bei Zipurze? Was ist denn Zipurze? Ich sollte niemals auf dich hören. Ja, das sowieso. Hä, was ist denn mit Zipurze los? Warum hast du nicht sowieso Schwalbini genommen? Das ist ein Vogel. Vogel ist gut gegen Käfer. Muss ich jetzt meinen Bissersamen hergeben, oder was? Und ich muss irgendwie meinen Schwalbini jetzt trainieren. Ich meine, das kannst du da drin gut, weil da sind eh anscheinend nur Käfer drin. Alter. Ey, das können wir jetzt nicht mehr anlasten. Ich wollte wechseln. Ja, aber Geduld. Ich meine, Geduld ist schon stark, aber jetzt nicht Zipurze Level 3, aber Pichu ist halt so ein Loser, ne? Pichu ist halt so ein Loser. Oh, tschüss. Pichu ist so ein Loser, Mann. Das ist deine Schuld, weil du Pichu genommen hast. Du hast uns so ein krasses Handicap gegeben. Ich sehe es komisch, Schwalbini ist als nächstes tot. Warum habt ihr Wetten gemacht? Wer verliert das erste Pokémon? Haben die meisten Leute Pappnase gesagt? Sehr gut. Nur weil ich auf dich gehört habe. Aber Geduld. Geduld ist der Noob-Killer. Geduld, ja, aber hättet ihr erwartet, dass Geduld zerpeise. Geduld. Ein doppelt so starkes... Naja. Aber schau, wie dick da hinter mir herrennt. Es gräbt sich durch die ganze Welt. Ganze Pokémon Center hat jetzt einen kaputten Boden. Kleiner Schlingel hinter mir. Ich kaufe ein paar Pokébälle. Das Nenkada musst du mal fangen jetzt. Wenn das wiederkommt. Ne, ist ja immer noch auf der Runde, Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, wie viel Pokébälle kann ich kaufen? Schau, 17 kann ich kaufen. Ich kaufe 10. Ja, ich war mir halt nicht sicher, wie Geduld funktioniert. Deswegen habe ich so blöd gefragt. Geduld ist halt einfach eine Attacke, die sich über eine Zeit lang... Braucht halt eine Zeit, bis die Attacke zündet. Aber ich dachte nicht, dass sie einfach von Zierpeise in Pichu umbringt. Aber Pichu ist halt echt anscheinend sehr schwach. Okay, wo ist jetzt Route 46? Ist das die hier? Ne, das ist Route 30. Welche Route ist 46? Ja, ich muss erst mal meinen Schwalbini wieder ein bisschen hochleveln. Ach, die, die da drüben umgekommen ist? Ja. Ja, ja, ja. Ja, da können wir hin. Hier. Ich meine, ich muss meinen Diktar auch leveln. Nur mein Diktar ist ein bisschen schwieriger zu leveln, weil... Es ist ein Diktar. Gegen... Wobei, gegen Käfer ist noch okay, aber wenn ihr Pflanzen... Die können eh alle keine Pflanzen attacken. Hier ist 46. Soll ich schon mal checken, was ich kriege? Mein drittes beziehungsweise zweites Pokémon. Ich trau mich da jetzt halt nicht hin, weil Schwalbini halt auch schnell tot sein kann, je nachdem was kommt. Diktar ist aber, glaube ich, gar kein so langsames Pokémon. Also ich kann, glaube ich, flüchten. Aber die sollten hier nicht so stark sein. Die sollten trotzdem Level 3 haben. Ja, ich trau mich halt mit meinem Schwalbini nicht. Das ist nämlich auch so eine Classcannon. Ist es? Weiß ich nicht. Pichu ist... Vielleicht soll ich das mal hochholen. Das ist gut! Das ist gut! Elektro! Und es wird zu einem fetten, geilen Elektromon. Weh, du kriegst einen Elektromon. Oh Gott, ich bin halt auch nur Level 2, ne? Mein Diktar ist nur Level 2. Oh Gott. Aber Shinox macht, glaube ich, auch Tackle. Shinox kann auch kein Biss, oder? Nein. Das geht schon, das geht schon. Wir überleben schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe jetzt Angst, weil ich Geduld so falsch kategoriert habe. 12 HP? Aber nur ein bisschen. Alles egal. Ich schmeiße jetzt Bälle. Das geht schon. Shinox gehört mir. Ich hätte Schwalbini halt lieben gern erstmal auf Level 6, damit ich da halt hoch kann, ohne dass mich irgendwas one-hittet. Alter. Ja, ja. Mach das. Ich muss auch. Oh mein Gott. Hilfe, 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 Hilfe. Wehe, ich kann nicht flüchten dann. Bleib jetzt einfach drin. Also man merkt halt, wir sind schon, wir sind schon Soul Link-Expert. Das merkt man. Okay. Ich habe mein zweites. Ich durchbreche jetzt diesen hässlichen Home-Sprite-Ding. Ich nehme nicht, ich nehme jetzt den HGSS-Sprite. Ich zwinge dich jetzt. Und dick da auch. Aber die Home-Sprites sehen doch richtig gut aus. Das passiert, wenn man keine Pokémon mehr hat, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Aber das wird uns ja nicht passieren. Nein. 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 So, auch wenn es jetzt verpixelt ist. So ist das halt in 2001 gewesen. Oder Werte? Hardgold ist ein bisschen nicht so alt. Weil kam Hardgold und Soul Sliver raus? Ich weiß es nicht. 1900? 1560. 97. So. Schinks. Scheinux. Dann trage ich das hier auch mal ein. Ich habe ein Schinks. Das nächste, was wir checken können, ist die Stadt an sich. Und dann Route 30. Ja, Route 30 können wir auch sofort checken. Aber ich trainiere jetzt auch mal. Aber ich nehme... Oh, ich habe keinen Spitznamen gegeben. Oh, dann darfst du es leider nicht verwenden. Schade. Das ist tatsächlich so. Das sagt tatsächlich die Regel so. Ach komm, was sind das? Wer hat sich denn diese Regeln ausgedacht? Naja, aber ich kann dem... Ich kann... Dann musst du... Okay, die einzige... Die einzige Alternative ist, dass du dein Pokémon dann Scheinux nennst. Das hört sich nach... Das hört sich nach Quatsch an. Warum? Dann haben sie die gleichen Namen. Ich habe halt meinem Scheinux gerade den Spitznamen Scheinux gegeben. Waren Schwalbini und Diktor eure Starter? Na klar. Ja. Alles andere wäre ja absurd, wenn wir auf Route 1 schon unser erstes Pokémon verloren hätten. Okay, sollen wir abstimmen lassen, was ich machen soll? Also ich kann halt dem Scheinux keinen Spitznamen mehr geben. Das heißt, entweder mache ich jetzt neu oder du nennst dein Pokémon dann Scheinux. Aber mir ist es Latte. Aber ich würde sagen, das muss der böse Chat entscheiden. Okay. Müssen wir dann in beiden Chats eine Umfrage machen? Oder wie geht das jetzt? Oder sind beide Chats eine Umfrage? Was heißt die ihr? Es war nur einer von euch. Ja, aber... Wenn sich Scheinux entwickelt, heißt das anders. Ja, dann muss er halt sein... Stimmt. Sobald sie es... Oh, ein Schneckmack. Okay, ich sag selber, ich muss Scheinux wegschmeißen und nicht... Aber ich darf dann hier nochmal ein neues Pokémon suchen, oder? Meeting Streamed. Das ist korrekt. Dann haben wir eine Route weniger. Was soll schon schief gehen? Danke, Phil, für 1000 Bits und dass du 30 Sekunden lang mich gemutet hast. Vielen Dank. Leute, wir haben das Problem, dass... Dass wenn... Was mache ich denn jetzt? Das weiß ich doch nicht. Ich würde sagen, ich darf komplett nochmal neu ein Pokémon auf der Route suchen. Weil wenn ich das jetzt komplett wegschmeiße... Also... Also ich schmeiße es weg, aber ich darf nochmal ein neues Pokémon suchen, weil ich verplant habe, auf Spitzname zu drücken. Ich will den. Es war ja... Es war ja nur ein Versehen. Ja, ne? Fang nochmal Scheinux. Ja, wenn nochmal ein Scheinux kommt, dann ist das halt so. Ja, das hat sich halt... Aber eher übrig, wenn ich jetzt zum Beispiel gar nichts fange. Wenn ich es aus Versehen töte. Okay, warte. Ich habe hier eine Umfrage. Behalten weg damit. Die meisten mehr sagen weg damit. Aber das sind auch nur elf Leute, die sagen weg damit. Ich meine, das ist ja auch keine repräsentative Statistik. Ich finde, du kannst es behalten, dann drück auf behalten. Ich glaube, ich glaube, deine Rom ist gerade abgestürzt, Leo. Warum? Also bei mir. Also meine Rom, die du mir geschickt hast. Was? Warum? Weiß ich nicht. Weil du nicht das Neueste, den neuesten Emulator genommen hast. Ich bin nicht wieder schuld. Natürlich. Ich habe gesagt, nimm den neuesten Emulator. Ja, warum sollte denn meine Rom abstürzen? Genau. Save den Frezeframe. Das wird bestimmt funktionieren. Der Frezeframe wird bestimmt neu laden. Genau. Es ist ein Versuch wert. Ja, okay. Nee, mach nicht. Was hast du gemacht? Bist du sicher, dass der Controller vielleicht noch nicht funktioniert? Ja, ich bin mitten im Kampf. Also der Kampf ist gerade gestartet. Dann war es das krasseste, randomized Pokémon. Weil er den neuesten Emulator nicht runtergeladen hat. Das ist literally noch nie passiert. Ich speichere die ganze Zeit. Ich hätte einen Speicherpunkt. NASA hat noch kein einziges Mal gespeichert. Nee, ich habe noch nicht gespeichert. Ich habe mich dran gedacht. Ich hatte viel zu viel Spaß bisher. Soll ich hier warten, bis du wieder hier bist? Oder soll ich jetzt auch neu anfangen? Schick mir mal zur Sicherheit die neueste Version vom Emulator. Wie schickt? Das ist halt einfach der Link. Desmume. Und da den neuesten Download-Link halt. Ja, Details. Ob ich das jetzt google und dir den Download-Link schicke? Das ist auch schön. Jetzt sehen wir. Okay, wir gehen auf. Okay. Ach Gott, ist das schön. Leute, meine Schuld war vielleicht das gestorbene Pichu, was er hätte sowieso nicht auswählen sollen. Aber seine Schuld ist, wenn er nicht den neuesten Emulator benutzt. Aber ich muss trotzdem jetzt eine neue ROM erstellen, weil wir können ja nicht den gleichen. Ich habe bisher immer mit diesem Emulator gespielt. Ich will nichts hören. Aber wir können ja jetzt nicht die gleiche ROM nochmal nehmen. Das wäre langweilig. Ich mache dir eine neue. Und dann bitte alle fünf Minuten alle fünf Minuten speichern. Oder? Na warte, Leute. Ich mache uns kurz neu rums, weil wir können ja nicht jetzt den gleichen Seed nochmal nehmen. Das wäre langweilig. Es ist übrigens genauso chaotisch, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist überhaupt nicht chaotisch. Was ist denn chaotisch? Es war alles klar, bis ich vergesst habe, einen Spitznamen zu vergeben. Und dann ging alles dem Bach runter. So, wo ist Randomizer? Hier. Schau mal, ich will mal kurz testen, ob der Savegame geladen werden kann. Also jetzt haben wir die Chance. Willst du, dass wir Evolutionen, Entwicklungen randomisen? Oh ja, das glaube ich, ist ganz witzig. Okay, dann... Ist zwar eine Katastrophe, aber ich glaube, ist auch ganz witzig. Dann mache ich das an. Dann kann halt aus einem Carpador ein... Ich weiß nicht, ob aus einem Carpador ein Mewtwo werden kann, aber ich glaube schon. Ei, 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 ei. Wo ist das? Ihr seht gerade nichts. Komm, ich zeige euch, wie ich das mache. Ähm, wo ist das? Moves, Starter, Statistics, In-Game, Static Pokémon, ne, Wild Pokémon, Moves, Pokémon Traits, Pokémon Types, Pokémon Evolutions, Randomize. Willst du, dass sie die ähnliche... Willst du, dass sie eine ähnliche... Stärke haben trotzdem? Äh, du stellst Fragen. Ja, willst du, dass sich das entwickelt zu etwas, was genauso stark wäre oder soll sich ein Raub wie zu einer Mewtwo entwickeln können? Ja, ist bestimmt lustig. Okay, dann... Limit Evolutions to three stages. Was heißt das? Dass ich ein Pokémon nur dreimal entwickeln kann oder zweimal? Ja, aber das sollte doch Standard sein. Das ist ja krass. Wie denn sonst? Entwickelt sich das dann alle zehn Level oder was? Äh, das kann passieren, ja. Also ich hatte mal ein Raubi, das wurde zu Hornliu, das Hornliu wurde zu Savcon, das Savcon wurde zu Kokuna und das wurde dann irgendwie, glaube ich, zu Mewtwo. Achso, weil du ein Pokémon kriegen kannst, das sich dann wieder bei einem anderen Level entwickelt. Ja. Man kann sonst eine Zehner Evolution-Reihe haben, aber ist doch auch lustig. Sollen wir das lassen? Okay, wir lassen es einfach. Stimmt, alles lustig. Alles lustig. Random. Starter-Pokémon random completely. Komm, wir machen jetzt alles random completely. Fuck it. Trainer-Pokémon random. Try to use Pokémon with similar strength. Das finde ich schon. Okay, 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 okay. Mit dem neuen Emulator hat es irgendwie meine Auflösung zu hauen. Ich bastel das hier mal schnell wieder hin. Eih, 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 Leute, ihr seid live dabei. Aber es ist auch technisch kompliziert, muss ich sagen. Randomize. Safe. Yes. Perfekter Zeitpunkt für ein Duett. Mandelei, Mr. Mandel, wie heißt er? Mandelmon. Herr Mandei, Herr Mann, Herr Mann. Okay, hier Endgame. Evolutions randomize. Okay, randomize. Safe. Und Okay, ich hab's für dich. Nee, hier, das. Ist doch dumm. Discord. Selbst eine ROM ist zu klein, um sie auf Discord zu schicken. Oder? Ja. Wir haben's gleich. Und dann müssen wir nur schnell nochmal kurz das Intro spielen, wo man nichts fangen darf. Oh Junge, ich freu mich. Und wenn's dann an der gleichen Stelle abstürzt, dann... Ähm, was hättest du denn, was hättest du denn da gerade encountert? Soweit kam's gar nicht. Das wär so schön zu wissen, welches Pokémon hat einfach gesagt, nö. Du hast bestimmt ein Missing No reingeredelt. Ja, genau. Aber einfach jetzt alle fünf Minuten speichern. Hard save. Okay. Was macht ihr, wenn einer von euch einen Carpador bekommt? Dann spielt man mit dem Carpador. Carpador kann attackieren. Das dauert halt nur ein bisschen. Steffen Bond, vielen Dank, vielen Follower. Dankeschön. Hast du mir die Romme schon geschickt? Nee, das lädt gerade hoch. 60 Prozent. Achso. Oh, ja, die Verbindung bricht gerade auch echt gut runter. in Discord. Warum? Das geschieht. Du bist gerade in der virtuellen Kamera ein schöner Pixelbrei. Oh, ja. Und ich bin total versetzt. Geht schon. Kann man bei dem Emulator Autosave einstellen? Nein. Achso, deswegen, weil ich gerade die Datei hochlade. Deswegen geht gerade alles down. I get it. Wir müssen einfach ganz still sitzen, damit nicht so viel Internet verbraucht wird. Bitte nimm kein schwaches Pokémon absichtlich jetzt. Aber die Challenge! Ja! Und dann verliert es gegen ein Zipurze auf Level 3. Das hatte Geduld! Ja, und? Das ist ein Zipurze auf Level 3. Ja! Ich liebe alles. Übrigens, mein Mauszeiger ist irgendwie abgestürzt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe auf meinem Streaming-Rechner keinen Mauszeiger mehr. Das ist einfach zu krass. Emulieren ist zu krass. Aber irgendwie lädt auch die Datei nicht hoch, weil das Internet ist zu viel. Habe ich Frames? Nee, ja. Alles gut. Wie? Jetzt eine Stunde 20 ist einfach für den Arsch jetzt? Nein, nein. Wir haben gelernt. Was haben wir denn gelernt? Dass ich nicht auf dich hören sollte, wenn es um Geduld geht. Und? Ja, sonst eigentlich nichts. Okay, warte. Wie ist das? Pichu war nicht schuld. Geduld macht doppelt KP von dem, was es an KP schon verloren hat. Ist das die Beschreibung von Geduld? Es macht so viel Schaden, wie es selber schon an KP verloren hat? Schau, warum weißt du sowas nicht? Gute Nacht, Steffen. So funktioniert Geduld? Wow. Du hast ja gar keine Chance gehabt. Ach so. Warum bist du nicht geflüchtet? Weil ich dich vorher gefragt habe. Pichu ist voll das schnelle Pokémon, damit du zu flüchten können. Hey, aber selbst wenn du nicht dort gestorben wärst, wäre dein Emulator trotzdem aufgegangen. Das wissen wir nicht. Und ich glaube, das lag an der schlecht-randomized-ROM. Kann ja gar nicht anders sein. Ja, und die lädt sich gerade nicht hoch. Ich muss nochmal machen. Aber so eine ROM von SoulSilver ist auch einfach 120 Megabyte groß. Ja, wir haben ein Speicher-Emote extra für solche Anlässe. Ich habe sogar einen Alert, der mir das sagt dann. Vergiss nicht zu speichern. Also Geduld dauert zwei Runden und verursacht doppelt so viel Schaden, wie es in den zwei Runden erhalten. Ach so, in den zwei Runden, wo man den Schaden bekommt, den doppelt so stark. Du hättest einfach noch nicht angreifen dürfen. Aber schau, wir haben wirklich was gelernt. Und, was haben wir aber noch gelernt? Nase, was haben wir noch gelernt? Logok und die Küken-Story. Die war die beste? Ja, aber was haben wir noch gelernt? Was haben wir noch gelernt? Ja. Wir nehmen keine. Was für Pokémon nehmen wir nicht als Starter? Ich komm nicht drauf. Babys. Immer das Baby-Pokémon. Nein, wir nehmen keine Babys wegen Freundschaft, wegen schwächen Stats und sowas. Und dass wir speichern müssen. Also, das mit Piers-Schul, das lief eigentlich gut bis zur Geduld. Möchte ich nur anmerken. Ich glaub, WeTransfer hat was dagegen, dass ich dass ich noch ROM verschicken will. Ich merk's schon. Ich hab's doch letztes Mal genauso gemacht. Hast du irgendwas, wo ich dir eine 120-Megabyte-Datei schicken kann? Kannst du nicht bei Google Drive hochladen? Kann ich auch. hoch? Okay, 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 okay. Oder die ROM in zwei Parts und dann über Discord schicken? Du meinst über sehr viele Parts sind es dann. Geht nicht 50 MB? Hast du kein Nitro? Nein, 5 MB ist, glaub ich, Max. Ich hab schon, ich hab schon. jetzt einfach Freigabe. Pichu. Pichu. Was ist ein Crop-Up-Run? Ein Gothic 2 Co-Op-Run sollte da wahrscheinlich stattfinden. Ach so. Gothic hat eine Co-Op-Mod. Gleich, gleich. Jetzt. Etwa zwei Stunden später. Jetzt. Freigeben. Hier. Geht das? Fürs nächste Mal mach ich einfach direkt 10 ROMs. Wie wir nach der Reihe einfach durchgehen. Jetzt wissen wir ja wie es geht. Jetzt sind wir ja Profis. Du hast mich muss Zugriffsanfrage. Warte, warte, ich mach, ich mach, ich mach, ich mach, ich mach, ich mach. Doch, doch, doch. Ich muss nur hier was verändern. Jeder kann das hier. Okay, jetzt. Ja, ja, ja. Bitte bereithalten. Ich weiß gar nicht, warum du so lange mit einem Upload gebraucht hast. Ich hab's schon runtergeladen. SoulSilverRando, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich jetzt irgendwie, wo lösche ich jetzt mein Safe? Weil ich habe ja gespeichert. Och, wie vorwurfsvoll das gerade klingt. Ach, wo ist, wo ist der Safe, den ich jetzt lösche? Wie löscht man Safe in HeartGold, SoulSilver? Wie immer. Ah, runter, Start. Ach, du hast ingame sogar gespeichert? Ja, ja, ich speichere. Ich mach das komplett legit. Außer, dass es im Eulat ist. Ah, ah. So, äh, herzlich willkommen. Äh, Leo, möchtest du vielleicht nochmal die Regeln der SoulLink in das LogChallenge? Nein, du hast vorhin aufgepasst und kannst es jetzt. Weil wir fangen ja jetzt gerade an mit dem Stream. B, runter, Start, ne? Naja, so war's. Alter, wir sind ja jetzt neu. Nee. B, runter, Start. B, hoch, Start war's, glaub ich. Okay, Arne, ich kann ja ein neues Spiel auswählen. Oh, Mensch. Das ist ja... Ich nehm wieder einen Grill. Nee, es existiert bereits ein Spielstand. Ich muss ihn zuerst löschen. Äh, was? B, B, runter, Start. Warum geht das nicht? Eigentlich soll das gehen. Hardgold, wie löscht man Speicherstand? Select. Ich hab kein Select auf meiner Tasche. Select, B, Fall nach oben. So. Select sollte ich der hier sein? Haha, okay. Also, ich hab mich Nase 2 genannt. Oh, stimmt. Sollen wir uns jetzt so nennen? Warte, ich sprüge... Der ist voller Name. Bist du jetzt bereit vorzusprühen? Äh, ich weiß nicht, welche Taste das ist. Du musst ne Hotkey einstellen. Lass, lass, lass. Ah, du musst ne Hotkey einstellen. Lass es, lass es, lass es. Hotkey einstellen. Fast Forward. Genau, zum Beispiel. Geht das? Ah. Nur am Anfang vorspulen. Ich bin jetzt gespannt, was wir jetzt für drei Pokémon haben. So, warst du Junge? Ne, du bist Mädchen. Okay. Ich bin, ich bin ein Mädchen. Nase 2,0. Leo 2,0? 20? Bindestrich 2 hab ich euch genannt. Achso, Bindestrich. Ich hab übrigens immer noch die schwarzen Punkte, das macht mich nervös. Ja, jetzt gibt's halt ne Einstellung, die du machen kannst, womit die verschwinden... Ja, da hab ich aber grad schon gedruckt in 3D-Settings dieses, äh, Enable Line Hack, ne? Ja, das ist bei dir an. Das ist schon an, ja. Okay, okay. Hard, gold, silver, black, dots, desmume. Try adjusting those settings always on the... Ups. Jetzt. Hast du OpenGL Rasterizer on? 3D-Settings? OpenGL. Warum hast du da nix? Mach bei Enterlycing, mach da auf... Mach da auf viermal. Ja. Mach da mal auf viermal. Ja. Ändert sich jetzt was? Ne. Das machen wir beim nächsten Mal, ändern wir das. Das machen wir viel schöner. Vielleicht hier das Soft Rasterizer. Oh ja, hast du OpenGL 3.2? Ja, 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 ja. Jupp, jupp, jupp. Stützt wahrscheinlich gleich der Emulator ab? Niemals. Ist er immer noch da? Äh, weniger, glaube ich. So, ich gucke mir jetzt mal an, was ich für Pokémon habe. Du musst auf jeden Fall diesen... Naja, es gibt ein paar Einstellungen, die du machen kannst, dann ist es weg. Mussten wir schon resetten. Jetzt ist er voll am Vorspulen, ey. Vorhin hat er einfach gesagt, ja, was Vorspulen? Das ist doch so viel weiter als ich. Gar nicht wahr. Bei mir ist ja die Vorspulen auf doppelte Geschwindigkeit. Er düst hier mit mal 10 wahrscheinlich durch. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Okay, ich hab einen Ampharos. Das ist gut. Schau, ich hab das jetzt nämlich ausgestellt, dass sie die gleiche... Ampharos ist geil, ja? Warte, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Ich hab Roselia. Er wartet nicht auf mich. Und ich hab Krawumms. Okay. Bisschen besser als Pichu diesmal, ja. Aber hey, nimm einfach das Roselia, wenn du das Schwächste nehmen willst, wenn du dabei bleiben willst. Nee. Ich schwank zwischen Krawumms. Ich weiß halt nicht, was die auf Attacken haben, ne? Äh, das... Die, die Attacken, die sie auf Level 5 haben. Ja. Also wahrscheinlich Tackle und Donnerschock. Okay, ich guck. Okay, nein. Bummel, sehr gut. Was? Warum hast du drei vollentwickelte Pokémon und ich chill mit meinen kleinen Babys hier? Aber natürlich nehm ich voll Riegel. Ich muss voll Riegel nehmen, oder? Aber sie entwickeln sich eh random. Jaja, sie entwickeln sich ja eh random. Meine leider nicht. Meine sind schon vollentwickelt, ne? Ja, außer dann nimm es Roselia. Kann sich das entwickeln in Genf? Ja, Rosarade. Ist nur die Frage, ob das sich dann... Also wie es sich entwickelt, weil es entwickelt sich mit einem Stein. Oder mit Freundschaft? Nee, mit einem Stein. Ich nehm Ampharos. Ja, ja, ja. Er hat es nicht mitgekriegt, aber ich hab ihm leichteren Seed gegeben. Sag ich da. Wobei, ich sollte eigentlich das nehmen, was sich am schnellsten entwickelt. Egal. Voll Riegel. Wer will Voll Riegel und Anpharos sein? Hände hoch. Mexiko, Popo, Finger im Blut. Schreit jetzt in den Chat. Wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach. Und wir machen ab jetzt offiziell die Regel, dass wenn wir vergessen, Spitznamen zu geben, dürfen wir auf der Route nochmal gucken. Das heißt, wir können absichtlich einen Spitznamen... Nee, ist auch blöd. Schauen, ist auch blöd. KC winkt schon seit drei Pokémons. Wenn wir vergessen, Spitznamen auszuwählen, dürfen wir auf der Route nichts mehr fangen. Okay. Also Spitzname nicht vergeben ist futsch. Das heißt, immer aufpassen. Wer will? Wie gesagt, KC meldet sich seit drei, seit drei Pokémons. Wie, wie, wie? KC? KC 3577. Ich finde es gar nicht. Mit der Zahl? Okay, 3577. Und nochmal. Okay, Sprite. Feurigel. Mensch, das ist doch... Das ist das Mal, wir werden es bestimmt länger überleben. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir sind... Wir werden danach so die Profis von SoulSilver sein. Du nimmst jetzt die Hard Gold SoulSilver Sprites? Ja. Okay. Ist doch wunderschön so. Ampharos hat ja die Voll-OP-Attacken auf Level 1. Hat es? Schau mal gleich bitte deine Attacken an. Okay. Bei mir sieht das viel schärfer aus als Ampharos. Was ist denn? Na, wird. Mach es größer. Ampharos verdient die volle Breitseite. Mein Vollriegel ist größer als dein Ampharos. Zombie-Player. Vielen Dank für sechs Monate im Voraus. Dankeschön. What? Wer macht denn sowas? Das machen wir überraschend viele. Wie nette Zuschauer hast du. Ich hasse ja meine Zuschauer. Vielleicht liegt es daran. Wegen September. Weil dann sparst du ja Geld quasi. Stimmt. Ja. Man bekommt die letzten vier Attacken, die quasi auf dem Level verfügbar sind. Wenn es jetzt irgendwie zehn Level 1 Attacken hat, weiß ich nicht, welche ausgewählt werden. Weißt du das eigentlich beim September kriegt dann, weil die Subs vergünstigt sind, der Streamer auch weniger Geld? Eigentlich sollte es nicht so sein, aber es gab bei irgendeiner Aktion von Twitch letztens das Drama, dass tatsächlich der Streamer auch weniger verdient hat. Aber ich glaube, beim September ist es nicht so. So, ich gucke mal jetzt, was mein Ampheros für Attacken hat. Ich brauche nicht gucken. Tackle wahrscheinlich und vielleicht Blut. Tackle, Donnerschock, Donnerwelle. Spoiler. Okay. Das ist gut. Ja. Diesmal spendiert Valorant das Geld. Du musst zur Mama. Ich muss doch erst zur Mutter. Ich muss doch erst zur Mutter. Kannst du euch eigentlich immer abspeichern? Vielleicht jetzt. Ja, ein Heartsafe ist fast cooler, weil es dauert ewig nochmal zu speichern. Und dann musst du wenigstens, wenn wir verkacken, nicht wieder den Speicherstand löschen, wie ich vorhin. ich mache ein bisschen schneller. Kann ich das Speichern eigentlich vorspulen? Ja, tatsächlich. Was? Ja, weil es werden ja einfach nur mehr Frames gegeben, weswegen das Spiel einfach schneller läuft. Safe State. Ich darf halt nur nicht. Okay. Bam, 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 bam. So, diesmal wird es ein guter Run. Ich spüre das. Ja. Bei jeder neuen Route start Pokémon neu saven. Ja, immer wenn wir was ansatzweite Gutes geschafft haben, wie zum Beispiel 10 Meter gegangen, dann sollten wir speichern. Hast du etwa kein Vertrauen in mich? So, was haben wir jetzt hier für Pokémon auf Route 1? Nix. Hut, Hut. Sehr Vanilla. Naja, ich hatte einen Bummels. Soll ich die gegen dich kämpfen? Nee. Ich will jetzt nicht, ich will noch nicht trainieren. Jetzt nur Kleinsteins. Genau. Okay, Makuhita, gutes Kampf-Pokémon. Aber es ist Stufe 4, ist das stark? Hm. Ich meine, du bist Ampharos. Du solltest eine ziemlich gute Verteidigung jetzt haben. Jaja, das kann bestimmt Geduld. Aber... Flommel habe ich hier. Schau, kann ich schon mit deinem Kravums mithalten? Ich meine, Makuhita war auch gut zum Trainieren, weil das viel Erfahrungspunkte gegeben hat, oder? Das weiß ich nicht. Aber es ist ja eh... Achso, so zum Trainieren, ja. Wir weg den Level ab. Aber ist sowieso egal, weil es entwickelt sich sowieso random. Jetzt springen wir wieder vor. Es sollte... Für die, die gerade neu reingekommen sind, wir haben gerade erst gestartet. Wir haben heute ein bisschen später mit dem Stream angefangen. Ja, ja. Und das ist unser erster Run heute. Deswegen fasst doch noch mal kurz die Regeln zusammen. Wir nehmen was nicht als Anfangsprogramm. Aber es entwickelt sich nicht mehr. Oh, ein Pokémon, das ich nicht kenne. Scheiße. Ähm, hi. Das sind Gen-4-Pokémon. Wadribi. Nur die weiblichen entwickeln sich. Machen wir auch länger. Wir machen so lange, bis wir durchgespielt haben. Oder zehnmal gestorben sind. Ihr dürft jetzt wetten. Was passiert zuerst? Sag mal, hast du ein bisschen vorgespult? Ja. Es passiert nichts am Anfang. Ich glaube, es ist einer der längsten Intros. Du bist eine Stunde 30 anmoderiert. Es braucht lange, bis man es erklärt hat. Ich weiß nicht, ob das Vorspielen bei mir wirklich schneller ist. Wir sind ja noch nicht mal gestorben. Wir sind ja nur gestorben an schlechter Technik. Das heißt, eigentlich ist unser Run ja noch aktiv. Richtig, das war ja eigentlich nicht unsere Schuld. Wir hätten überlebt. Das war ja Emulator. Natürlich, ich hatte einen Dick da, du hattest einen Schwalbini, ich hatte einen Scheinux, das ich wegschmeißen hätte müssen. Ja. Daher alles, alles, alles legit. Spitzenarm in seinem Dreck. Spitzenarm sind super. Oh, hier gibt es Felino, das ist nice. Sehr vanilla bei mir alles hier. Das gehörte quasi noch zum Test, genau. Ich glaube tatsächlich, dass... Doch, ich hatte das gespeichert. Ich wundere mich gerade, warum ich keine starken Pokémon finde, aber du schon. Ich habe genau die gleichen Einstellungen gemacht. Naja. Are you sure about that? Kriegst du es halt einfacher? Genau, es war nur ein technischer Test. Das, das, das Glück belohnt den Tüchtigen, sag ich mal. Jetzt speichert der schon wieder. Angstnase, Pappnase. Das speichern dauert aber echt lang. Dann kommen die ersten Legis. Auf Route 2 findet Pappnase jetzt gleich einen Legi. Und dann bringt es einfach raus um. In meinem Glück und ich mal noch ein Sechst. Wahrscheinlich können Legis auf Level 1 direkt sowas wie Feuersturm oder so. Wie nennen wir diesmal den Rivalen? Sollen wir ihn wirklich diesmal Chat nennen? Warum gibt es bei mir einen Hut-Hut? Okay, ich sollte gegen... Ich sollte vielleicht doch ein bisschen trainieren. Ich kann keine Feuerattacke. Hier ist ein Togepi. Ich glaube, bei mir sind keine starken Pokémon im Gras. Ey, guck mal, ein Pichu. Bring es so stark um. Das ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Ne. Oh mein Gott. Glut erst auf Level 10. Es gab ja so... Also ein Elektro-Pokémon kannst du nicht paralysieren. Schau mal hier in Zipurze. Aber es gibt so viele Pokémon und wir kriegen die, die wir die ganze Zeit schon sehen. Wo ist Sonnenkern? Keine Angst, das kriegt einer von uns gleich. Ich flüchte aus dem Kampf. Ich kriege das Pichu nicht down. Wend mal, ich steppe... Oh, das mit Fast-Forwarden ist halt echt gefährlich, weil man dann auf einmal nicht mitkriegt, dass man stirbt. Aber alles wird gut. Oh mein Gott. Ich flüchte jetzt. Ich gehe nochmal zurück zum Pokémon-Center. Also du warst noch nicht oben? Nein. Okay, ich kämpfe jetzt gegen den Rivalen. Ich bin Level 6, oder? Das reicht gegen den Rivalen. Wobei... Moment, der hat eins von den Pokémon. Das heißt, der hat entweder einen Bummels oder ein... Was war das andere? Schwalbini. Sollte eigentlich machbar sein. Komm, ich mache noch auf Level 7. Leo macht doch fast den gleichen Fehler wie Nase. Ich mache gar keine Fehler. Guck mal hier, Togepi. Falls ein Gegner, dass Pokémon Geduld kann, musst du aufpassen. Achso, weil das Zirpeise gerade... Moment, hat das Zirpeise gerade... Ich habe da echt wieder nicht aufgepasst. Hat das gerade angefangen, Geduld zu machen? Okay, vielleicht aufpassen. Aber warum bringt ein Zirpurze einen rum? Stimmt, wir bekommen entweder Krawums oder Roselia als Gegner. Das wird interessant. Oh Gott. Krawums, da musst du... Ich würde als erstes Donnerwelle machen, damit der Gegner schon mal paralysiert ist und dann haust du einfach Donnerschock drauf. Ich habe Geduld abbekommen. Ach, deswegen war mein Vollriegel so kaputt. Schau, ich darf nicht vorspielen. Ich habe Geduld sogar abbekommen. Gar nichts mit. Ja, ich denke auch nicht daran, dass ein Zirpurze mich umbring kann. Schau, ich habe nichts gelernt. Okay, also Zirpurze entgegen. Pichu ist furchtbar. Schau, was du liebst, das kriegst du. Okay. Alter, was sind das eigentlich für eine Encounter-Rate? Die ist hoch. Aber Nidorin, Nidoran, weiblich war halt auch geil. Aber ja, kriegst du ja keine Queen, ey. Das ist jetzt echt immer verwirrend. Eigentlich ist es komplett egal, was für Pokémon man fängt. Hauptsache, es entwickelt sich oft. Ist korrekt. So, ich probiere jetzt Rivale. Warte, ich speichere. Damit wir einfach neu laden. Nein. Ja, Raupi ist ein gutes Pokémon zum Anfang. Entwirklich sich früh. KC pickt beharrlich Schalocko ist auch. Schalocko und so auch. Quasi alle Käfer-Pokémon und so. Warum ist Emolga nervig in Schwarz-Weiß? Wegen Statik? Ich glaube, da ist schon ein Panikon. 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 Ah, oui, oui. Sacrebleu. So, wie nennen wir? Chat. Wer hat jetzt Bummels oder Schwalbini? Bummels ist beides, glaube ich, relativ okay. Er hat Schwalbini. Ich habe mal Angst vor dem Kravums. Ich kann halt nur, soll ich einmal Rauchwolke machen, damit der Schwalbini... Ah, ich bin zwar leer, komm, ich täckel durch. Der ist jetzt... Also dein Rival war vorhin echt dumm. Das war schon krass, was du da für Glück hattest. Eigentlich hätte es da schon vorbei sein sollen. Ein Kratzer und du warst zur Hälfte weg. Dann macht der Rival einfach nicht nochmal Kratzer. Ja, weil ich halt gut gespielt habe. Mhm. So, weg. Mein Vorriegel sollte sich auf Level 16 entwickeln, glaube ich. Und ich bin schon Level 8 und du bist gerade bei ihm. So, eigentlich. Ich lasse mir ja Zeit, ich genieße das Spiel. Warum nicht Kaumalat am Anfang? Wie meinst du das? Wir können uns nicht aussuchen, was wir Pokémon bekommen. Also eigentlich kannst du sie schon aussuchen. Es gibt da so ein Feld im Emulator Randomizer. Welches Start-Pokémon? Ich könnte, ja, aber... Hat mir leid. So, oh, ich habe außerdem Mewtwo, Mewtwo und Mewtwo zur Auswahl. Das ist ja ein Zufall. Emolga macht Voltwechsel. Ach, jedes Mal, wenn es angreift, musst du ein anderes Pokémon nehmen. Ja. Komm, ich will jetzt mein zweites Pokémon fangen. Kann sich mal beeilen. Ich meine, du kämpfst jetzt... Ja, ich beeil mich ja schon. Krawumms, oder was war Roselia? Weißt du noch, welches von den drei du genommen hast? Also positionsmäßig? Nee. Doch, das erste, also in der Mitte. Amphoros war direkt das erste, ne? Das kann gut sein, weißt du? War es das in der Mitte? Ähm, das heißt, laut meinen Kalkulationen sollte jetzt bei dir Krawumms kommen. Das hast du ausgerechnet mit Mathe? Ja, ja. Mitternachtsformel. Ey, kann hier auch mal was anderes außer ein Pichu kommen? Ja, furchtbar. Ich meine, es gibt nur drei Encounter, glaube ich, auf der Route. Ja, ist krass, wie wenig Pokémon es gab in Goldsilber am Anfang, ne? Ja, aber das hier ist Hartgold. Deswegen, hier haben sie das eigentlich besser gemacht. Na, war das nicht sehr ähnlich? In Gold und Silber war der Abfakt, was echt genervt hat, ist, dass so gut wie keine neuen Pokémon die ganze Zeit da waren, sondern am Anfang kam zwar ein Huthut, aber der Rest war dann Ratfratz und Raupi und bist du, wo sind die neuen Pokémon? Ich glaube, das haben sie besser gemacht. Aber ist eh bei uns egal. Oh mein Gott, Pierchi, woher weißt du das? Ich habe auch, ich habe wirklich Adi gespielt damals auf einer Diskette, auf meinem PC, in Windows, in DOS. Adi, ich hatte Adi Mathe und Englisch. Echt? Ich würde es gar nicht zum Laufen kriegen, wahrscheinlich. Ah, es ist furchtbar langweilig. Für mich war das der, ich fand es so geil, ich habe nichts anderes gemacht. Echt? Ja, wenn ich das jetzt spielen würde, würde ich wahrscheinlich auch. Aber ich habe dieses hässliche Gesicht von dem noch vor Augen. mit diesem ewig langen Hals. Ich glaube, ich will noch ein Level haben, weil Krawumms kann ziemlich heftig sein, oder? Donnerwelle. Du musst Donnerwelle machen und dann einfach. Ich meine, die können halt nichts. Und dann Geduld haben. Aber wenn er Geduld hat, ist das halt ein Problem. Ich traue dem Braten nicht. Ich versuche noch ein Level zu kriegen. Eins noch. Dann trage ich mal meine Tabelle ein, was wir schon geschafft haben. Ich habe einen Feuerriegel. Was sehr Vanille ist. Was heißt Feuerriegel auf Englisch? Fireriegel. Quillava. Quillava. Nee, das ist die Vorentwicklung. Cinderquill, genau. Und dann den Rest haben wir noch nicht. Ach komm. Ganz knapp Level 8 nicht erreicht. Ich würde mich als Rivale anbieten. Pirci. Pirci der Rivale. Oder Chad mit D. Feiglingsnase. Da hast du die Möglichkeit, ihn Angstnase zu nennen. Und du nennst ihn Feiglingsnase. Angstnase. Hast du das heute zum ersten Mal gehört? Oder haben schon viele Angstnase gesagt? Nee, meistens nennen sie mich Angst Potter. Warum? Wegen dem Filmzitat. Angst Potter. Achso. Angst Potter? Denk doch nach, McFly. Denk nach. Donnerzahn, Eiszahn, Feuerzahn und Aufruhr. Ich glaube nicht, dass der auf Level 5 schon so viel kann. Soll ich mal gucken, was Krawumms auf Level 5 kann? Oh Gott, mein Ton. Mein Emulator, den Ton muss ich auch noch irgendwie... Krawumms kann in Gen 4... Auf... Es kann Aufruhr. Ich weiß nicht, was Aufruhr macht. Verursacht Schaden und umgeht dabei Delegator. Okay, Aufruhr ist eine 3-Runden-Attacke. Also Aufruhr, Mai. Okay, es ist Krawumms. Das ist schlecht. Okay, Aufruhr, Donnerzahn, Eiszahn. Moment mal, das kann genau das, was du sagst. Wäre doch ein nettes Attacken-Set. Kollege, du hast genau die Attacken gesagt, die er kann. Wahrscheinlich kann er... Oh Gott. Okay, das wird interessant. Interessant. Interessant will ich nicht hören. Ich meine, es ist Level 5. Ah ja, locker. Pfund ist jetzt ein bisschen hart, aber er ist vorbei. Vor allem, du hast halt Spezialangriff, deswegen ist Krawumms wahrscheinlich schnell weg. Ah, kau. Gar kein Problem, Casey. Du musst gar keine Angst haben. Nee, warum sollte man auch da auch Angst haben? Es hatte wirklich... Ja, es hat wahrscheinlich die neuesten... Das heißt, Aufruhr hätte es gar nicht gehabt, sondern Pfund, Eiszahn, Feuerzahn und Donnerzahn. Ei, 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 ei. Also entweder, wir nennen es jetzt Chat oder Pirchi, weil Pirchi hätte euch als erstes gesagt, ich will der Rivale sein. Oder haben wir irgendeinen Streamer-Kollegen, den wir gar nicht leiden können? Dito. Wir nennen ihn Dito Mido. Dito. Mido passt nicht mehr rein, aber Dito reicht. Spielt ihr ohne Level-Cap? Wir spielen ohne Level-Cap, ja. Also wir dürften grinden, wie wir wollen. Aber es gibt auch noch Regeln mit Level-Cap? Was gibt es denn alles für Regeln? Wenn du es dir härter machen willst, dann levelst du nicht weiter, als der nächste Arena-Leiter Pokémon hat. Ach, ja. Weil sonst könntest du halt jetzt 10 Stunden grinden auf Level 100 und durchrennen. Ja, natürlich. Aber dazu haben wir gar nicht die Geduld. Also wir werden wahrscheinlich eh die ganze Zeit relativ normales Level haben. Ja, oder wir nehmen halt Pirchi. Ja, hat er sich ja gemeldet. Okay. Na gut. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Hirsch. Ich mag wie Ampharos so hinterhert. Mit SCH? Ne, mit CH. Das passt genau rein. Hast du deinen Namen extra so gewählt für Pokémon-Spiele? Hirschi. Immer eins unter dem Ace vom nächsten Boss. Ich dachte, das gleiche ist auch okay. Ein Level drunter. Ja, bei Randomizer ist das halt ein bisschen blöd, ne? Ja, die Level sind... Weil du weißt ja nicht, was der Arena-Leiter hat. Die Pokémon wissen wir nicht, aber wir könnten das Level wissen. Aber ich find's allein blöd. Klar, wenn man das richtig professionell macht, dann nicht. Aber ich fänd's blöd, jetzt bei jedem Arena-Leiter erstmal zu gucken, was hat der, was für Attacken hat der und so. Das machen ja viele, die studieren dann ganz genau, was als nächstes kommt und... Ja, aber wo bleibt dann mit Überraschung? Eben, wir wollen das alles ja mit Überraschung haben. Überraschung. So, das Ei ist aber auch noch interessant, was da drin ist. Was redet denn der hier? Die Linde. Warum steht der bei dir eins weiter oben als bei mir? Hä? Ich würde sagen, eine Armlänge Abstand. Ach nee, du bist... Ich bin weiter als du, deswegen. Der alte Sack hält Abstand zu dem weiblichen Charakter, aber nicht zu dem bändlichen Charakter. Nee, er hat dir gerade das Ei gegeben. vielleicht hat Falk jetzt ein Macho mal, ja. Das verbrenne ich. Wenn ich denn dann mal Glut kann. Okay, wie war das mit heilen beim Professor? Nicht zur Mama gehen? Ich will nicht sparen. Also mehr Pokémon fangen, ne? Jetzt dürfen wir ein Pokémon fangen. Oh, ich bin gespannt, was es wird. Was war denn hier vorhin? Ich kann es wahrscheinlich wieder nicht schwächen, weil ich es one-hitten würde. Aber Hutu, der entwickelt sich sehr früh. So, jetzt erstmal das hier. Ich renne jetzt hier durch. Aber wir sind noch in zwei Stunden schon sehr weit gekommen. Ja, wir haben einen Starter. Ich finde es auch geil, dass wenn wir das immer abends machen, dann ist im Spiel bei uns immer Nacht. Wir werden nie den Tag sehen. Oh no. Unsere zehnjährigen Protagonisten werden einfach, kriegen nie Vitamin. Geht das nicht, die Systemzeit vom Rechner umstellen? Doch, könntest du. Klar, wir können einfach den Rechner umstellen. Ich glaube, im Emulator kannst du auch quasi vor und zurück plus acht Stunden oder so. Okay. Ich mach mal. Bitte kein Hut, Hut. Bitte kein Hut, Hut. Es wäre so langweilig. Denk an den Spitznamen. Wie viele? Es gibt über 300 Pokémon und ich kriege Scheinhocks. Pass auf, bei dir kommt jetzt ein Schwalbini. Der ist doch geriggt. Ja, es existiert keine pure Randomness. Moment, aber jetzt habe ich Angst, es umzubringen. Ich mach mal Rauchwolke. Ja, ich denke an den Spitznamen. Wer möchte denn unser zweites Pokémon-Pärchen sein? Warte erst mal, ob ich überhaupt das Pokémon fange. Trotzdem, irgendwann. Wobei, stimmt, dann muss ich meins ja weggeben. Ja, das ist korrekt. Oh, ein Rabaut. Oh, das ist krass. Aber das Problem ist... Wie entwickelt sich denn das? Freundschaft. Nee, ich glaube sogar nicht Freundschaft. Warte. 20. Du hättest dich einig. Durch Stats, Level 10, Level 20. Ja, auf Level 20 entwickelt sich Rabauts. Ich mein, hier ist es egal, aber je nachdem, ob, wenn Angriff hoch ist, wird es zu Nokchan, nee, Kikli, wenn Verteidigung hoch ist, zu Nokchan und wenn beides gleich ist, zu Kapuera. Okay. Jetzt muss ich es halt nur noch fangen, ne? Easy. Achtung, nicht durch Spammen. Und wenn, dann A-Spammen. Trotz Paralyse. Gen 2 hatte noch Bugs bei Fangraten, aber ich glaube Gen 4 nicht mehr. Keine Entschuldigung. Es will nicht drinbleiben, Leo. Du hast noch genug Bälle. Noch zwei. So, wer will Scheinux und Rabauts sein? Außer der... Das muss drinbleiben. Du bist... Es ist paralysiert. Ja. Ah! Wehe. Wehe. Du schaffst es jetzt nicht. Wofür hast du ein Ampharos? Mach mal... Mach mal Donnershock. Nee, er ist tot. Wehe. Oh, schon! Warte. Kein Scheinux für dich. Auch für dich nix, weil du in fünf Bällen kein paralysiertes Rabauts bekommst. Was ist denn da los? Wehe, das überlebt jetzt. Okay. Das wäre so geil. Ein Kappi. Okay, dann nenne ich dich Fail. Ach ja. Du kriegst das Entscheidungsanle einfach nicht heute. Aber ist das ein echt nicht schlechtes Pokémon? Naja, wenigstens... Das Kikugi hättest du wahrscheinlich gefangen. Ja, wahrscheinlich. Warte, wir gehen direkt auf die Route nach oben. Ich hab keine Pokébälle. Ich muss erst welche kaufen. Oh Gott. Ich hab noch vier. Ich geh auch welche kaufen. Oh, ein Raupi. Das wär gut gewesen. Ich hab's mal gefangen. Ja, aber... Ja, auf Level 9. Du bist schon auf Level 10 jetzt. Ja. Aber gut, ich hätt's ja... Das Kravums hat einfach zwei Level-Ups gegeben. Hat Rabauts so eine krasse Catch-Rate oder was? Na, scheinbar. Das ist ein Baby. Raupi ist gut, weil es sich auf Level 7 entwickelt. Und dann könnte es sich zu einem Garados entwickeln. Wir haben Rando Evolutions. Wie mein Englischlehrer immer gesagt hat. Meftu. Meftu. Oze, poze. Ich muss fliehen. Ich trau nie wieder zu erpurzen. Alle drei Schritte kommt irgendwas. Es ist nur Scheinux. Das heißt, ich hab hier Scheinux, Huthut und Zirpurze. Ich soll mal wieder speichern, oder? Meinst, nachdem wir einen fetten Fail hatten? Du, 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 einen fetten Fail hattest. Ich? Fünf Bälle und ein paralysiertes Rabauts. Das kann, das muss ein Skill-Issue sein. Ich gucke jetzt, ich gucke jetzt die Catch-Rate von Rabauts an. Oh, Katastrophe. Nee, Raupi Hornley ist ein Level 7. Ziemlich sicher. 17,5 Prozent. 75er Catch-Rate. Es ist auf jeden Fall schlimmer als jetzt Raupi oder sowas. So, Bälle kaufen. Aber es ist jetzt auch kein Leggy. Immer 10 Stück wegen Premiereball, ne? Nee, Raupi und Hornley sind Level 7 und Level 10. Und, ich weiß nicht, wie es bei Schalocco und Panikon ist. Ich glaube, genauso. Oder da ist es Level 10 und Level 12 vielleicht. Irgendwie sowas gibt's auch. Ich bin leicht sauer, dass ich das jetzt nicht fangen durfte. Ich geh mal in die Route nach oben und guck, was ich da finde. und? Aha, ist es das schon? Funfi. Funpi. Zeig doch. Okay, wann entwickelt sich das? Weiß ich nicht. 25, 30, irgendwie sowas. Ach, stimmt, Donnerwelle geht auf den gar nicht, Nee, er ist ein Boden-Pokémon. Ah, es ist paralysiert, sehr gut. Weil du Statik hast. Irrer, richtig. Geil, das wusste ich nicht, dass es, es wäre ja logisch, dass es dann trotzdem nicht paralysiert werden kann. Das war mein, das war mein Plan die ganze Zeit. Ach stimmt, es gibt ja auch nicht Elektro-Paralyse-Attacken. Wie Giftblick. Das ist Level 2, wenn ich das jetzt nicht fange, dann weiß ich auch nicht. Mach mal Tackle. Ich muss meinen Scheinux noch weglegen, deswegen bin ich noch nicht da. Level 25, das dauert ja ewig und drei Jahre. Aber Funpea ist gut, dann hast du jetzt ein Boden-Pokémon. Das heißt, ich darf kein Boden-Pokémon fangen übrigens. Ja, aber ist es bei Rando nicht völlig egal? Wie, warum? Du meinst, weil die Evolution sich dann danach sowieso ändern kann? Jo. Alles ist hier komplett durcheinander. Meine schönen Regeln. Es möchte übrigens nicht im Ball drin bleiben. Du hast zehn Bälle. Das kann nicht sein. Funpea, warte, ich gucke jetzt vorher, was es für eine Catchrate hat. Funpea hat eine Catchrate von 120. Also die ist um neun besser als die von Rabautz. So, ich kriege ein. Was ist mit deinem Funpea los? Ich habe, nein, ist das auch ein Boden-Pokémon? Also heben wir die Regel jetzt ernsthaft auf. Ja, habe ich schon gesagt. Weil sonst dürftest du jetzt auch das Funpea nicht fangen. Okay, wir fangen wir einfach. Traue ich mich, einen Tackle zu machen? Ey, er hat's. Jetzt muss ich mal eins anfangen. Mina, vielen Dank für deinen Sub. Dankeschön. Hauptnase wirkt verzweifelt. Nicht mehr, jetzt ist er wieder. Ich meine, genau genommen müssten wir die beiden jetzt wieder wegschmeißen, weil sie beide Boden sind. Aber anscheinend sind Regeln uns nicht mehr wichtig hier in diesem Stream. Nein, diese Regel macht doch beim Randomize überhaupt keinen Sinn. Ja doch, weil jetzt halt Kacke wäre. Die entwickeln sich sowieso in was komplett anderes. Ja, aber erst in 30 Stunden beziehungsweise in den nächsten fünf Resets. Wenn es mich nicht umbringt, bevor ich es fange. Das wäre gut, wenn es das nicht tun würde. Ich habe halt keine Paralyse. krank. Ich traue mich halt nicht Tackle zu machen. Wobei, wahrscheinlich wird es gehen. Wobei, nee. Tackle? Nee. Wie nennen wir es? Leute, sagt mal, wer will so heißen? Samu? Alter. Das läuft mit der Catch-Rate, ne? Im letzten, im letzten kleinen bisschen immer. Dück will? Dein Name ist zu lang. Nein. Dück. Hallo, 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 Sandan. Mr. Sandan, können Sie bitte wenigstens in die Genauigkeit geschwächt? Ich habe noch zehn Bälle, das wird schon. Spiel mal weiter. Okay, also Samu oder was? Ich weiß, ich such dir einen aus. Kann nämlich Samu. Und da. Schnuppelpups. Ist auch ein guter Name. I first run. Mann, mach hinne. Klick. Ja. So, und jetzt Sandan bitte einmal kurz ins Overlay. Ach, stimmt. Ich muss ja auch. Ich muss ja auch. Samu. und jetzt, jetzt geht's los. Jetzt geht's tatsächlich endlich los. So, es geht doch schon die ganze Zeit los. Mhm. Ich glaube, hier passiert was. Oh, das ist ein süßes Sprite. Guckt euch diesen süßen Sprite an, wie es schüpfst. Mach es bitte größer. Deine sind zu klein. Irgendwie sind deine Sprites gefühlt weniger hoch aufgelöst, oder? Dann bill ich mir das ein. Ja, das ist wegen Discord. Achso, das kann auch wegen Erste. Das ist doch hier alles. Die andere Seite ist leider immer schlechter. Wegen Discord. Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Jetzt speichere ich mal. Oh ja, das ist eine gute Idee. Mach ich auch noch im nächsten Fight. Hey, ich hätte ja jetzt ein Elektro-Pokémon. Und ein Boden-Pokémon und ein Feuer-Pokémon. Voll der Luxus wäre das ja. Aber das wäre ja Quatsch. Ich meine, auf der nächsten Route können wir ja noch was fangen. Stimmt. Wir können gleich noch mal fangen. Hm. Pass auf, ich traue mich jetzt sogar gegen Zipurzu zu kämpfen. Oh ne, ich bin fast tot. Ich flüchte. Warum bin ich so tot? So viel dazu. Das Sandern hat es mir so gegeben. Aha. Neue Bälle, genau. Ja, ich brauche neue Bälle. Oh, ein Pi gibt es ja auch. Ich habe zwar, ich habe zwar noch einen Premiere-Ball, aber ja, you know. Ich kriege jetzt auf der nächsten Route eh ein Pichu. Stimmt, das kann halt echt sein. Wir haben jetzt vor allem unsere ersten richtigen Trainer-Kämpfe, wo der Trainer einfach ein Ho-Oh haben kann. Okay, zehn Pogba-Bälle, ein Premiere-Ball. Sollte ja wohl reichen. Scruzzle-Bud, danke dir für die neun. Dankeschön. Okay, was kriegen wir? Bitte kein Pichu. Kein Pichu. Ich dachte, du magst Pichu. Ja. Ja, was ist denn, wenn ich das einfach nicht fange? Dann darf, nein, 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 du musst probieren, es zu fangen. Du musst ernsthaft probieren, es zu fangen. Muss ich wirklich? Spielverderber. Moment, Pichu kann? Moment, ach, was? Elektro-Pokémon können paralysiert werden? Na klar, das weiß man doch. Nee, inzwischen ist das definitiv nicht mehr der Fall. Dann war das in Gen 4 noch so. Hey, dieses Pichu wirst du jetzt bitte bis zum Ende durchbringen und am Ende hast du so ein krasses Reitschuh, was die Top 4 macht. Nee, entwickelt sich ja zu nur was anderem. Ja, aber erst durch Freundschaft, das wird nervig. Okay, ich gehe rein. Pichu. Gib mir was Gutes. Okay, Mai. Ein Wingull. Mai, okay, Mai, na gut, okay. Mir macht es dann so ein bisschen Sorgen, weil ich auch Flug-Pokémon und sowas brauche und Pokémon, die Surfer können. Moment, aber wie fange ich dich? Ach Gott, meine Pokémon sind so stark. Ach so, wegen VMs? Was gibt es denn noch für Regeln? Also ich habe meinen Pichu gefangen. War das nicht so, dass man sich einen VMs-Sklaven fangen darf in einer Nasslog? Vor allem ein Randomizer, weil sonst ist man ja gesoftlockt. Ich glaube schon. Ja, da musst du halt so lange entwickeln, bis du einen Pokémon kannst, hast du ja verlernt. Ja, aber das ist... Irgendwann hört das ja auch auf. Das schauen wir, wenn das Problem kommt, ne? Das ist ein Zukunftsproblem. Richtig. Weil mein Pichu kann bestimmt Surfer. Tatsächlich, also Pikachu, heutzutage kann Pikachu Surfer, aber damals wahrscheinlich noch nicht. Da gab es nur das spezielle Surfer-Pikachu, ne? Ja. Aber Bingo ist tatsächlich ganz cool. Ich glaube, es entwickelt sich auf 21. Guck mal, das erkenne ich doch. Pichu sieht nach einem Verox aus. Das findest du auch, oder? Okay. Verox, willst du willst du Vingul Pichu sein? Der hat gerade keine Wahl. Vingju. In Gen 6 gibt es ja einen Grasbereich am Anfang, wo die Pokémon zu 100% drinbleiben. Ich finde, das ist ja hier schon ein bisschen übertrieben hart. Ist das so? Ja. Was ist denn das für eine langweilige Scheiße? Wie du sogar einzelne Slots machst. Warum? Wir werden nie zurückkehren. Sicher ist sicher. Weil es alle sich korrupten. Daria, hi hi. ich bin Gothic geschädigt, was Speicherstände angeht. Oh, ich brauche ja den Sprite. Oh, beziehungsweise du hast ja Vingul noch nicht gefangen. Ich muss ja noch, ich warte mal kurz. Ich kann es nicht schwächen. Wobei, mein Angriff ist krass geschwächt. Wahrscheinlich würde sogar Tackle nicht so viel Schaden machen. Weil er, mein Angriff ist auf maximal minus. Pichu. Wer hätte es denn im Randomizer einstellen können, dass jedes Pokémon alle Vms lernen kann? Ja, wo bleibt da der Spaß? Okay, ich habe es. Nice, hast du es? Ja. Ja, dann kann ich es hier auch. Vingul. So, wir müssen ständig Sprite wechseln, wenn die sich entwickeln. Wenn wir so weit kommen, ja. Wir machen heute mindestens drei Arenen. Wir haben gleich. Drei Arenen mindestens? Ja, wobei, ich glaube, die ersten zwei sind nah beieinander. Solange keine der Arenen einen Miltank mit Walzer hat, ist es ja okay. Ja, das ist die dritte dann. Aber das sollte ja kein Miltank sein. Bei unserem Glück ist das trotzdem ein Miltank. Genau. Sie hat einfach, sie kriegt einfach drei Miltanks mit Walzer. Azumarill mit Miltank. Äh, mit Walzer. Okay, was? Webox ist das? Erzählt die Höhle eigentlich dann auch als extra... Solange es ein eigener Name ist, wenn du es betrittst, dann ist es ein eigenes Ding, ja. Okay. Aber alle Höhlen haben eigentlich einen eigenen Namen. Straffer Zeitplan 3 Arena. Du, Kasia City ist nicht so weit weg. Trau ich mich weiter, der hätte mir glaube ich wehgetan. Scheiß auf Milton. Das Sandern mit Walzer kontert gut. Genau ich lerne Walzer. Haha. Oh oh, er traut sich in den ersten Trainerkampf. Ich traue mich. Ich mache einfach. Was kann schon Schlimmes auf uns warten? Geduld. T-Naga Julian. Ein Happy Tag. Easy. Lame. Übrigens, Jenny, Dankeschön für den Sub. Dankeschön. Und 16 Bitgirls. Oha. Dankeschön für den Raid. 16 Bitgirls. Wart ihr mal 17? Okay, mir fällt kein dummer Bits ein. Danke. Oh ja, Junge, Telefonnummer geben. Let's go. Nein, der ruft dich. Kannst du Nein sagen? Der ruft dich ständig an und nervt dich. Das ist geil. Ich telefoniere gerne. Aber ich habe gelernt, dass man schon in Gen 2 konnte man die Nummern löschen. Man konnte denen sagen, ruf mich nie wieder an, du Drecksack und auflegen. Dann lass den nicht in Ruhe. Das habe ich auch erst jetzt gelernt. Ihr seid zu zweit. Ja, aber du willst doch angerufen werden. Willst du? Willst du? Hey, Leo, ich wollte dir kurz erzählen. Ich habe gerade gegen Voltiball gekämpft. Voll cool. Okay, danke, Tenaga Moritz. Bitte ruf mich nie wieder an. Meiner hat ein Taub-Thief. Das war, äh... Ich will Glut lernen. Finden wir immer gut, wenn jemand zu zweit streamt. Ja, ja, wir streamen regelmäßig zu zweit. Wir sind auch bekannt als Nasus Mind oder Leos Nase. Das war schon immer der Trick. Auf Route 2 Kleinstein fangen. Ja, wenn das nicht randomized ist. Wir haben keine Tricks. Boah, wie er schon tauscht. Richtig taktisch kämpft die Nase. Gegen einen Nidoran. Aber deine Gegner sind bisher... Ich weiß nicht, was los ist. Habe ich irgendwie den Randomizer? Ich habe eigentlich eingestellt... Ich weiß nicht mehr, was ich eingestellt habe. Egal. Nein, gib mir ja nicht deine Nummer. Genau, heutzutage wäre das so eine 15 Minuten lange Sprachnachricht. Boah, ich hasse es so. Wenn ihr dann auch noch so während der Sprachnachricht überlegen, so... Ah, ja, warte, ich gehe kurz aus der U-Bahn raus. Dann kann ich weiter aufnehmen. Du sitzt so da und... Und wenn es dann eine Sache ist, die sie in einer Zeile geschrieben hätten. Sorry, da bin ich Boomer. Da bin ich richtig alt. Moment, Nase hat ein Ampharos und dir fällt nicht auf, dass das Randomized ist. Hallo, ich bin voll los seit Funk's Raid letztens. Funk hat mich noch nie geradet. Oh, mit wem wirst du... Da stimmt irgendwas... Mit wem wirst du mal verwechselt? Moment mal, das musstest du nochmal... Sunny Becky, das musst du nochmal... Das musst du nochmal aufarbeiten. Meinst du vielleicht Turbinator? Pokémon findest du sehr gut, aber... Ja, schau. Pappnase ist bekannt für Pokémon. Ja, ich mag auch Pokémon sehr gerne, aber nur die... Nur die alten Generationen. Blip, blip. Ich finde alles, was die neu machen, scheiße. Aber Funk kann mich auch gerne mal raiden, ne? Das könnt ihr ihm schon weitererzählen. Da hab ich nix dagegen. Ist das ein Kampf? Nein. Oh, Samuel ist Level 4. Du bist schon... Gibt's hier eigentlich EP-Teile? Nee, ne, Gen 4. Wo kriegt man hier ein EP-Teile? In der Radiostation, glaube ich. Oh mein Gott, wie er sich noch erinnert. Ach, Felino ist ja Boden. Schon gespeichert. Ich speichere erst wieder, wenn... Wenn wir noch ein Pokémon gefangen haben. Mein Vorriegel killt eh alles. Aber ich will Glut lernen. Ja, Couchpotet, rüber. Der kriegt ein Begrüßungslied. Easy. Nein, die gibt's nicht bei Pokémon-Streams. Ich spiel weiter. Seit wann? Ich spiel weiter. Ja, du hängst ja eh hinten dran. Moment, der hat ein Azurill. Ah, nee, es ist kein Azumarill. Alles gut, Azurill. Pokémon wechseln? Aber ich kann nicht wechseln. Die sind alle nur Level 2. Oh nein, du hast das viel besser gemacht als ich. Ah, Azurill kann keine Wasserattacke. Das passt schon. Bekommt man den EP-Teiler, wenn man die Rothaut gibt? Das kann auch sein. Das dauert aber noch ewig dann. Das dauert noch ewig. Ah, aber ich glaub, du konntest es auch im Radiuscenter gewinnen. Hm, ich glaub, wenn dann gibt's nur einen. Alle 10 Level werden die Pokémon Grandomized. Nee. Immer wenn es sich entwickeln würde. Also mein Verriegel entwickelt sich auf Level 16, dann zu einem was auch immer. Aber es ist immer ausgehend von dem, wo es sich entwickeln würde. Aber es kann halt unendlich weit gehen, indem er sich zu Raupi entwickelt. Und dann zu Hornliu. Und dann zu Safcon. Und dann wieder zu Raupi. Und dann wieder. Es kann halt ewig gehen. 14? Verriegel ist 14. Beste Wahl getroffen. Ich trau dem Pichu nicht. Oh, Mama fragt, ob sie sparen will. Mama? Geh weg. Ich kann schon die nächsten zwei Mons fangen. Ja, in der Höhle und das zweite. Warte, ist das eine neue Route? Wo wäre das zweite? Doch hier, Route 31. Ach, das ist eine neue Route? Ja, guck, ja. Oh, oh. Bin ich da einem Pokémon begegnet, Chat? Nein. Wo warst du? Bin ich da einem Pokémon begegnet? Bist du durch schon? Oder was? Wo bist du? Ja, ja, ich bin schon beim Trainer. Ich bin kurz vor der Stadt. Bin ich da einem Pokémon begegnet, Chat? Sag schnell. Ah, Clip. Zurück. Gott anschauen. Du bist komplett durch das Gras hier durch, ohne dass ein Pokémon gekommen ist. Ich glaube schon. Ich wusste nicht, dass das eine neue Route ist. Wir spielen auf dem Emulator. Das ist ein Randomizer. Nein, bin ich nicht. Geil. Geil. Ernsthaft? Ich bin keinem Pokémon begegnet. Du musst gucken, wenn die Route sich wechselt. Ich kriege das doch nicht mit. Route 31. Okay. Dann, äh, boah, ich wäre so sauer. Aber gut, dann ist das jetzt hier mein erstes Mon. Oh, shit. Das kann sie nicht entwickeln. Ich will das nicht. Das kann sich nicht entwickeln. Was sind das für Drecks-Pokémon, die hier kommen? Ich hab halt echt nicht aufgepasst, Chat. Gab ich es killen? Nein, okay. Auf jeden Fall. Darf ich fragen, was ihr spielt? Das ist ein Emulator auf dem PC, weil wir machen eine sogenannte Soul-Link-Challenge. Aber deswegen muss es nicht Emulator sein. Wegen Randomizer muss es Emulator sein. Ein Randomizer, ja. Weil auch Randomized ist. Gut, fang ich das Vadribi. Oh, ich hab nur noch fünf Bälle. Hey, du wolltest eh keins hier fangen auf der Route. Es wäre ja nicht so schlimm, wenn das jetzt nicht klappt. Um die Poké-Bälle ist es schade. Hoffentlich kriegst du wenigstens was Gutes. Aber ist es nicht auch so, dass wenn ich das Vadribi auf dem PC tue, musst du deins auch auf dem PC tun? Das ist logisch, ne? Also, sonst macht es ja keinen Sinn. Die sind ja gelinkt. Weiß das jemand? Wo sind die Soul-Link-Profis? Wo bist du? Ich gebe allen Leuten meine Telefon. Aber wenn du kurz vor der Stadt bist, dann bist du doch auf Route 31. Ja, aber das habe ich ja nicht mitbekommen, dass das eine neue Route ist. Ja, aber dann hast du ja schon die ganze Zeit Pokémon da nicht gefangen. Ne, ich habe keinen Encounter gehabt. Ja, wo bist du denn jetzt gerade? Ja, hier quasi. Da oben ist die Höhle. Da ist nur dieses Gras dazwischen. Geh mal kurz in die Höhle rein. Warte, warte. Geh in die Höhle rein. Nur kurz. Du musst nicht rein und raus. Dann kommt kein Encounter. Also, ich verbreite hier Poké-Bälle. Geh wir raus. Route 31. Was sagt ihr denn die ganze Zeit? Genau, aber ich habe hier noch keinen Encounter gehabt. Wo hast du dann gerade das Peach-Encounter? Ich habe gegen den Trainer hier gekämpft. Ach so. Ach krass. Ach so. Hä, warum haben alle bei dir Peach-Us? Hä? Ach so, ich denke mir die ganze Zeit, er kämpft doch gegen Sachen. Okay. Ja, dann. Okay, ja, spar dir die Poké-Bälle. Wenn das nicht drin bleibt, musst du nicht reingehen. Ja, ja, ich warte mal gerade auf dich, ob du das fängst. Ich muss... Ich fange den Dreck nur, damit du was Cooles fangen kannst. Ich will das Ding nicht. Aber ich habe noch zwei Bälle. Deswegen warte ich kurz. Aber ich kann ja schon mal in den Encounter rein. Oh Gott. Dann kann ich sauer sein, wenn du es jetzt nicht fängst und dass was Geiles ist. Oh mein Gott, fang es! Fang es! Sonst bin ich den Rest des Streams wütend. Es entwickelt sich eher auf 16 zu was anderem. Egal! Kriegt er einfach einen Starter im Gras. Was soll ich denn tun? Soll ich mich trauen? Ich habe nur noch einen Ball. Ich könnte jetzt nochmal Tackle machen, aber das überlebt nicht. Nee, Tackle überlebt es nicht. Ich habe nur noch einen Ball. Der eine Ball. Don't stop believing. Das ist dein, mein Rabaus. Come on. Nein! Oh, okay. Ich muss es töten. Schade. So viel Poké-Bälle verschwendet. Oh! So viel Bälle verschwendet. Aber in der Höhe können wir ja noch was fangen. Ja. So viel Bälle verschwendet. Ich muss erst in die Stadt gehen. Achso, warum mach ich... Ey, ich bin überhaupt nicht bei der Sache. Ich mache Donnerschock auf in Divi und wundere mich, dass es so wenig Schaden macht. Donnerschock ist aber normal. Also es ist keine schlechte Attacke. Ich habe Angst um meinen Verriegel. Kein Indivier für uns. Es tut mir so leid, aber dieses Vadribi war es auch gar nicht wert. Nee, muss man auch sagen, das war echt scheiße. Ich kann Glut. Ich kann alles anzünden. Okay, ich nehme jetzt Trank. Ich habe Angst, dass ich meine anderen Level-2-Pokémon verliere, wenn ich sie einsetze. Aber irgendwann muss ich sie trainieren. Ja, ich trainiere sie halt hier, weil da nicht so viel passieren kann. Selbst wenn ein Pokémon kommt, wo man aus irgendeinem Grund, wenn es ein Wesen hat, wo man nicht wechseln kann oder so. Gibt es ja andere. Ein Wesen. Achso, ja, stimmt, ja. Es gibt ein Wesen. Ich kenne mich doch aus mit Pokémon. Bei dem man nicht flüchten kann. Was kann denn mein Verox? Oh nein. Der Almkron. Stell dir vor, das wäre das Erste gewesen. Kann ich flug? Hey, das gilt nicht. Verox, du kannst leider nix. Ich muss vollriegel rufen. Du kannst nichts. Du kannst Aquaknarre. Ich bräuchte einen Piekser. Oder wie er früher hieß, Schnabel. So, ich hoffe, ich habe genug Moneten. Das ist übrigens nicht der Pokémon-Markt, das ist die Arena. Direkt vorgehen. Hallo. Hallo. Ich bin der Nase. Das sollte Falk sein. Ich habe absolut kein Geld. Haben die Trainer nix gegeben? Eigentlich. Hast du bei, die Mutter hat vorhin angerufen, hast du da gesagt, die soll das Geld sparen? Ja, na klar. Dann hat die dein Geld. Ja, ich habe neun Pokébälle und einen Premiere-Ball. Das wird schon klappen. Das reicht. Gehst du jetzt direkt in die Höhle? Dann machen wir erst Arena-Leiter. Ich gehe jetzt in die Höhle. Ich gehe in die Höhle, ja. Oh Gott. Was wird das? Wir brauchen doch mehr Pokémon. Endlich sagt es richtig. Was sage ich normalerweise? Pokémon. Pokémon. Ist daran falsch? Pokémon. Stimmt, Knofenzer-Turm gibt es auch. Stimmt. Ja, da gibt es eigentlich viele Knofenzer. Mal schauen, was es da gibt. Soll ich einfach auch? Aber ich habe keine Pokébälle mehr. Ich kann nämlich was richtig Geiles. Passt auf, was richtig Geiles ist. Pipi. Wow. Wo gibt es Mondsteine? Wahrscheinlich in dem Berg drin. Ich kann doch bestimmt einen Tackle machen, oder? Ohne, dass ich verrecke. Kann Pipi auf Level 3 Metronom? Nee. Ich glaube schon, dass du Tackle machen kannst. Ah, ja. Aber Pipi ist gut. Also wenn du einen Mondstein hast, hast du direkt was anderes und Pipi ist auch ein kleiner Tank. Pascal, vielen, vielen Dank für dein Tier. Für dein Tier. Für dein Tier 2. Danke. Ich wäre gerade fast geflüchtet. Hör auf. Du spielst noch nicht so lange, dass du jetzt Muscle Memory in dem Spiel hast. Ja, PC wie Emulator wegen Randomizer. Oh, ein Barsch war. Geil. Ich Aqua knarre ich so krass und ich kriege so viel so viel XP, oder? Mist. Der Plan ist nicht aufgegangen. Ich habe hier auch noch Pokémon SoulSilver Original verpackt. Nicht so, dass ich das Spiel nicht besitzen würde. Auch nicht eingeschweißt. Sogar noch mit Poké Walker. Die sind halt wirklich besonders und sehr selten. Ich habe noch nie einen Poké Walker gehabt. Endlich Leo und eine Soul Link. Endlich Leo und eine Soul Link. Ja, erklär mal Leo. Ich bin einfach nicht gut in Kämpfen. Aber ich habe heute noch keinen großen Fehler gemacht. Außer, dass ich eine Geduld nicht mitgekriegt habe und eine Geduld falsch eingeschätzt habe. Aber ich habe noch nicht die großen Butzer gebaut. Ich auch nicht. Nö. Das ist ja der erste Run hier. Okay. Arschbar kann übrigens nur platschen. Das ist ganz geil. Ich habe es gefangen. Okay. Ich muss leider zuerst Poké Bälle kaufen. Das war Dribi. Wollte sie alle. Wer will Pipi und was auch immer ich kriege? Ja, wer will Pipi sein? Wer von euch möchte den Pipi sein? Ich bitte. Der Keros. Keros. Pass das rein? Keros passt rein. Nö, glaube ich nicht. Dann machen wir es so. Wobei? Kär. RR. Come on. Verox, entwickel dich. Level 4. Keros. Warte, bis die Boss-KI getriggert. Ach. Ja. Keros hat den größten Piep. Das kommt schon wieder rabaust. Die haben alle die gleichen Pokémon hier. Ich glaube, ich habe es schlecht eingestellt. Der hat 4 Pokémon. Hm. Ich will Schnabel. Ich will Schnabel. Oh, ein Knackleon. Oh. Oh. Das ist natürlich geil. Aber das ist nicht wild, oder? Doch. Doch. Oh. Du darfst nicht füllen. Du hast Pipi. Ich kann das Pokémon nicht tauschen. Das hat genau das Wesen. Echt? Knackleon hat das Wesen, das du nicht... Oh nein. Du schaffst es. Kannst du flüchten? Du musst flüchten können. Oder ist das auch gegen Flüchten? Weiß ich nicht. Flücht. Oh. Ich gucke los. Knackleon hat die... Okay. Hast du keine Bodenattacke? Oh nein. Du hast nicht mal einen Stab-Angriff. Ich meine, du könntest jetzt sagen, ich mache sau viel Einigler, dass es halt ewig dauert. Was macht Schnüffler? Du könntest halt Einigler und Heuler spammen und dann halt tacklen. Kann sein, dass Knackleon aber auch nichts kann, außer Sandwirbel. Das ist kein Wesen, sondern eine Fähigkeit. Wesen ist... So, was kann dieses Knackleon? Okay, du hast... Das kann bis auf Level 3 schon. Doch, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Ja, das müsste gehen. Aber dann gehen nie wieder in diese Höhle zurück. Das war nicht auf der Höhle, das war im Gras. Ach, auch im Gras auch noch. Oh, ein Felino? Aber habe ich es nicht gesagt? Habe ich es nicht gesagt? Ja, ich habe nicht gedacht, dass Knackleon so eine Fähigkeit schon hat. Es ist quasi, es fängt dich in seinem Sandsturmwirbel. Dieses Felino ist auf Level 2. Komm, Verox, das schaffst du. Dabei. Ist Felino schon Boden? Mal schauen. Und, äh, Kremsch, vielen Dank für den Follow. Danke schön. Felino, bist du Boden? Nein. Äh, du musst deinen Pipi noch, wobei, du brauchst deinen Pipi noch nicht einsetzen. Ja, ich warte, bis du es hast. Anscheinend ist es nicht Boden, weil es hat keine sehr effektive Attacke. Weil Wasser gegen Wasser sollte neutral sein. Aber da steht nichts von sehr effektiv. Ich glaube, nur Mauler hat das Boden. Darf man helfen? Ja, oder? Was willst du denn helfen? Ich wüsste nicht, wie du uns noch helfen kannst, aber... Also, mit einem Sub-Gift kann man immer helfen, Leo. Ich weiß nicht. Prime is not a crime, sagt man doch so. Immer diese geldgeilen Streamer. Wie viele Pokémon hat er? Schalocco. Schalocco kann doch nichts, oder? Nö, eigentlich nicht. Felino ist Boden plus Wasser. Da ist ein Wasserattack neutral effektiv. Wegen Wasser, oder was? Hä, Wasser gegen Wasser ist nicht effektiv? Ich dachte, Wasser gegen Wasser ist neutral. Chaos hat irgendein Item. Mondstein? Eine Yonago-Beere. Yonago-Beere macht AP wieder. Füllt AP auf. Achso, deswegen hast du gefragt. Ja, ja, klar. Das kannst du schon sagen. Welcher Typ und so. Aber eigentlich, das ist mir neu. Es kann ja sein. Es ist mir nur neu, dass Wasser gegen Wasser nicht effektiv ist. Paldea-Felinus auch Wasserboden. Sicher? Sollte das nicht Wasser, äh, Bodengift sein? Nein, ich will nicht deine Telefonnummer. Oh, ein, was auch immer das ist. Vonera. Auch Freundschafts, Freundschaftsentwicklung. Freundschaftsentwicklung? Oder, oder ist Vonera eine Steinentwicklung? Ey, Vonera, Freundschaftsentwicklung, die sind so Käse. Wer macht denn Freundschaft? Alle drei Grundelemente sind auf sich selbst nicht effektiv? Echt? Okay. Schau, Vogelprofi. Ovalstein ist Vonera, genau. Den musst du erst mal finden. Ja, man nennt ihn auch Professor Milka. Versteht ihr, wegen Professor Lind? Professor Milka? Trashflegel, war das eine gute Attacke? Besser als das, was du hast. Oh mein Gott, ich hab Missingno. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Was ist denn? What have you done? Ich hab ganz normal. Mein Ebulator ist schuld, das ist deine ROM. So nämlich. Warum? Hä, das ist ein Standard Randomizer, den jeder benutzt? Ja, ja, was geht denn hier kaputt? Ich darf behaupten, ich speicher hier mal lieber wieder. Ja, mach das. Ich speicher aber erst, wenn ich hier rausgegangen bin, bevor sich das, vor der Virus sich vorbei, aber es sieht cool aus. Keine Angst, Leute, es ist gleich wieder vorbei. Schau, alles wieder gut. Und hier im Pokémon Center sieht auch wieder alles normal aus. Schau, alles easy. Ja, also ich hatte das noch nie, muss ich an der Stelle sagen. Ich speicher ganz schnell. Nö, dein Spiel ist noch abgestößt. Ja, von deiner ROM. Wie du angenommen hast. Also als ich meine ROMs randomizeit, wäre random, ist das noch nie passiert. Ich lasse meine Helde quasi in Unschuld. Alles eine Lernkurve. Ist hier nicht auch dieses Aquana Flamara, ist das nicht die Stadt? Nee, spätere Stadt. Viel später. Viel später. Aber nebenan. Vierter Orden. Ja, aber die ist gleich über uns, da kommen wir noch nicht hin. Links von uns. Nee, weil da gehen wir jetzt lang. Über uns. Nee, die Stadt ist links von uns. Aber wir gehen jetzt nach links. Da kann sie nicht sein. Nee, wir gehen nach unten. Wir gehen nach unten, um dann links zu sein. Die ist über uns. Okay, jetzt helft mir doch mal. Auf jeden Fall. Ich kaufe, ich habe echt kein Geld. Die haben einem null Geld gegeben. Was sind denn das für sparsame Trainer? Kinder halt. Alle kein Geld, die Kinder. Pummeluf kann natürlich sagen, ich habe jetzt fünf Pokébälle. Damit gehe ich jetzt hoffentlich. Ich kann ja mal ein anderes Pokémon an erster Stelle tun, dass es nicht sofort killt. KC, du musst aufwachen. Du kommst schon zu spät zur Schule. Okay, Encounter. Ich nehme, aber wenn bei mir jetzt da auch so ein Knackleon ist. Was mache ich denn? Nee, ich bleibe bei Vollriegel und wenn es was... Nee, alles gut. Ich gehe einfach rein. Keine Ahnung. Ich gehe einfach rein. So, darf die Nase Ich habe schon vergessen, was du gefangen hast. Ihr seid Pixi behalten. Pipi. Pipi. Irgendwie ist, glaube ich, mein Spiegel abgestoßen. Hä? Ich sehe gar nichts? Sieht man nicht wenigstens den Eingang? Doch, eigentlich siehst du den Eingang. Bei mir ist schwarz. Bei mir klappt das auch. Aber ich kann hin und her laufen. Bei mir sieht man nicht mal den Eingang. Was ist hier... Was? Okay. Boah, ein krasses Radfraat. Hallo, Superzahn, Superzahn, Hyperzahn, gute Attacken. Die lernst du noch nicht, weil es sich bei 21 entwickelt. Kannst der Entwicklung abbrechen. Warum ist mein Verox draußen? Ich habe Vollriegel an erster Stelle. Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Hält das eine Aquaknarre aus? Nee, ich schmeiß einfach. Wenn das jetzt nicht drin bleibt, tut es mir leid um deinen Pipi. Ja, gutes Pipi ist es. Schon wieder ein Grafik-Bug. Aber was ist denn los? Das ist ein DS-Spiel und kein Switch-Spiel. Hat er nicht gesagt. Ich will kein Radfraat. Ein paar Pokémon setzen halt auch Attacken ein, die kenne ich gar nicht. Rechte Hand, Rabaust, konnte ich noch nie gehört. Rechte Hand ist, wenn du Doppelkampf hast, dann unterstützt rechte Hand deinen Partner-Pokémon. Das heißt, das war gerade komplett sinnlos, dass Rabaust das gemacht hat. Ich habe es. Wir dürfen sie einfügen. Wie nennen wir das? Welcher Name war das? Ich glaube, Verox, oder? Nee, nee, nee. Keros. Keros, Zeros. Pipi. Radfratz, ey. Wo bleiben die Legis? Das stimmt irgendwas nicht. In Pipi. Und ist Gengar wirklich nur ein Geist von Pipi? Was? Gibt's doch die... Von der Lore habe ich noch nie was gehört. Weil die so einen ganz ähnlichen Sprite haben, Gengar und Pipi. Naja. Doch, aber doch. Naja. Also Gengar könnte auch ein Schatten von Pipi sein. Naja. Oder von Pixi. Ach, das weiß doch ich nicht. Naja. Doch, 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 doch. Das ist genauso, wie die Leute sagen, dass Ditto und Mew was miteinander zu tun haben. Ein Ampharos ist so klein. Natürlich haben die miteinander zu tun. Nein, haben sie nicht. Natürlich. Nein. Natürlich. Nein. Doch. Es ist bestätigt von Pokémon, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Ja, die haben aber keine Ahnung. Ja. So, warum ist hier Black Screen? Auf die Aussage gebe ich gar nichts, weil Remedy, die Entwickler von Alan Wake, sagen auch, dass Quantum Break nicht zum Remedy-Universum dazugehört, weil sie die Lizenz nicht haben. Aber in Alan Wake 2 gibt es so viele Anspielungen auf Quantum Break, dass ich denen nichts glaube. das sagen die nur, damit sie nicht verklagt werden. Wen soll Pokémon verklagen? Sich selber? Das würden die machen, wenn es Geld bringen würde. Ja, das stimmt. Ähm, okay, Radfraz, cool. Jetzt müssen wir so lang trainieren, bis wir den Arena-Leiter schaffen. Ein gelbes Gengar ist ein Pipi-Geist. Ja, okay. Dafür hast du dir eigentlich fast VIP verdient, Nudel. Aber nur fast. Oh, hier ist ein Skunkapu. Mal was anderes, wenigstens. Soll ich mal zum Arena-Leiter gehen? Traust du dich? Also der hat glaube ich nicht so ein hohes Level. Ich glaube Level 10. Aber ich weiß nicht, was er für Pokémon hat. Level 10 Pokémon. Keine Flug-Pokémon auf jeden Fall, glaube ich. Aber der Arena-Leiter ist doch eh nicht da, oder? Ist er noch nicht da? Muss man erst den Knochen-Fensterturm in der Edition machen? Jajaja. Aber das war auch so. Das war auch schon immer so. Nö. Doch, du machst zuerst den... Ne, war nur optional, oder? Ne, weil da ist, da ist, da ist, Knochen-Fensterturm muss man machen. Ne, Quatsch, oder? Chat, sag mal schon. Ich habe einen Pokéball. Doch. Ne, Chat, oder? Sammeln wir eigentlich Bären ein? Okay. Okay, dann gehe ich jetzt in den Knochen-Fensterturm und dann bin ich dabei. Wanderer, vielen Dank für deinen Raid. Hallo. Ach, Funpi hat ein Mitname, deswegen hattest du ein Item. Ach ne, Pipi hat ein Item. Ey, ich habe einen Scheinlux gefunden. Los, fang's, fang's ruhig, dann schauen wir mal, was ich mache. Geh's ruhig fangen, komm. Mal gucken, ob's im Beutel drin bleibt, ohne dass ich schwäche. Nein, Mew, Mewtwo und Ditto haben nix miteinander zu tun. Och. Es sind nur die Fans, die sich was rein interpretieren. Aber es ist auch logisch, die Fan-Theorie ist logisch, aber Pokémon hat im Interview selber gesagt, nee, nette Theorie, aber es sind komplett zwei unterschiedliche Pokémon. Sie sehen nur gleich aus, haben die gleichen Stats, haben die gleiche Farbe, die gleiche Shiny-Farbe, aber sie haben nix miteinander zu tun. Ja, ja, sie haben es. Wenn du es so erklärst, klingt es doch glaubwürdig. Ja, es ist halt so. Sie haben die gleichen Stats, Du kannst jetzt sagen, dass Masuda gelogen hat im Interview, das kannst du natürlich behaupten. Vielleicht. Das geht wie bei einem Verhör vor Gericht. Ich sage ja bloß, was... Sie waren in der Tatnacht beim Opfer. Jawohl. Ihre Fingerabdrücke sind auf dem Messer. Jawohl. Sie sagen auch, sie haben auf das Opfer eingestochen. Jawohl. Aber sie sind unschuldig. Genau. Ja, du kannst halt jetzt sagen, dass die Person lügt, aber es wurde trotzdem gesagt. Ich meine, ich glaube, es ist ein Obergeschoss, ne? Ich weiß noch, hier habe ich mal eine Solink gemacht, äh, nicht eine Solink, eine Nusslock gemacht und hier bin ich draufgegangen und habe die wieder weitergespielt. Sehr gut. Im Turm gegen einen Reggie Drago, glaube ich, hatte der. Reggie, äh, Gigas. Warum kommt hier nichts? Muss ich noch eins weiter hoch? Ne, hier kommt eigentlich was. Okay. Die Encounter-Rate ist halt relativ niedrig. Ja. Okay, mein Encounter ist ein Diktar. Was ist denn hier los? Warum ist das alles das Gleiche? Ja, aber gut, nehme ich Diktar. Es kommt alles zusammen. Der Kreis schließt sich am Ende. Agua-Knarre? Ähm, was mache ich denn jetzt? Nichts? Ich kann nichts machen. Ich muss einfach Bälle schmeißen. Ah, ich habe so Bock, dass du das Scheinungs nicht behalten darfst. Ich kann nichts tun. Ich kann keine Aqua-Knarre machen. Ist das nicht eine Koop-Challenge hier? Aber ich kann keine Aqua-Knarre machen. Ich kann kein, ich kann kein Glut machen und Tackle wird zwar, ich meine, vielleicht überlebt es ein Tackle von Vollriegel, aber ich habe halt danach keine Pokébälle mehr und ich habe auch kein Geld mehr. Machst du jetzt wirklich den Turm? Ich kann mich erinnern, dass der Turm schwer ist, weil es echt viele sind. Der Turm war doch nicht schwer. Naja, aber jetzt kommt halt du hast einen Starter vor dir. Oh, ich habe Adler-Auge als Fähigkeit. Ist genauso wie Ash, der Klon von Rot ist? Ja, dagegen sagt ja keiner was. Oh oh. Oh oh. Ein Oh-Wei. Oh-Wei, Oh-Wei. Oh, Dick da. Bleib drin. Oh wei. Ich sehe schon, ich darf mein Nudelink nicht behalten. Oh nein. Es tut mir leid, aber oh je, Miné. Soll ich vor dem letzten, okay, warte, ich habe noch einen Ball, aber vor dem letzten Ball probiere ich jetzt einen Tackle aus, ob es den Tackle überlebt. Tja, Nudelink. Warte, wie viele Bälle habe ich noch? Ich habe noch einen Ball. Nice. Let's go. Also, ich habe halt Angst, dass Ceros und Samuel sterben. Deswegen muss ich meinen vor Riegel nehmen. bei Aquaknare, da stimmt es auf jeden Fall. Aber vielleicht überlebt es einen Tackle. Das ist kein Step und das ist nicht effektiv. Ich glaube, die Chance ist, ich habe keine Ahnung. Mal schauen. Überlebst du einen Tackle? ich habe noch eine Zugabe. Oh, Nivoli. Geil. Okay, warum habe ich so Angst vor Tackle? Schau mal, das ist ja gar nichts. Ja, wahrscheinlich machst du jetzt als nächstes Volltreffer, wo du es gesagt hast. Okay, jetzt kommt der letzte Pokéball. Darfst du dein Schein-Nux behalten, das mir vorhin genommen wurde? Ich glaube, die Galaxie will nicht, dass wir ein Schein-Nux haben. Ha. Nudeling, du bleibst im Team. Ich spiele halt Korob hier. Ich mache es halt dem Partner nicht schwer. Wer hat bis jetzt das bessere Team? Ich meine, du hast immer noch einen Ampharos. Woher auch immer dieses Ampharos kam. Und ich habe nur Low-Level. Passt schon. Was ist der Name? Nudeling. Passt das rein? Ja. Nudeling. Ink, so wie Tinte. Ah ja. Scheinbar. Nudeling. New York City. Ja, fast richtig geschrieben. Ich muss mehr die Klappe halten. So. Halt, ich muss noch ein... Nudeling falsch geschrieben, by the way. Habe ich? Ja. Ich habe gefragt. Nudel und dann Ink. Ja, ja, mit zwei O. Ach, Nudel. Wo ihr am Chat steht. Ja, ich habe, du warst da nicht, als ich geguckt habe. Der Wille zählt. Oder sagt ihr jetzt, nee, die beiden müssen gelöscht werden. Natürlich sagt der Chat das. Dick da. Du musst Entscheidungs einfügen. Die Leute verstehen doch sonst nicht, was los ist. Nö, Couch Potato, das ist komplett random gewählt. Ja. Nudel. Ach so, ich brauche ja auch noch einen Schein-Nux. Stimmt. Schein-Nux. Weil ich Schein-Nux gar nicht so toll finde. Das ist so... Aber das wird so was Coolem. Aber klar, das ist jetzt nicht, aber es wird halt zu einem Lux-Dra. Ja, es ist halt ein gutes Elektro-Pokémon. Ja, ich habe schon ein gutes Elektro-Pokémon. Das stimmt tatsächlich. Noch. Wobei, du entwickelst dich nicht. Oh mein Gott, du hast immer für immer einen Ampharos. Das ist korrekt. Du bist viel zu OP. Ach. Passt schon. Ja, löscht das zur gefühlte zehnte Schein-Nux. Das ist halt echt das dritte einfach. Ich, dann er, dann ich. Ne, ich, ich und jetzt er. Okay, ich mache das jetzt ganz vorsichtig hier. Ich heile mich und dann trainiere ich meinen anderen Pokémon in diesem fetten Turm. Und dann werden wir gleich noch sehen, zu was sich vollriegel entwickelt. Und wenn es ein Raupi ist, dann quitte ich. Aber es entwickelt sich dann sehr früh wieder weiter. Okay, ja. Das ist ja das Gute. Also wenn du, wenn du Low-Level-Pokémon bekommst, dann hast du eine Chance, was Geiles zu bekommen. Ja. Aber was ist, wenn sich es zu Raupi entwickelt, wenn es schon über dem Level ist? Entwickelt sich trotzdem. Direkt beim nächsten. Ja, logischerweise direkt beim nächsten. Ach, stimmt. Ja, okay. Na gut. Das wäre ein Raupi mit Clout. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ja. Wie mir Wingo hinterher fliegt. Mit welches Pokémon sollte ich am ehesten trainieren? Wingo entwickelt ich, glaube ich, auf 21. Aber Radfratz entwickelt sich safe auf 21. Das kann vielleicht auch nur so ein Mandela-Effekt bei mir sein. Aber Dick, da ist ein gutes Pokémon. Schein, Lux. Hm, auch irgendwie irgendwas 20. Oder 16 sogar schon? Ich muss noch trinken. Okay. Oh, Seemobs kann Pulverschnee. Ist das gut? Ist halt heiß. Oh, du bist eingefroren. Schnell raus da. Das ist schlecht. Ja, raus da. Wechsel. Das ist ein Trainerkampf. Du kannst trotzdem wechseln. Ach so, deine anderen Pokémon sind so schwach. Ja. Also, Level 3 Seemobs. Ich taue ja auch bestimmt wieder auf. Ja, ist es in Gen 4, dass man auftaut? In Gen 1 taucht man nicht auf. Doch. Gen 1 bin ich schon aufgetaut. Was? Nein, Gen 1 ist für immer eingefroren. Hast du vergessen. Nee, ich habe schon gegen meinen Bruder damals gezockt. Da bin ich wieder aufgetaut. In Dele-Effekt. Wir können uns noch einen Encounter holen. Ja, halt dann auf der nächsten Route. Aber jetzt machen wir erst mal hier. Es bringt jetzt nicht noch ein Level 2 Pokémon im Team zu haben, glaube ich. Habe ich verdrängt? Wer hat es verdrängt? Also, in Gen 1 war das doch so, dass wenn du eingefroren bist, dann hast du Pech gehabt. Das ist ein unbrauchbares Pokémon. Doch. Nein. Das haben sie erst geändert in Gen 3 oder sowas, dass du auftauchst. Und dann haben sie es geändert, dass du mit einer Feuerattacke auftauchst. Nein. Oder? Na gut, dann gucken wir jetzt mal, wie lange du brauchst, bis du wieder auftauchst. Ich meine, hier taucht man, hier taucht, taucht, haut man auf jeden Fall auf. Taut. Haut. Ja. Das taugt. Ja, aber er lässt uns auch die Kühltruhe abgetaut und die ganze Zeit das Lied gehört abtauen, girl. Oh, mein Verox haut rein. Ich taue nicht auf. Der Watt hiervon bleibt natürlich auf Twitch und auf dem Watt-Channel, ja, bei uns beiden, glaube ich. Deswegen haben wir das ja so gemacht, dass man, dass jeder kann immer den Stream anschauen und muss nicht die andere Seite sehen können. Kannst du jetzt dein Pokémon austauschen? Das kann doch, du kannst, du wirst doch einen Seemobs besiegen auf Level 3 mit einem anderen Pokémon. Ja, aber dann macht er ja direkt wieder Pulverschnee, bin ich direkt wieder eingefroren. Nein, das war krass unwahrscheinlich, dass du einen frierst. Du hattest krasses Pech. Ja, Geduld ist auch nicht so stark. Pulverschnee friert nicht zu 100% ein. Da guck, easy peasy. Okay, das hat aber lang gedauert. Ach, ich war nie wirklich in Gefahr. Du sollst deinen anderen Pokémon trotzdem trainieren. Dein Ampharos könnte sich, okay, es wird sich nie entwickeln. Ah, du Lacke einfach. Chillast. Der hat auch einen Chillast, so wie bei dir. Und ein Blindfahr. Ich kann immer noch keine Flugattacke. Seit der dritten Generation tauchst du mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% auf. Und davor nicht, ne? Pulverschnee macht 50-50 einfrieren. Komm schon, kann jemand nachgucken, wie es ein Gen 1 war? Gen 1 wird es sich nie von alleine auftauen. Ach, das ist doch gelügigt. Ja, es war wirklich so. Wenn du eingefroren wurdest, dann konntest du das Pokémon wegschmeißen. 100% pro. Doch, eben. Und den Gen 2 eben auch. Nee. Das haben sie erst mit Gen 3 geändert. Glaubt doch dem Poké-Profi und seinem Poké-Profi-Chat. Du glaubst, wie oft ich korrigiert werde. In der zweiten das ist 9,8%. Okay, da ist es ultra selten. In Gen 1 taut man mit einer Feuertacke auf? Nee, 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 nee. Das mit der Feuertacke, das mit der Feuertacke ist relativ neu, dass man da auftaut. In Gen 1 tauchst du doch nicht mit einer Feuertacke auf. Ich sollte mal wieder speichern, by the way. Lang nicht gespeichert. Bei Pokémon Stadium wurde man auch mit einer Feuertacke aufgetaut. Wie Feuerheiler auf der Wiki steht, dass man in Gen 1 nicht auftaut. Ab Gen 2 taut man auf, ja. Aber was weiß die Wiki schon? Mondgesänge ist auch ständig falsch bei Gothic. Was ist das? Mondgesänge ist eine Gothic-Datenbank. Ach so, okay. Wo aber sehr viele Fehlertacke sind. Ich habe auch hier schon da, ich würde nicht sagen, dass ich Fehler entdeckt habe, aber Ungenauheiten, wo du nicht, wo du den Satz quasi hier und da anders interpretieren könntest. Komm, wir ziehen jetzt das hier durch. Ich mache in einem Schwung den Turm. Wir müssen schon den Turm machen. Aber was war da oben nochmal? Ist da oben Falk? Rivalenkampf. Oder? Der Rival ist auf jeden Fall oben. Und dann ist Falk zufällig in der Arena wieder. Ich meine. Ikugi. Nimmst du eigentlich Pipi jetzt an erster Stelle, weil du es magst? Weil das müsstest du ja... Ich will es ein bisschen hochtrainieren wegen Level, damit es nicht wegstirbt. Okay, weil ich hätte da gesagt, ich hätte da gesagt, das musst du am wenigsten trainieren, weil du das ja mit dem Mondstein entwickeln kannst. Aber trotzdem wäre ein Level natürlich schön. Ja, ich will es halt nicht, wenn es irgendwie durch Brülle eingewechselt wird, dass es nicht irgendwie blöd stirbt. Zum Beispiel. Aber trotzdem könntest du wieder wechseln, wenn es reingebrüht wird. Theoretisch. Außer das gegnerische Pokémon hat hier... Wie heißen die Attacke? Was war denn das? Auf... Ach, ich weiß es nicht mehr. Wegsperre ist es bei Eko... Äh, bei Voin, genau. Items sind nicht random, Schade eigentlich, so ein paar Meisterbälle finden, würde sich in der Nasslock anbieten. Ich dachte mir halt, ich mache es nicht komplett random, weil komplett randomness kannst du halt super einfach machen, aber kannst du halt auch super schwer machen. Dann findest du halt nie einen Mondstein. Lampi? Mensch, hätte ich doch einen Scheinux. Ähm... Oh, der Horrorblick plötzlich kommt. Ja, sowas. Ja. Auswegsmus. Miauts, genau. Ähm... Gott, ich bin hier ein bisschen zu risky unterwegs, weil ich... Ah, die können da alle nix. Karos haut rein mit deinem Fund, ey. Oh Gott, das kann Blubber. Okay. Ja, hast du ein gutes Pipi erwischt. Das hat einfach gerade ein Mauzi gewonnen, hätte ich... Gut, war Volltreffer, aber... Und irgendwann lernst du Metronom und dann wird's richtig random. Nee, das werde ich ganz bestimmt nicht nutzen. Geolitine, Geolitine, Geolitine. Nee, bei meinem Glück eher Explosion. Ah, stimmt. Ah, stimmt. Aber in Gen 2 oder 4 gab's, glaube ich, nur drei Attacken, die selbst K.O. machen. Inzwischen gibt's ja acht Attacken, die selbst K.O. machen oder so. Metronom ist Pflicht. Ich würde auch sagen, dass es eine Regel ist, dass du Metronom lernen musst. Und dann die letzte Attacke, die du machst in der Top 4 muss Metronom sein. Ja, ja. Oh, ein Riolu. Nasslock Challenge Metronom only. Endlich hat hier mal jemand ein cooles Pokémon. Riolu. Das hatte meiner auch. Hä? Ernsthaft? Ja. Hä? Als ob der Pool so klein ist. Das ist doch bei Brando eingestellt eigentlich. Ich hab eingestellt, dass es komplett random ist, aber die Pokémon sollen zumindest ähnlich sein der Kraft. Eigentlich sollte es da viel mehr Pokémon geben. Also es kann halt nicht sein, dass jetzt ein super starkes Lucario kommt, weil das würden wir einfach nicht schaffen. Das fällt dann einfach raus. Ich hoffe, dass ich mich zu einem Rosana entwickle. Ja, Verox. Wingull wird zu Rosana. Und dann bleibt es für immer ein Rosana. Überleg grad, wo gibt's denn den Gen 4 hier im Remake? Wo gibt's denn einen Mondstein? Ich weiß es nicht, wo der war. Aber wahrscheinlich in irgendeiner Höhle bei irgendeinem Felsen. Hm. 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 Ein Stolionier. Oh Gott, was mach ich denn gegen ein Stolionier? Feuer. Kampf. Ja. Feuer und Kampf sind gut. Und, und, äh, äh, Boden ist gut. Nee, Boden ist gut. Boden, Kampf und Feuer. Soll ich heilen gehen? Ah. Ein schaff ich noch. Ein schaff ich noch. Die letzten Worte eines Nasslockers. Ein Gegner schaff ich noch. Kann ich Donnerstock auf Stolionier machen? Ist das nur Stahl oder ist das noch Boden? Was wolltest du machen? Nee, es sollte nur Stahl sein. Du solltest Donnerstock machen können, aber Okay. Aber Elektro ist nicht effektiv gegen Stahl. Ja, macht nix. Na doch, es ist normal effektiv. Ne, äh, normal ist richtig schlecht gegen Stahl. Stolionier ist Stahlgestein. Also hör auf mir jetzt zu glauben. Es ist wirklich Stahlgestein? Also macht ja nix. Oh mein Gott, hier ist ein Kaumalad. Ich kämpfe gegen einen Drachen. Ja, easy. Du hast doch eine Fee dabei, oder? Das sollte nix können. Das sollte nix können. Ein Kusilla. Aber ich kann halt nix. Küsschen, Küsschen. Kusilla ist glaube ich auch Freundschaftsentwicklung. Kaumalad ist mega cool. Aber ich habe Angst. Weil ich, wenn ich Feuer mache, Feuer ist schlecht gegen Drache. Ja, solange es nicht Drachenwut kann, ist doch eigentlich alles okay, oder? Kaumalad ist halt auch Boden. Aber ich habe Angst, dass Verox drauf geht. Wenn es jetzt, Drachenwut kann es noch nicht können mit Level 3, aber bis wahrscheinlich. Komm, ich probiere es. Aquaknare Verox One Hit. Das killt wahrscheinlich eh. Aber Wasser ist auch schlecht. Ah ja, schau, es ist normal. Kenotheke. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Verox überlebt. Einen weiteren Tag. Hi, Sail. Na? Aber Kaumalad will ich mal in der Wildnis finden. Oh, Level 7, Riolu. Traumato, Traumato. Traumauto, Traumauto. Traumatiu. Oh, es kann Konter. Ist das gut? Konter ist halt, wenn du eine physische... Naja, es macht halt egal. Konter macht halt's. Gute Erklärung, doch, ich hab's verstanden. Also das, was halt Konter ist. Du greifst an und dann gibst die Attacke zurück doppelt so stark, glaube ich. Ein Paras. Ah, das kann paralysieren, da will ich nicht wechseln. Ach, es kommt drauf an, welches Level es hat. Na, beim Rando trau ich nie. Kaumalad kann erst ab Level 7 Drachenwut. Es kann schon mit Level 7 Drachenwut. Das ist ein bisschen OP. Hey, guck mal, ich bin paralysiert. Tatsächlich. Als hätte ich's kommen sehen. Mensch. Schau, hör einfach nicht auf mich. Was lernen die denn schon so früh krass Attacken und ich hab auf Level 10 Glut gelernt. Jetzt sind beide paralysiert. Sehr gut, das gleicht sich aus. Du hast echt eine gute Fähigkeit mit Statik. Jetzt muss ich noch mal aus dem Turm raus, weil ich will nicht mit einem paralysierten Abfahrer aus hier rumlaufen. Ich geh auch, ich hab langsam Angst. Vor allem hat der irgendwie sechs Pokémon hier. Der hatte wahrscheinlich sechs Knopfensers. Oh, du bist ja fast durch. Ja. Er ist ein Drachen, ja aber trotzdem eine 40er KP-Attacke einfach mit Level 7 schon können. Das ist das One-Shotted ja alles. Wir machen Soul Link, ja. Soul Link, Nuzlocke. Ist auch der erste Versuch heute. Ja. First Try und wir sind schon so weit. Wir haben uns Zeit gelassen, anderthalb Stunden am Anfang. Und das ist die Wahrheit. Wir würden nie nicht lügigen, dass das schon irgendwie der zweite Versuch heute wäre. Es gibt keine Beweise. Das wäre Quatsch. Lüge. Paddy, danke schön für den Raid. Gott, hatte der viele Pokémon. Jetzt muss ich auch raus. Ich habe Angst. Das heißt, du hast diese Sprungrätsel schon gemacht. Ich muss jetzt mal auf, ich muss jetzt mal auf Speed stellen. Ich kann nicht. Was für ein Sprungrätsel. In dem Turm springt man doch. Sind wir in falschen, sind wir in anderen Turmen? Weil es gibt zwei. Sind wir in unterschiedlichen Türmen? Was für ein Sprungturm? Was? Ja, NASA hat tatsächlich einfach einen Ampharos gekriegt am Anfang. Ich habe halt einfach gut gespielt. pure skill, right? Ich war einfach nett. Denke ich an den Glockenturm? Ich habe doch gerade gesehen, wie da so ein Sprungrätsel ist auf meinem Bildschirm. Im nächsten Bereich, wo ich gerade reingegangen wäre. Aber ja, der Turm mit Ho-Oh hat natürlich ein Sprungrätsel, aber ich dachte, der hier auch gut. Und ich glaube immer noch nicht, dass man im Original den Knopf-Fenster-Tour machen musste. Ich habe irgendwie im Kopf, dass der optional ist. Doch, das ist hier alles exakt gleich. Das ist ein Remake. Es ist gar nicht. Zum Beispiel die Tänzerinnen mit den Evoli-Entwicklungen, die begegnen dir schon im Wald. Das war im Original nicht so. Nämlich. Du kennst dich zu gut aus. Ich weiß das doch alles nicht. Ich habe doch das nie gespielte Spiel. Oh, der Rival ist da. Pierci ist da. Oh nein. Pierci verwendet Fluchtseil. Moment. Dann kämpfst du gar nicht gegen ihn? Nee, nee. Du kämpfst hier nur gegen den Obermacker. Mit sechs Knopfensers. Hey, ich habe wieder Missingno gefunden. Ey, was machst du denn? Keine Ahnung. Ich habe nichts. Nix habe ich gemacht. ich kann vor Diktar nicht fliehen, weil es auch wieder diese... Diktar hat es auch? Was ist denn mit dem? Furchtbar. Silber Goldwacken noch Fensterturm optional. Sag ich doch. Er gibt dir nur recht. das google ich gleich. Ich spiele gleich Goldwacken selber nebenbei auf dem Gameboy. Schau mal, wie ich meinen Verox hier richtig verwöhne mit Leveln. Ein Fluchtseil. Optional heißt, wir machen es. Anscheinend machen wir es. Ich meine, Falk ist ja nicht da. Kann sein, dass er jetzt immer noch nicht da ist. Oh, ein Pikachu. Evoli ist halt auch so ein geiles Pokémon, ey. Oh, ich habe keine Oh, aber Level 7. Warum habe ich denn keine Bodenattacke? Traue ich mich? Ich traue mich nicht. Was wäre denn Diktar? Wenn ich Diktar verliere, verlierst du Scheinux. Hm, das war schon... War schon jetzt... Hätte ich vielleicht machen sollen. Kristall? Ja, klar. Die Special Edition ist immer besser. Kristall war besser, Smaragd war besser. Also ich mag Silver lieber. Warum? Weil Lugi auf dem Cover ist. Ja. Aber das Spiel an sich ist... Kristall ist besser. Ah, ich mag... Mich nervt diese Story mit Suikun. Suikun? Suikun. Suikun. Ja, die Story nervt mich einfach. Immer wenn der Typ da rumläuft und sagt... Wow. Ist doch voll cool. Ah, der nervt, der Typ. Okay. Okay. Er hat einen fucking Diktar Level 10. What the fuck? Die Let's Go Starter gleichzeitig als Gegner. Stimmt, ich hatte Pikachu, du hattest Evoli. Ah, was kommt? Ich hab mich aufgepasst. Quiekel. Okay. Ist Quiekel schon Stein? Nee. Ist nur Eis. Aber es ist Eis. Aber es kann kein Eis. Kann es Eis? Äh, Angst. Äh, was war nochmal Phineon? Äh, 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 Phineon ist der kleine Fisch aus Gen 4. Ein sehr schöner kleiner Fisch. Ja, dann kann ich wechseln, weil das putze ich dann einfach weg. So, ich hab jetzt aufgeholt. Okay. Ach, der. Ja. Okay, mal schauen, was der bei mir hat. Der Meister. Paras. Vorsicht, der kann Stachelspore. Ich weiß, was das ist. Mir egal. Da bin ich mir sehr sicher. Mir egal. Ich, ich, ich. Mein Vorrieger hält es aus. Er ist kein Sprachelspore. Ah, Nudel, Ink, Dreckle 5 hier am Ballern. Silberblick. Jetzt aber. Und ich hab Geld gewonnen. Damit kann ich mir Pokébälle kaufen. Kikugi? Mensch, ist ja hier geschenkt. Du, 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 du. Warum bist du eigentlich so weit, so viel weiter vorne? Meditie. Mediti. Mediti. Äh, so, Fluchtseil. Kann mein Vogel endlich mal eine Vogelhatter gelernen? So, ich geh ganz kurz mal auf die Toilette. Ja, 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 ja. Bis du wieder da bist. Hab ich einen geholt. Hab ich eine Flugattacke? Nein, du hast kannst nicht mal Schnabel. Du kannst nur Aquaknarre. Und ich brauch so oft eine Flugattacke. Und jetzt verrecke ich. Ja, ja, ja. Ich hab's geschafft. Stellt euch vor, er kommt zurück und zwei Pokémon sind einfach tot. Aber ich hab ihn besiegt. Alles gut. Alles gut. So, das Spiel will jetzt, dass ich hier mit Fluchtseil rausgehe. Das mach ich aber nicht. Ich spare mir das Fluchtseil, wenn wir eine brenzlige Situation haben. In irgendeinem Tunnel mit null KP. Hat er, hat die, die NASA hat den Fluchtseil genommen, oder? So sieht's aus. Oh Gott. Ich bin schneller. Attacken habt ihr auch random eingestellt. Das ist alles Vanilla. Es sind nur, äh, der Gegner, Gegner Pokémon random und natürlich wilde Pokémon random. Aber alles ist auf dem Level, was normal wäre. Also es kann jetzt kein Mewtwo auf einmal erscheinen, weil dann würden wir einfach wipen. Deswegen, es ist eigentlich, es ist einfach Soul Link, Soul Silver und Heart Gold, aber halt mit anderen Pokémon. Ja, du kannst halt auch Typen verändern, du kannst Attacken verändern und dann wird's halt richtig kompliziert. Dann musst du die ganze Zeit so krass mitdenken, die ganze Zeit die Berichte studieren. Okay, ich renn mal hin und her, vielleicht schlüpft das Ei, bis er wieder da ist. Dann können wir auf die andere Route gehen und ich sollte doch jetzt Geld haben, dass ich Pokébälle kaufen kann. Ich bin am Austricksen. Ich hab nur ein Fluchtzeug gespart. Wie viel Geld hab ich von denen jetzt gekriegt? Oh, ein bisschen was. Guck mal, zehn Bälle. Kaufen wir zehn Bälle? Hallo, 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 Deemero hier. Hallo, haben Sie ein bisschen über Ihre Taten nachgedacht. Kennt ihr überhaupt noch Emero? Nein. Oh mein Gott. Ist jetzt hier jemand drin in dieser Arena? Ja, Ja, ne, ah doch, jetzt können wir, glaube ich, da runter. Ja. Wollen wir zuerst auf die letzte Route gucken, wo wir jetzt noch hin können und schauen, ob wir was fangen können? Gibt's da Pokémon überhaupt? Wir können weiter. Route 36, niemand hält uns auf. Hier ist Mogelbaum und dann eins drunter sollte Icognito sein. Genau, die, die. Bei Icognito, also wir können, hm, ich glaube, der hat sich doch mit Dennis zerstritten, oder? Genau der. Ich weiß nicht, ob Icognito gerandomized sind. Ich sollte mir vielleicht erst mal Pockebälle kaufen. Aber hier? Darunter können wir, ja, das stimmt. Oh, bin ich gerade im Kreis gelaufen? Ja. Oh. Deswegen habe ich ja gesagt, die Stadt, die du meinst, ist so schräg links. Ja, auf jeden Fall Route 32. Hier gehe ich jetzt das erste Mal ins Gras. Oder? Wir waren bei 30, 31, jetzt kommt 32. Okay. Was wird's sein? Was will ich denn? Ich hätte gerne ein Boden-Pokémon, das tatsächlich Boden-Attacke kann. Ich will ein Unlicht. Unlicht? Keine Ahnung. Alter. Halt, da gibt's doch die Regel, oder? Da gibt's doch die Regel, dass ich jetzt nochmal ziehen darf. Aber das zweite muss ich nehmen. Wenn nochmal bei einer Nasslock, wenn das, wenn ein Pokémon kommt, das man schon hat, darf man nochmal, aber den zweiten Account da muss man nehmen. Dupe, ja. Ich hab ein Mankey. Species Claws? Also ja? Wollt ihr euch in den Ruinen Items holen? Ich mein, wir können ein paar von den Ruinen machen und dann ist da unten wahrscheinlich ein Pokémon, oder? Was ist mit Mankey? Das hat gerade Fußkick gemacht und ich wusste nicht, wie stark das ist. Ja, du hast eine Fee, das ist okay. Fee ist gut gegen Kampf. Okay, dann heißt das, dass ich dieses Dictor umbringe und jetzt nochmal mache. Ein Dupe heißt, ich darf nochmal. Mankey, aber geil, hast du ein Kampf-Pokémon. Aber ich weiß nicht, wann sie es entwickelt. Bibi ist keine Fee? In Gen 4 noch nicht, ne? Fee kam später. Ah fuck, stimmt. Ich hab ein Mankey gefangen. Wir spielen doch Remake. Ich weiß, dass es keine Fee gibt. Ich weiß, ich bin nicht blöd. Okay, nochmal. Monkey. Okay, nehme ich ein Stahl-Psycho-Pokémon. Ja, wie nennen wir die? Du darfst aussuchen. Wer will, wer will Bronzel und Mankey sein? Wenn ich es überhaupt fange. Wenn ich es überhaupt fange. Ich hab 10 Bälle und ich weiß nicht, welche Attacke ich machen soll. Das sollte doch eine Aquaknarre überleben. Wer gibt es eine Aquaknarre? Es muss eine Aquaknarre überleben. Überlebt es eine Aquaknarre? Es muss eine Aquaknarre überleben. Okay. Ja, locker. Viel zu viel Angst. Was ist ein Bronzel? Das da. Eine Stahlscheibe, die auch Psycho ist. Couch-Potato. Dein Name ist so lang. Aber wir können es Couch nennen. Nimm mich. Tegriza. Ich bitte. Fabian. Also als erstes hat, glaube ich, S4JJoker. Also, S4Joker geschrieben. Sieht aus wie ich. Ich will Mankey sein. Zuerst war eigentlich Scruzzle-Bud. Okay. Sorry, Leute, dass ich jetzt alle vorgelesen habe. Aber Scruzzle-Bud hat als erstes gesagt, ich will Mankey sein. Passt das überhaupt rein? Wir machen einfach S-Bud. S-Bud? Oder einfach Scruzzle. Ist eigentlich eine interessante Kommi, weil dein Mankey-Kampf gegen Bronzel ist neutral. Wegen Psycho-Stahl. Scruzzle. Okay. Scruzzle. Bronzel. Ach, jetzt brauche ich auch wieder Sprite raussuchen. Das wird so ätzend, wenn wir bei jeder Entwicklung ... Ja, es entwickelt sich ja nix die ganze Zeit. Ich will mal. Ich muss mit Vollriegel. Wenn ich mit Vollriegel jetzt durchgerannt wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich schon. Ich will auch Vollriegel nicht verlieren. Ja, vielleicht kommt was Cooles raus. Na, was soll denn cool sein? Das Vollriegel. Igelava. Das wäre so typisch für mich. Okay. Skr, 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 wo steht dein Name? Skrusle. Ja, das lief doch gut, ne? Und jetzt trainier du in Arena oder fühlst du dich schon bereit für Arena? Ja, das Problem ist, Arena ist kein Problem, außer der hat halt Boden-Pokémon. Dann bin ich halt am Arsch. Ach so, nichts, was fliegt oder ein Boden-Pokémon ist? Oder halt gutes. Ich finde es zettlich. Ich habe halt nicht wirklich was, was, was Gutes gegen Boden. Ich habe nichts, was eine Wasserattacke kann. Ja, aber der Gegner hatte jetzt auch nicht so viel Level. Ja, Level 12 aber, oder? Hat er den doch? Ich glaube, er hatte zwei. Ibitaq und Huthut. Huthut, Ibitaq, irgendwie sowas hatte er eigentlich. Falk ist aber flug. Randomizer, der Typ kann alles haben. Uh, ein Blutzuck. Ich liebe Blutzuck. So süß. Die Hände. Es hat kleine Hände. Das ist schon kluffig. Manky gegen Boden. Nee, Kampf ist gut gegen Stein, nein, nicht gegen Boden, glaube ich. Aber kann Manky überhaupt eine Kampfattacke? Es ist halt erst Level 4, das müsste ich erst wahnsinnig hochleveln. Ernsthaft hatte Falk, Taubsi, Tauboga, Tauboga. Da sieht man, wie langweilig das war. Gen 2 und noch nicht mal irgendwie Huthut, Nocthut oder irgendwas, sondern einfach Taubsi. Ich würde auch noch ein bisschen leveln. Ich habe ein bisschen Angst. Aber wir können ja sagen, dass wir maximal auf Level 12 leveln. Da bin ich schon lang drüber. Ja, dein Amphoros. Okay, ich level mein Verox auf Level 12. KC ist einfach Maschine, ey. Okay. Die Gen 2 Arenaleiter haben kaum Gen 2 Mons. Gen 2 hat kaum Gen 2 Mons. Die sind alle 1%, 5% Mons irgendwo versteckt. Warte, ich beschleunige mal. Leo immer am beschleunigen. Ja, wir wollen doch hier jetzt nicht beim Grinden zugucken. Das gehört auch dazu. Außerdem, warum bist du so viel Level mehr? Dein Amphoros hat mehr Level. Aber ich bin, glaube ich, besser verteilt. Bist du? Ich habe zwei zweistellige Level. Ja, oder da, dein Zerus hat auch Level 9. Ja, und hier ist ein Voltilarm. Guck mal, ich könnte ein Amphoros fassen. Nächstes Level bekommst du Flugattacke und es ist schon Sturzflug. Oh, Scheiße, es kann sein, dass Crustle gleich verreckt. Oh, mein Bronzel. Nee, komm, du wirst wieder Glück haben. Ah nee, das hat nicht die Fähigkeit gehabt. Alles gut. Das hat zwei Fähigkeiten. Ist das random, dass es die Fähigkeit hat? Nee, nee, Knackleon kann zwei verschiedene Fähigkeiten haben. Die meisten Pokémon haben zwei Fähigkeiten. Aber dann würde ich aus dem Feld rausgehen. Nee, das Feld ist super. Okay. Aber wenn jetzt eins kommt mit der Fähigkeit, dann habe ich dich gewarnt und ich werde meinen Bronzong nicht aufgeben. Das wäre ja, das wäre ja Quatsch. Ach, schau mal hier, jetzt kommen tatsächlich ein bisschen verrücktere Pokémon. Fifijen. Das ist auch geil, dieser Baum sieht aus, als könnte eine Kopfnuss vertragen. Wie hässlich, wie hässlich ist dieser Baum? Ich lerne gleich Schnabel. So, okay, sie ist Level 15, jetzt probiere ich es mal mit der Arena. Rennt der hier mit seinem Ampharos durch, ey? Ja, ich habe die anderen auch trainiert. Ampharos ist Level 9, äh, äh, hier, äh, der Elefant ist Level 7. Ach, ich lerne einen Flügelschlag schon? Trotzdem. Krass. Auf geht's in der Arena. Ich meine, was soll schon schief gehen maximal? Äh, dass er drei Boden-Pokémon hat. Ich lerne echt Flügelschlag. Ja, abgesehen davon, was könnte schief gehen? Die tun so, als ob Wingull keinen Schnabel hätte. Okay, dann mache ich jetzt aber auch, dann gehe ich jetzt auch da rein, wenn du da reingehst. Du alter Nachmacher, du. Bin halt nicht so überlevelt wie du. Das sind jetzt erstmal ein paar andere Trainer. Ja, man kann ja erstmal abchecken. Äh, oh Gott, was war das denn für ein Viech? Psychokampf. Was du so alles weißt. Es ist traurig, dass ich nicht mehr weiß. Aber Level 9 kann schon heftig sein, ne? Wenn es plötzlich sowas wie Hyperstrahl kann, man weiß nie. Ja, auf Level 9 sollte es noch kein Hyperstrahl können. Man weiß nie. Schau mal, der redet von Vogel-Pokémon. Schau mal, ob er Vogel-Pokémon hat, der Lügner. Was hast du denn für ein Vogel-Pokémon? Vogelfänger Leo hat einen Nidoran, der Lügner. Aber ist Nidoran schon Boden oder nur Gift? Ne, ist glaube ich nur Gift. Mediti hat Potenzial, broken zu sein. Nein, schau, er hat es geschafft. Was passiert eigentlich, wenn man bei der Arena runterfällt? Ist man dann tot? Ja, dann müssen wir resetten, deswegen bitte genauestens steuern. Ich sehe schon, oh, er hat einen Wingull. Töte es. Es gibt nur einen Wingull, genannt Verox. Stimmt, die Ohren von Nidoran sind echt riesig. Welche mag die Nidoran-Reihe? Und es ist immer noch seltsam, dass Nidoran männlich und weiblich sind eigene Pokédex-Einträge und danach haben sie allem Geschlechter gegeben, aber Nidoran ist immer noch zwei Einträge. Ne, Items sind nicht randomized. Ich meine, es wird auch nicht so viel bringen, randomized Items. Ich meine, klar ist es krass, wenn du dann auf einmal einen Meisterball findest oder zehn Sonderbonbons hintereinander, aber was bringt es denn sonst noch so? Cool Attacken können kommen, früh. TMs, ja, okay. Was? Vollriegel war Level 14? Okay, dann kann es gleich abgehen hier. Ah, ich will es nicht verlieren. Doch, ich bin gespannt, was das sich entwickelt. Ruck zu keep. Sandwebel, immer noch die beste Attacke. Weberrack, die haben hier, also bei mir sind alles gechillte Demons. Ist ja auch erste Arena. So, Arena Leiter. Ich auch, ich auch, ich auch. Ich hab so Angst. Lass gleichzeitig starten, warte. Lass gleich. Warte. Okay. Es wird easy. Ich meine, der wird Tauboga, was ist gleich stark wie ein Tauboga, Noctu, Ampharos. 3, 2, 1, los. Mainz. Oh, hast du noch langsame Textbox? Oh, das hab ich nie geändert, stimmt. Deswegen bin ich so weit vorne. Stimmt, wir haben ja, nee, es ist ja unser erster Run, ich hab das nie geändert, stimmt. Oh. Fucking Dick da, warum Dick da? Oh, Boden Pokémon. Mann, willst du mich fragen? Radfratz. Hau da einfach drauf. Kannst du Karate schlagen oder so? Nee, noch nicht. Mein Radfratz überlebt sogar. So, das war jetzt easy. Die Frage ist, was die Taubogas sind. Vati, schau, die Weiterentwicklung. Okay. Vati. Soll ich Dick da nehmen? Es geht erst mal alles daneben wegen Sandwirbel. Man kommt jetzt danach nochmal in Vati, weil er zwei Taubogas hat. So kann das Spiel nicht denken. Das wäre so dumm. Ein Myrapla. Oh Gott. Warum ist mein Glut so schlecht? Warum ist meine Glut so schlecht? Gleiches Level. Weil Vati Level 13 ist. Oh, shit. Komm, verbrenn, Vati. Verbrenn dein Fell. Volltreffer. Aber ne wieder dumme KI macht nur Heuler. Sind schon ein Tierchen in der Box? Nö. Nicht, nö. Nö, 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 nö. Weiß nicht, warum alle denken, dass er drei Monsters hat. Hat er nur zwei? Mirabla kann Säure. War das gut? Was, dein zweites ist? Ein Mirabla? Ja. Hä? War eins mal ein Vati. Okay. Aber war nicht schwer. Oh. Oh, jetzt muss ich gucken, was bei dir passiert. Komm. Komm. Ampharos. Karados. Nein, es ist... Was ist denn diese Logik? Was ist denn diese Logik? Was ist denn da die Logik, ey? Ja. Easy. Das heißt, auf Level 18 entwickelt sich's wieder, ne? Ist Kanimani höher? 16, oder? Ich glaube 16. Kanimani, Das war jetzt 14. Echt? Soweit unter 14 zu 18? Okay, KC, du bist jetzt ein Kanimani. Und ich hoffe mal, es kann jetzt Acker knarre und nicht Glut. Oh, fuck my life. Okay, vom Regen in die Traufe. Oder vom, vom schönen Regen in die schöne Traufe. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir jetzt V-Ems einsetzen müssen. Ich hab keine Ahnung. Poi, ich bin vergiftet. Ich muss aufpassen beim Zurücklaufen. Äh, ich glaube, in Gen 4 ist es schon so, dass du nicht unter einem KP gehen kannst. Aber ich bin mir nicht sicher. Behauptest du? Das behaupte ich, dass es in Gen 4 schon nicht unter einem KP gehen kann. Muss aber nicht stimmen. So weit ist der Weg nicht. Du hast viel KP. Ein bisschen Onfaros. Weiß ich nicht. Ja, aber durch die Säure, durch das Toxin da, das war alles ein bisschen schwierig. Okay, jetzt kommt die Stelle, wo wir das Ei abholen müssen. Das zweite Ei, das wir jetzt kriegen. Ach nee, das ist, ach ich hatte das Ei noch gar nicht im Team. Stimmt. Nehme ich jetzt was aus dem... Wir brüten schon das Ei aus, oder? Äh, ja, kann ja auch randomized sein, oder? Ich glaube schon. Hä, aber wo ist er? Ist er nicht in dem Pokémon Center? Ich glaube, in dem Teil ist er im Markt. Im Remake. Dass du das weißt. Warte, ich will erstmal mein Kanimani anschauen. Es kann Glut. Ja, natürlich, warum sollte es was anderes können? Ich dachte, die Attacken passen sich an, dachte ich. Nein, wieso? Ich habe das noch nie gemacht mit Evolutionen. Was? Was? Warum sollten sich denn die Attacken anpassen? Ja, weil es ein Kanimani ist. Ja, aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Warum? Das ergibt mehr Sinn, als dass die Attacken gleich bleiben. Ja, aber woher soll das Spiel denn wissen, welche Attacken ausgetauscht werden sollen? Ja, eben, deswegen dachte ich, es werden halt wieder die obersten vier Attacken sein, die das Pokémon kann an dem Level. Oh, scheiße, was war ich denn mit einem Glutkanimani? Verox, mein neuer MVP. Brauchen wir jetzt eigentlich einen freien Platz, wenn wir das Ei abholen? Achso, aber hier ist auch niemand. Ach, der da? Ja, doch, der hier ist. Okay, dann muss ich jetzt was ablegen. Ich schätze mal, dass das hier noch so ist. Dein Team ist bereits voll. Nee, es gibt nur PC und Digitalisierung, aber es geht nicht anders. Was legen wir ab? Ich würde gerne Radfraz. Ja, ja, Kann ich ja erst entwickeln, wenn ich einen Mondstein habe. Radfraz, weg damit. Aber du hast es so schön trainiert. Ja, aber trotzdem, muss ich später nicht trainieren, so viel. Perfekt, weg mit dem Radfraz, wobei das es sich am ehesten entwickelt. Shiny-Status bleibt behalten, ja. Der Doktor Wurstpeter, na? Hallo. Wie geht's dir denn? Hast du deine Impfung schon aufgefrischt? Ich hab halt einen Termin. Hoffentlich. Ja, ich muss es auch endlich mal angehen. Ich hab nämlich mein Impfpass. Hier muss man es so machen, dass man sich registriert und dann rufen sie einen an, wenn ein Termin frei ist. Dann gehst du in die Apotheke. Kann sich nur um Jahre handeln. Wie funktioniert eigentlich diese Mitnahme von einem Elefanten? Ich glaub, wenn du gegen Pokémon kämpfst und das Pokémon hat ein Item, dann nimmt Phanpi dieses Item. Also sehr selten haben Pokémon Items, aber dann nimmt Phanpi dieses Item, glaub ich. Phanpi hat jetzt halt schon wieder ein Item, das ist schon das dritte oder so. Ja, weil halt die wilden Pokémon tragen Items. Aber es muss nicht im Kampf sein, oder? Anscheinend nicht. Vielleicht wird es im Team misscheinbar. Ich glaub auch. Was labert der hier? Gib mir einfach das Ei. Du mit deinem Knacklion, kannst du mal aufpassen, kannst du nicht in dieses Feld reingehen? Aber ich muss doch trainieren. Okay, aber vielleicht nicht in dem Feld. Aber ich kenne keine anderen Felder. Nö, nur überall um uns rum, 360 Grad. Ja, aber Inaklion war ja in jedem Feld. Naja. Das war im Tunnel. Das war jetzt Quatsch. Im Tunnel war es. Nee, es war nicht im Tunnel, das war auf der Route. Stimmt. Oh Gott. Hm. Warte mal, warte mal, jetzt hat mich gerade die Konkubine angesprochen. Ja, dann gute Besserung, äh, äh, Wurstpeter. Wo gehen wir denn jetzt lang? In den Süden, oder? Ey, ab in den Süden. Ist nicht hier auch einer, der mir irgendwie eine Fleckmann-Route für drei Milliarden Poké-Dollar abkaufen, also kaufen, äh, verkaufen will? Ja. Also wir gehen nach Süden. Ja, einen anderen Weg gibt's nicht. Ja, nee, ja, ja, okay. Okay, Kani, Mani mit Glut. Wann entwickelt sich Mankey? Oh, 20er irgendwo. Mankey habe ich in meinem Pokémon Gelb genutzt. Weil das hast du ganz links bekommen, statt Nidoran. Das hat halt alles weggerotzt. Schauen wir mal, wie ein Glut von Kani Mani aussieht. Passt schon. Ja, es ist nicht so überwältigend. Aber ich will, dass sich das sofort wiederentwickelt. Ich glaube, es ist 16. Ach, vielleicht auch 18. Der Watt wird auch auf YouTube und Twitch sein, von uns beiden. Ja. Hm. Ihr müsst nicht bleiben, ihr könnt auch gehen. Wir haben schon verstanden. Weil diese Leute, die arbeiten müssen am Montag. Ich nicht, ich habe morgen frei. Der Witz ist, dass man diese Fleckmann-Route kaufen kann. Ja, ja, ach so, ach so, ach so. Nee, gar nicht kaufen kann. Ich weiß. Selbst wenn du genug Geld hast. Ja, ja. Genau wie das Fahrrad. In Gen 1. Oh, ein Slimer. Moment. Eier, Ljoscha. Wir sind noch nicht auf Ljoscha. Ist jetzt das, ist jetzt das Schwert, was du hast, eigentlich ein anderes, was ich habe? Erzähl mal. Schwert? Ja, aber Entwicklung könnte ich ja auch abbrechen, Samu. Moment, hätte ich... Was? Moment, hätte ich... Moment, dürfen wir das? Wenn ich die Silhouette von Kanimani sehe, hätte ich B drücken dürfen? Ja, aber was hat es dir gebracht? Ja, dass beim nächsten Level wieder es zu was anderem wird. Nee, das geht ja nicht. Oder ist jetzt schon vorbestimmt zu... Ist jetzt schon vorbestimmt zu was es wird? Ja, ja, Feurigel entwickelt sich immer zu Kanimani, egal auf welchem Level. Ah, okay. Ich dachte, es wird immer entschieden in dem Moment, wo es so weit ist. Nee. Ich weiß nicht, ob man es einstellen kann, aber es wäre mir neu. Es wäre auch ein bisschen OP, wenn man es dauernd abbricht, dass was Gutes kommt. Okay, lass mal vergleichen, Aljoscha, weil du hast ja zwei und ich brauche noch welche fürs Regal hinter mir. Da ist ja noch nichts drin in dem Regal. Richtig. Was für Schwerter wollt ihr denn? Aljoscha hat auszusehen zwei Blackborn-Schwerter und ich will wissen, ob das das gleiche ist wie meins, weil dann würde ich das nehmen. Ansonsten würde ich mir halt, wie gesagt, noch ein Schwert aus Witcher holen oder aus Herr der Ringe. Die Nadel. Was? Hat nicht Frodo die Nadel? Nadel. Stich. Nadel war Game of Thrones. Stimmt. Du, ich kann gar nichts machen, da kommen nur Knackleons. Du könntest weitergehen. Ich komme nicht weiter, weil ich ständig vergiftet werde und zurück zum Pokémon Center muss. Sind wir immer noch auf Route 32? Muss ja so sein. Ich weiß, dass es in diesem Graspatch Felinos gab. Aber da gehen wir nicht lang. Ich glaube, das ist stehen sauviele Angler. Ja. Am Anfang vom Stream hast du nichts verpasst. Du brauchst nichts nachholen, was am Anfang von dem Stream passiert ist. Das war nur Intro und Quatschen über Technik und so. Da war nichts passiert. Retter. Ja, lass mal vergleichen, Aljosha. Lass mal unsere Schwerter vergleichen. Oh, warte mal, ich habe ein Gegengift dabei. Na, jetzt bin ich schon fast am Pokémon Center. ne, ne. Okay, vielleicht soll ich das Gegengift nutzen. Wenn Schwerter, dann Kitetsu. Was ist nochmal Kitetsu? Äh, war das nicht aus One Piece? Bloom. Ey, Retter, warum bist du so stark? Ah. Tenaga Nils. Nichts knapp, alles gut, alles gut. Zwerox geht's gut. Was bin ich da gerade sehend? Ist gut, ist aber alles kalkuliert. Man muss riskieren, um ein Level zu bekommen. Mhm. Warum kannst du keine Aquaknalle, Kanimani? Aber die Level, die du jetzt lernst, sind die von Kanimani? Ja. Okay. Aber ich glaube, es lernt an dem Level jetzt nur noch Krimasser. Ja, hat's gerade. Habe ich schon direkt ignoriert. Ja. Jetzt kann das in den Kader auch noch Blutsauger leck mich doch. Blutsauger ist heutzutage eine richtig starke Attacke. Die war früher noch so eine kleine Low-Level-Attacke. Inzwischen ist das eine mit 80er Stärke. Das ist in den Kader gerade nicht down. Ich habe echt Probleme gegen Boden-Pokémon. Habe ich das schon mal erwähnt? Warum ist denn ein Kader Boden? Ich zähle es nicht ein. Wir versuchen, auf der nächsten Route besorgen wir dir ein Wasser- oder Pflanzen-Pokémon. Ich meine, du hättest ja ein Indivir gehabt. Ja, 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 very funny. Wir müssen mal da unten ein Ei hintun. Oder gar kein Ei, einfach leer machen. Was habe ich weggelegt? Pipi, ne? Das ist doch stimmt, das müssen wir wegmachen. Sollen wir alles aufrutschen? Nee. Passt schon. Warum heiße ich Ingame-Nase 2? Weil ich zweite Edition bin oder so. Ja, das ist ein Remake von Gen 2. Eine Hommage. Richtig, richtig. Richtig. Gute Nacht, Pierci. Gute Nacht. Also, ich muss sagen, der PS5-Controller, liegt richtig gut in der Hand. Der gefällt mir nochmal ein bisschen besser als der PS4-Controller. Hast du es neu oder wieso sagst du das jetzt? Ich habe den neu gekauft, das benutze ich jetzt zum ersten Mal, weil mein alter PS4-Controller den Bach runtergegangen ist. Wie, aber du hast keine PS5? Nee. Aber du hast den PS5-Controller gekauft? Ich habe mir den Controller gekauft, weil ich die... Welchen Controller soll ich sonst am PC nutzen? Die meisten benutzen Xbox, weil halt Steam Xbox benutzt... Ich mag es auch nicht. Ich mag es auch nicht, nur. Ich habe noch nie jemanden gehört, der sich nur einen Playstation-Controller holt und nicht eine Playstation. Nee, also Xbox-Controller liegt ja furchtbar in der Hand. Aber ich mag PS4 lieber. Der PS5-Controller... Ich weiß nicht, irgendwie, ich kriege super schnell Krämpfe. Ich finde, der liegt gut in der Hand. Die adaptiven Trigger, die gehen wahrscheinlich am PC eh nicht. Ah, Missing, nur. Schon wieder. Switch-Controller am PC, den habe ich, dem werde ich aber nicht so richtig warm. Ich finde, der ist der bequemste von allen Controllern ever und der Akku hält für immer. Aber ich habe sowieso hier Oldschool. Richtig, also ist nicht Oldschool, aber sieht Oldschool aus. Weil ich spiele so viel N64-Spiele, ich brauche C-Tasten. Okay, Route 32 immer noch. Ist das hier jetzt mal eine andere? Hier kommt auf jeden Fall... Ich glaube, erst wenn du in der Höhle drin bist. N64-Controller der Beste. Ja. Ich meine, so, ich brauche nicht die drei Nobbel. Zwei reichen. Oh, ein Bronze. Mensch, ist ja wie gescriptet. Also irgendwas hast du in dem Randomizer, glaube ich, falsch eingestellt. Ich glaube einfach, dass wenn man anklickt, dass es die gleiche Stärke an Pokémon sein soll, dann gibt es nicht so eine große Auswahl. Aber wieder speichern. Wir haben lang nicht gespeichert. Also ich zumindest nicht. Was ist das für eine geile Animation von der Attacke? Verbiegel? Mehr. Ich sollte mal den Text schneller stellen. Das ist so typisch. Du denkst an was und nach dem Kampf hast du es vergessen. Nee, ich habe noch nie was vergessen in meinen Challenge-Schwanz. Noch nie. Der Chat kann das bezeugen. Ja, sechs Main Buttons rechts. Halt hier, so, ja. Ja, die meisten haben halt einen zweiten Stick und dann sagen halt die Leute, okay, ich mache auf den zweiten Stick die C-Tasten. Aber es ist nicht das Gleiche. Tasten und ein Stick in eine Richtung drücken ist einfach nicht das Gleiche. Wer hat jetzt eines verloren? Nee, nee, wir haben eins abgelegt wegen dem Ei. Da ist ein Ei. Wir haben doch wir sind zu faul da ein Ei hinzutun. Rams. Du kriegst aber auch echt dauernd Boden-Pokémon. Ja, es ist einfach Pech hier. Deswegen, wie gesagt, aber Ampharos kann ja eigentlich auch alle Schlagsachen leeren. Also Eisschlag, Feuerschlag und so. Deswegen, sobald ich in Ducatia City kommen ist eigentlich easy, weil man da alles kaufen kann. Die Frage ist, ob wir das Geld haben, so viele Pokébälle wie die ins Z kaufen. Ja, das passt schon. Kanimani, achso, ich habe Kanimani nicht gewechselt. Ach komm, das entwickelt sich glaube ich gleich. Level 18. Es ist wirklich, ist das bestätigt zu Level 18? Ich weiß das, ich kenne mich aus. Feuerregel 14, Indivir 16, Kanimani 18. Okay, 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 okay. Jetzt kommt erstmal eine neue Route, dann müssen wir eh Zertrümmerer. Haben wir die TM Zertrümmerer bekommen? Ah ne, die ist doch, da steht doch irgendein random Typ im Dorf, der dir Zertrümmerer gibt. Habe ich natürlich nicht angesprochen. Aber ich glaube, Zertrümmerer, oh fuck, brauchen wir Zertrümmerer in der Höhle? Ich glaube nicht. Text Tempo, so gut, so gut, so richtig, so richtig. Sollen wir jetzt zurück? Okay, ich gehe jetzt mal in die Höhle und dann schauen wir mal, was da so für der erste Encounter ist. Vielleicht tauschen wir dann was aus. für die Höhle. Ich habe den Anglerweg noch mitgenommen. Nimmst du jetzt jeden Angler mit? Ich will meine Pokémon leveln, ja. Ja, eigentlich soll ich das auch machen. Was ist da eigentlich? Hab ich das geholt? Weil, äh, das muss ich die Pokémon ja später leveln. Zipurze, keine Geduld, oder? Ja. Why, though? Hey, Google. Wann entwickelt sich Mankey? 28. Level 15, Zipur! Schaffst du, schaffst du. Hey, Google. Wann entwickelt sich Kanimani? Hat er nicht, hat er nicht verstanden. Ey, Google. Wann entwickelt sich Kanimani? 30. Ja, 18. Ja, 18, 18. Die haben wir doch dir gesagt. Und dann 30. Ja, aber das weißt du ja nicht, weil entwickelt sich ja bestimmt nichts. Ja, das ist gut. Das kannst du gar nicht wissen, Google. Ne, Google verdummt. Ich tausche gleich mein Kanimani-Sprite. Ich mach ja schon. Ähm, Kar. Kar. Ich wusste doch, da war noch ein Angler. Nee, in Gen 2 war das anders. Da ist nicht 16, 36. Das sind die Pokémon unterschiedlich. Die Starter. Ja, das ist... Das haben sie, glaube ich, auch nie anders gemacht. Mehr. Außer bei Bisa Samen mit Gen 1 aus irgendeinem Grund. Ja, das ist aber inzwischen normal, dass die Starter alle verschiedene Level haben. Also nicht alle, alle, aber es ist nie das Gleiche. Ich glaube, es gibt keine Gen, wo alle 30... wieder so normal. Ich glaube auch, ich glaube, es gibt keine Gen, wo jeder Starter das gleiche Level hat. Ich dachte, bei Gen 3 wäre es wieder so. Ich habe halt schon viel falsch gesagt. Fact check das gerne. Aber ich bin mir, wie immer, sehr sicher. Ja, wir brauchen einen Factchecker hier. Okay. Die Route habe ich abgeschlossen. Das heißt, jetzt gehe ich nochmal den linken Weg. Guck, was da abgeht. Ich will deine Nummer nicht, Angler. Auf der rechten, auf der linken Route sind zwei, glaube ich. Der letzte hat viele Pokémon. Ich dachte, 16 dann 36. Nö, ist immer anders. Aber es ist immer der gleiche Raum ungefähr. Hey, hatte der das nicht bei dir auch? Camper Erwin? Nee, gekau mal hat, war oben in deiner Arena. Level 9. Das kann keine Drachenwut. Vorhin hat jemand gesagt, lernt Drachenwut auf Level 7. Keine Angst, nur 40, nicht 63. Ja. Oh mein Gott, wipest du jetzt? Was? Das ist unfair. Wie kann dieses Ding? Okay, pass auf, wir müssen jetzt strategisch, du musst jetzt Donnerwelle machen. Aber es heißt Boden. Ah, es kann keine Donnerwelle, du kannst nicht Donnerwelle machen. Kaumann hat es doch unfair, wie soll man denn dagegen ankommen? Hast du ein, alles tut mir leid, Amphoros ist tot. Hast du ein Wasser, nee, hast du nicht. Hast du ein Cheatmodul, das dich aus Trainerkämpfen fliehen lässt? Du wipest, dieses Kaumann hat wipet unser komplettes Team jetzt. Das ist korrekt. Du kannst nicht mal Donnerwelle machen, du brauchst nicht Pokémon wechseln. Außer du glaubst, dass einer Drachenwut überlebt. Nein, sehe ich von hier, dass das nicht passiert. Hä, das kann doch nicht sein, dass man an einem Level 9 kaum mal halt komplett wipet, weil es Drachenwut kann. Du hast immer noch... Endo kannst du glaube ich Drachenwut ausschalten oder so. Also, also, nee, hab ich nicht gesehen, aber du kannst immer noch das Glück haben, dass er einfach, wie er einfach macht, dass er jetzt einfach nicht Drachenwut einsetzt. Okay, ähm... Tschüss, Bronzong. Bronzong tot. Das Kuzzle ist down. Okay, geht schon mal gut aus? Ich hoffe jetzt halt, wenn ich zu Amphoros wechsel, dass ich einen Tackle durchbekomme und das irgendwie one-hitted. Hast du, aber warum hast du keine Attacke auf Carmelat gekriegt? Das kann doch nicht schneller sein. Ach, du hast Donnerschock gemacht, du Trottel. Nee, ich hab Amphoros eingewechselt. Oh. Okay, Amphoros ist down. Warum? Warum ist Tackle so schwach? Nee, das vibed. Das vibed. Gut, ne? Das schläge. Oh, ein bisschen schneller. Das macht Schaden. Warum spammt es Drachenwut? Vorhin hat jeder Heuler Routenschlag und jetzt spammt es einfach. Holy moly. Da steht was, Nusslok-Regeln sind eigentlich Drachenwut, Wipe zählt erst, sobald ein Pokémon zwei Drachenwut tanken kann. Heißt, wir dürfen weitermachen, nachdem er jetzt tot ist. Das wirkt ja sehr hingebogen, diese Regeln. Hab ich noch nie gehört, aber, aber, ich mein, wir können die Regeln nehmen. Ich wüsste nicht, wie ich Drachenwut ausstellen soll beim Randomizer, da spart nichts mit Drachenwut. Du hast jedes Mal Drachenwut eingesetzt. Also ich habe ja dieses eine mit Wunderguard, habe ich angemacht, dass das nicht sein kann. Das wirkt sehr unfair. Gut, dass ich nochmal links bin. Wie er alle Pokémon ausgemacht hat schon. Offiziell nicht, das könnt ihr entscheiden. Okay, machen wir eine Abstimmung. Zählt unter Gamebreaking News. Vor allem, also, ich finde ja, die Attacke an sich ist nicht Gamebreaking, finde ich, aber das halt kaum mal hat, die auf Level 7 lernt. Das ist Gamebreaking. Da gibt es ein Feld, wo man nur Gamebreaking Moves anmachen kann. Das habe ich an. Das hatte ich an. Ich kann es euch vorlesen. Das hat mich richtig an irgendwie. Wir machen eine Umfrage vielleicht. Wollen wir eine Umfrage machen, was ihr sagt. Ich finde das auch sehr unfair, weil wir keine Chance haben. Ampharos hat es ja getankt, aber halt nicht zwei Stück. Das wirkt so unfair. Ich mache mal kurz weiter hier, dass ich aus diesem Kampf raus bin. Warte, ich will kurz gucken. Ich habe das angemacht, die Einstellung. Nur um das euch zu zeigen. Ich muss nur kurz finden, wo war das... Sonnenkern, auch süß. Wir sind bis zur ersten Arena gekommen. Hallo, hallo, es ist noch nicht vorbei. Hier, Randomizer-Echse. Ich habe hier bei Moves, Movesets, äh, ne, bei Trainer-Pokémon, habe ich... Steht da gar nicht. Wo soll das stehen? No Early Wonder Guard habe ich an. Also kein Wonder Guard. Wo soll das sein? Bei Moves? Aber Moves haben wir nicht gerandomized. Da steht es nicht. Pokémon Trades. Umfrage läuft, schreibt es eher aus. Ich habe hier nirgendwo Game-Breaking-Moves. Ich sehe es nicht. TM's. Wild Pokémon. Gibt es nirgends. Ich habe nur Wonder Guard, dass ich das machen kann. Also das Wonder Guard gibt es nicht. Ich finde es nicht. Ich hätte noch das Pipi in der Box, das stimmt. Das zählt nicht, du bist gewiped. Du bist gewiped. Ich fände es cool, wenn wir weitermachen, weil der Anfang ist halt so langweilig. Die erste 45 Minuten. Ich habe hier nichts, wo ich sagen kann, Game-Breaking-Moves. No, ah ne, No Game-Breaking-Moves. Ganz oben, da habe ich es nicht gesehen. Da, da schaut. Da ist die Einstellung. No Game-Breaking-Moves ist angeklickt. No Game-Breaking-Moves ist angeklickt. Also da hätte... Also die Umfrage sieht bei mir nicht so gut aus für dich. Hä? Für mich? Willst du neu starten? Der Run fühlt sich halt nicht mehr, weißt du, der fühlt sich nicht mehr so so legit an. Fühlt sich nicht legit an? Ach, sag so belastend. Hä, wir wurden vom Spiel komplett durchgenommen und wir können nichts daran ändern. Beim nächsten Mal kann es einfach wieder passieren nach drei Arenen. Dann kann es irgendwann nicht mehr passieren, weil wir stark genug sind. Aber, 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 ja, bei mir ist keine Umfrage, die war nur bei dir. Sollen wir bei mir noch eine machen und dann zählen wir die zusammen? Nochmal, nochmal. Wir machen jetzt bei... Happens, bist du da? Kannst du eine Umfrage machen? Weiterspielen, nicht weiterspielen? So läuft halt eine Soul Link. Neu, neu. Warum wollt ihr neu, wenn wir 45 Minuten nur durchklicken müssen, weil wir noch nichts machen können? Du bist ja neu im Challenge Run Game, ne? Ja, und das ist, das ist dieses Frustrierende. Wir können nicht mal was dafür. Ich habe No Game Breaking Moves ausgestellt und da kommt einfach ein Level 9 Kaumalat und vibet dein Team mit Drachenwut. Du konntest ja nichts machen. Du hättest davor drei Stunden trainieren können. Das ist nun mal die Challenge. Ihr seid alle. Guckt, ey. Was zum Teufel. Also falls ich das... Um mal einen Vergleich zu ziehen. Ich habe Gothic 3 No Hit gemacht. Ich habe Gothic 1 No Hit gemacht. Also nacheinander. Ich habe Gothic 2 No Hit gemacht. War in Erdorath im letzten Kapitel und ein Gegner ist durch einen Bug nicht eingefroren und hat mich gehittet. Ich habe neu gestartet. Ja, ja, musst du. Aber da ist die Regel auch eindeutig. Hier ist es unfair. Okay, es war ein Bug bei dir. Ja, der Bug ist auch unfair. Ja, okay. Aber guck mal, wie ich hier durchrenne. Wenn bei mir jetzt ein Kaumalat kommt als letztes, wäre es so witzig. Ich habe mich so geärgert. Ah, Mann. Ja. Ich meine, ich hatte auch. Ich war Breath of the Wild only Stick und der Stock ist mir nach fünf Stunden Bosskampf einfach zerbrochen. Da musste ich auch den ganzen Bosskampf wieder neu machen. Der Bosskampf geht sechs Stunden lang. Nur der Bosskampf. Weil du einen Schaden bloß machst. Der Ork hat aber keine Drachenwut. Eben, Drachenwut ist ja was ganz anderes. Also deine Umfrage hat gesagt, wir müssen neu starten? Ja. Ey, ihr seid so blöd. Ihr seid so doof. Was hast du denn für eine Challenge-Community, ey? Ja, wir haben halt Anspruch. Ja, aber wir können nicht. Aber das ist ein Kaumalat. Das heißt, wir müssen jetzt jedenfalls mal hoffen, dass kein Kaumalat kommt. Ja, wir müssen einfach nur stark genug sein. Vielleicht Gesang dabei haben oder so, oder sowas. Pokémon mit Gesang, das viel KP hat. Ja, geil. Das heißt jetzt einfach fünf Stunden grinden, damit wir ein potenzielles Kaumalat umbringen. Okay, aber wenn wir wieder von vorne anfangen, dann machen wir Randomizer. Wir gehen auf die Vollen. Also das heißt, es können auch Legis kommen und das Level ist vollkommen egal. Ja, okay, von mir aus. Ja, aber Level ist vollkommen egal. Also die haben schon Level 10, 12 und sowas jetzt hier, aber es ist nicht mehr so, dass es müssen gleich starke Pokémon kommen. Also es könnte jetzt auch ein Level 12 Mewtwo kommen. Ja, von mir aus rein da. Dann sind wir aber nach der ersten Arena tot. Einfach dann Regigigas kommt. Das ist doch auch schon mal geschafft, Mann. Wenn dann komplett random. Sollen wir auch die Items randomisen? Die Items randomisen? Ja, wenn du magst. Sollen wir auch die Typen randomisen und die Attacken? Nee, das muss nicht sein. Hi, Coco. Das ist Mind, genau. Leos Nase. Ich finde halt, Kaumalat auf Level 9 ist nicht unbesiegbar, auch nicht mit Drachenboot, sofern er mit den richtigen Attacken kontern kann. Ja, aber du hast ja gesehen. Welche richtigen Attacken? Ja, es wäre ja auch dumm gewesen. Wenn ich nachgedacht hätte, ich hätte es ja besiegen können jetzt in dem Stadium. Ich hätte einfach ein Pokémon Ripp lassen müssen, dann Amphoros einwechseln, dann hätte ich zweimal Tackle machen können, dann wäre es down gewesen. Ja. Okay, wenn du es jetzt so formulierst, dann ist es natürlich unsere Schuld, deine Schuld. Ich habe am Anfang gar nicht gesehen, warum du keine Attacke auf Kaumalat gemacht hast. Ich habe nur ein halbtodes Amphoros gesehen auf einmal. Ja, weil ich habe halt Mankey gehabt drin. Dann hast du Mankey retten wollen. Ich habe gewechselt auf Amphoros gewechselt und dann ist mir erst gekommen, oh scheiße, kann das Drachenwut. Ja, vorhin hat jemand nämlich reingeschrieben, Drachenwut auf Level 7 schon. Was komplett OP ist. Was ist denn das? Okay. Und warum hast du das nicht gemacht? Eine sehr gute Frage, Gate. Oder vergessen hat, dass Drachenwut existiert. Warum hier keine Unfrage? Weil mein Mod schon Feierabend gemacht hat. Ist ja egal. Wenn wir sagen, dass es Pappnasus schuld war, dann müssen wir neu anfangen. Dann ist es nicht mehr unfair. Ja, ich war die ganze Zeit der Annahme, dass es unmachbar ist. Aber wenn du sagst, du hättest natürlich es wissen können, hättest Mankey opfern müssen. Und noch ein Pokémon danach. Du hättest zwei Pokémon opfern müssen. Ja, eigentlich nur eins. Mankey? Tod? Ah, nee. Du hast, nee. Warte. Nee, du hast Mankey, wechsel auf Ampharos. Tackle. Kriegst eine Drachenwut, wechselst, tot, wechselst, Tackle. Ja, okay. Wenn du zwei schlechte Tackle gehabt hättest, dann hättest du dreimal Tackle machen müssen. Ja, hättest halt auch, du hättest halt auch probieren können, mal ein Wasser-Pokémon zu haben. Hä? Mit den D.W. wäre das nicht passiert. Nee, das stimmt. Ja, die Frage ist, sollen wir jetzt noch einen Run starten? Anbetracht der Uhrzeit? Oder willst du was anderes dann noch? Also, ich habe locker noch eine Stunde Zeit, also Bock. Aber die erste Stunde wäre halt jetzt wieder nur Textboxen wegklicken. Aber dann mit Fast Forward. Nee, die erste halbe Stunde jetzt Fast Forward, weil es dauert so lange diese hin und her laufen und nichts machen können. Das ist doch der spannendste Part. Aber dann muss ich jetzt nochmal kurz den Randomizer anmachen, wenn wir sagen, wir ändern das. Dann ändere mal. Das ist alles cursed hier. So, unseren Namen wissen wir, wie wir uns jetzt nennen. Ja. Okay, Open ROM. Warte, ich lasse euch zugucken. Machen wir zuerst für den Herrn Nase. Also, nochmal kurz. Wir, Base Stats Unchanged, Pokémon Abilities Unchanged, Pokémon Types Unchanged, Evolutions Randomized. Komplett Randomized. No Game Breaking News. Moves. Starter, random, completely. Äh, In-Game Traits, random, ja. Move Sets, Unchanged. Trainer Pokémon, random. Rival behält den Starter. Und das machen wir jetzt aus. Wir haben gesagt, try to use Pokémon with similar strength. Das machen wir jetzt aus. Genau. Aber machen wir das nur aus für wilde Pokémon oder machen wir das auch aus für Gegner? Ah, für alles. Okay. Meinst du, es kommt nochmal ein Pokémon mit Drachenwut? Das wäre ja Quatsch. Ja, jetzt erst recht, weil jetzt kann einfach ein Dialga kommen auf Level 10. Ja. Das kann erst recht Drachenwut. Aber das kann bestimmt kein Drachenwut. Nö. Also, No Early Wonder Guard, ja. Wild Pokémon, random. Keine Additional Rule. Einfach wilde Pokémon, alle random. Äh, TMs. Lasto, ich hatte eigentlich gedacht, dass wir mindestens bis zum dritten Orden kommen. Ja, habe ich auch gesagt. Äh, willst du TMs random? Können wir machen. TMs random. Tm, HM Comparability. Äh, wollten wir nicht sagen, dass jeder VMs lernen kann? Äh, wenn wir es einfacher machen wollen, können wir das machen, ja. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Ich sehe das nicht. Irgendjemand hat es gesagt. Ach, Full HM Comparability. If you select this option, then every Pokémon will learn every HM. Äh, okay. Okay, da ist es. Dann haben wir keine VM-Probleme. Field Items randomize. Ban bad Items. Das heißt, wir können keine schlechten Items kriegen, wie Briefe und Berries. Wollen wir nur geile Items haben? Ne, machen wir komplett random. Okay, ich glaube, das war's. Ich gehe nochmal in den ersten Reiter. Okay. Was ist im ersten Reiter? Unten rechts. Change impossible Evos. Make evolutions easier. Change impossible Evos. If this is checked, every evolution that isn't possible to do without trading in the... Ah, das heißt, ein Georock kann sich zu Geowats entwickeln. Nice. Mensch, die Profis. Hacky, danke. Cool. Okay, ich glaube, das war's. Ich save diese Settings. Und dann... randomize ich das mal. Das ist deiner. Jetzt muss ich dir das wieder schicken, ey. Moment. ist vielleicht nicht so geil, die ROM zu ändern, während man im Spiel ist. Close ROM. Okay. Wir haben's gleich. jetzt muss ich ihm nur noch diese 150 Megabyte Datei schicken. Die ROMs werden ja einmal größer. 124 Megabyte. Aber wir haben schon wieder was dazu gelernt. Vertraue keinem Kaumalat. Gut, dass wir jetzt alles randomizen. Jetzt kommt kein Kaumalat, sondern Knackrack. Ich hab die Datei ersetzt. Kannst du die jetzt einfach nochmal runterladen? Wenn du jetzt nochmal auf den Link klickst? Ich schick dir nochmal. Ich schick dir nochmal einen Link. Egal. Pick mir mal noch einen Link. Okay. Okay. Was für ein Abfuck. Richtig belastend. Hey, ich will ja sagen, Drecksnase, hast null Ahnung. Wir sind wegen dir gewiped. Aber ich hätte wahrscheinlich, ich hätte natürlich das gleiche gemacht wie du. Es war eine richtig kacke Situation. Aber wir hätten länger drüber nachdenken können. Aber nee, 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 nee. Nee, nee. Zu dem Zeitpunkt war es schon zu spät. Das war, das war. Da war es schon zu spät tatsächlich. Wo wir gemerkt haben, oh, das ist jetzt schlecht. Das hätte davor passieren müssen. Das ist jetzt nicht. Ivo, danke schön. Für vier Monate. Wieso konnte ich den Spielstand jetzt laden? Ist das nicht eine neue ROM? Ja, aber es ist die gleiche ROM. Also es ist die gleiche Datei. Aber der Inhalt ist der gleiche. Deswegen müsstest du... Wie lasst man Spielstände? Gar nicht. Achso, du hast wirklich gespeichert. Dann musst du Select B... Nee, man kann einfach einen neuen Spielstand beginnen. Nein, 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 nein. In dem kannst du dann nicht speichern. Du kannst sagen, egal. Wenn du jetzt ein neues Spiel anfängst und du willst speichern, sagt das Spiel, du hast noch einen existierenden Spielstand. Du könntest jetzt zehn Stunden spielen und dann kannst du nicht speichern. Das ist richtig dumm gemacht. Was ist das für ein Quatsch? Das ist richtig dumm gemacht. Aber deswegen kommt am Anfang die Nachricht. Achtung, du wirst nicht speichern können. Was ist das für ein Quatsch? Ja. Ach, dann mache ich einfach Quick Save. Ja, 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 ja. Okay, also ich... So, wir nennen es jetzt Nase 3. Ich, ich, ich fast forward jetzt hier durch. Und du bist wieder ein Mädel? Ich bin Leo minus... Spielen wir jetzt beide SoulSilver? Nee, warum? Parkt gerade einer im Chat. Hä? Das würde keinen Sinn ergeben. Staat ist da. Was? Speichern nicht möglich. Tatsächlich? Es ist so dumm. Das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Stimmt, hier ist Lugia. Hä, warum? Ich habe irgendwie... Hä? Ich habe die falsche ROM gerandomized. Alles gut, ich habe es doch schnell gefixt. Als ob das so wichtig wäre. Heute geht alles... Heute klappt alles. Wir sind richtige Profis. Es geht schnell. Hauptsache bei Nase ist alles richtig. Bei mir ist sowieso immer alles richtig. Open ROM. Die falsche ROM aufgemacht. Gold. Gold. Ich weiß gar nicht, was du hast. Textboxen wegklicken ist doch super. Okay. Jetzt. Okay, ich habe Roselia, ich habe Ampharos und ich habe Kravums. Warum hast du schon wieder Kravums? Was ist denn das für eine Randomness? Das fühlt sich nicht randomized an, Leo. Du hast die gleichen Pokémon wie... Hä? Aber du... Da hast du irgendwas nicht richtig gemacht. Ich habe doch... Ich habe doch deinen. Habe ich... Ich habe doch... Habe ich zuerst... Ich habe doch zuerst deinen gemacht. Ich habe dir auf jeden Fall die gleiche ROM-Anschein geschickt. Hä? Das macht alles... Das macht keinen Sinn. Google Drive hat es verkackt, nicht ich. Okay, Randomizer. Open ROM. Soul Silver. Das ist alles so furchtbar. Open ROM. Soul Silver. Hier. Load Settings. Benenn sie einfach mal um oder so. Soul Link Settings. Öffne die doch. Hallo. Soul Link Setting. No Game Breaking News. Ba, 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 ba. Randomized Safe. Soul Silver. Yes. Ich kann da nichts dafür. Jetzt lösche ich die Google Drive Datei. Ich sage dir die jetzt. Da war der Fehler. und dann nehme ich diese Soul Silver Datei. Tu sie in die Drive. Ich glaube... Ich glaube... Hat der da irgendwas zwischengespeichert oder so? Ich glaube, du hast so schnell runtergeladen, dass du noch nicht die neue Datei runtergeladen hast. Ich habe doch deinen neuen Link benutzt. Ja, aber da hatte ich... Da war die Datei noch nicht abgeloadet. Ich habe... Quasi der Prozess des Ersetzens war noch nicht fertig, glaube ich. Ich glaube, daran lag es. Ihr habt ja zugeschaut, wie ich alles richtig gemacht habe. Nochmal neu randomisen. Ich meine, wurde es jetzt. Das ist geil. Ey, vielleicht... Ich sage, es war Vanilla und es war einfach zufälligerweise der gleiche Seed. Das ist... Das wird mein neuer Lieblingsstream. Hallo, hallo. So, hier SoulSilver freigeben. Freigeben. Jeder Link. Äh... Hier. Das jetzt aber wirklich. Du darfst auch schon draufklicken. Yay! Nice. Okay, nochmal probieren. Zuerst bin ich SoulSilver und dann bist du das Gleiche. Eigentlich ist das echt abstrus. Okay, 0,1. Das ist das Aktuelle. Ich bin jetzt mal um, damit der Randall da nicht durcheinander kommt irgendwie. Warum sollte er? Ja, ja. So, und ich mache jetzt auch direkt... Äh... Ich kann auch mein Menü nicht aufrufen. Ich muss erst einmal runtergehen. Team Rocket Impro. Also, wie lösche ich jetzt nochmal den Speicherstand? Was war's? Äh... Select B hoch... Ah, nee. Jetzt ist nämlich der Speicherstand nicht mehr da. Jetzt hat es als neue... So nämlich... Ja, weil du deine gerade gelöscht hast, oder? Nee, die ist immer noch da. Aber du hast die umbenannt. Hast du gerade gesagt, du hast die Datei umbenannt. Die neue jetzt. Die neue habe ich umbenannt. Aber das habe ich gerade eben ja auch. Hä? Aber es kann... Es muss ja gleich... Bei mir war vorhin auch der gleiche Speicherstand, obwohl ich die rum ersetzt habe. Das liegt daran, dass du sie umbenannt hast. Mhm. Das macht keinen Sinn natürlich. Hä? Solange die Datei gleich heißt, nimmt er den gleichen Safe. Wenn du das sagst. Es ist so funktioniert... Technik. So muss das sein. Textgeschwindigkeit. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Textgeschwindigkeit. Jetzt sind beide Jungs... Du hast nicht Mädchen ausgewählt! Ja, ich hatte keinen Bock mehr, ein Mädchen zu spielen. Das bringt mir scheinbar Pech. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt habe ich... Pass auf, jetzt habe ich... Pichu. Roselia und Kleinstein. Warum sind Koop-Streams eigentlich immer so chaotisch? Warum sind bei mir eigentlich noch alle Pokémon da? Ja, da würde ich mir mal Gedanken machen. So, Mr. Lind. Was haben sie für uns? Hast du dich Nase 4 genannt? Natürlich. Nein, du bist Nase 3. Warum? Ich bin Leo 3. Das verwirrt doch nur. Macht man Turbo Hotkeys. Aha. Ich glaube, das kann nichts auf Low-Level, oder? Ein Magbrandt. Zubat. Okay, weg damit. Lampi. Ja, also ich muss doch, oder? Ich muss gucken, was Mew für attacken kann. Magbrandt ist ziemlich tanky, oder? Oh ja, Magbrandt ist krass. Aber es entwickelt sich ja nicht. Aber gegen Abo entwickelt sich, ne? Aber gegen Abo entwickelt sich wahrscheinlich auf 16. Nimm Magbrandt. Let's go. Dann hast du wieder einen Tank. Ich habe keinen Tank. Ich habe nur Mew. Das kann halt alles. Save-Route. Mew in Gen 4 kann... Uff. Pfund. Das war's. Auf Level 40 lernt es dann Psychokinese. Ich habe halt ein Ditto. Ich muss Mew nehmen, oder? Ich muss es nehmen. Aber es kann halt wirklich Pfund und dann 10 Level später verwandeln. Dann bin ich halt ein Ditto. Aber wir haben ja TMs randomized. Ja, aber wann findest du... Es kann sein, dass unser erster Trank direkt Blizzard ist, klar. Ja, ich muss Mew nehmen. Ich kann Mew nicht wegschmeißen. Aber wie nennen wir das jetzt? Hast du Spitznamen gemacht? Ich habe Sale genannt, ja. Ich habe Sale genannt. Der war gerade im Chat. Ach, Z, okay. Ich habe Mew hinter mir. Es muss jetzt was werden. Wir dürfen nicht wipen. Ich habe fucking Mew. Ich habe in meinem Rando auch Mew. Mit dem habe ich es mal geschafft in der Slok. Schau, und du hast einen Magbrand. Das ist ein krasser Tank. Wir schaffen das jetzt. Ich darf nur nicht... Weil ich muss halt jetzt aufpassen wegen Verwandler und sowas. Wann entwickelt sich Mew? Ach, ich weiß, wir haben so warm. Mew entwickelt sich jedes Mal, wenn ich Verwandler einsetze. Aber wusstest du, wenn du Mew in Generation 1 tauscht und dann, ne, Garados in Generation 1 tauscht und dann eine Mew begegnest, dann kannst du ein Shiny Ditto bekommen. Ne, wie war das? So ungefähr, ja. Also du meinst, du brauchst das Shiny Garados aus Gen 2. Musst du rüber tauschen und dann Ditto fangen und das kopiert dann die Stats von Garados. Nein. Geht das auch mit Mew? Theoretisch? Das Mew dann Shiny ist, weil es Transform macht? Das ja auch. Kann sein. Sollte. Hi, Massive. Guck mal, das ging doch jetzt fix. Okay, was haben wir für, jetzt geht es dir aber direkt los, ne? Ist Mew schnell? Dein Magbrand ist, glaube ich, nicht sehr schnell. Hätte ich gleich sehen, was es überhaupt für Attacken hat. Ich meine, es kann halt wirklich alles kommen jetzt. Schildterus. Ein Schildterus. Nice. Panzer Eron, das ist sehr schnell. Ich habe Angst. Ich flüchte. Ich kann halt Pfund. Ich kann Glut. Das ist gut. Gut, ich kann flüchten. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich Drachen-Pokémon, dass das Drachenwut kann. Ja. Nee, das muss. Ich habe no Game-Breaking-News eingegeben. Muse. Ei, 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 ei. Da macht es die ganze Zeit Schutzschild. Das ist ja belastend. Das stimmt. Moment, dein Rivale hat jetzt... Was waren die anderen Pokémon bei dir? Äh, Geg-Abor und... Bei mir war es nur Schrott. Zubat und... Andere weiß ich gar nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Mit Abor und... Ich kann halt nur Pfund jetzt. Aber Pfund ist besser als Tackle. Oh mein Gott. Achtung, das ist Boden, auch wenn es nicht so aussieht. Weil du hast ein bisschen Angst vor Bodenattacken. Ich sage dir, das ist Boden und Geist. Bodengeist. Mach keine normale Attacke und keine Kampfattacke. Das gibt aber verdammt viele Erfahrungspunkte, oder? Ja, aber es ist halt nur auf Level 4. Aber ja, klar. Aber mutig, dass du jetzt schon so kämpfst und so. Ich trau mich das mit meinem Mew grad nicht. Sprites vergessen. Ja, ich hab halt die Hoffnung, dass mein... äh... mein Magma-Dings extrem tanky ist. Ist es auch. Sollte es sein. So, wir müssen Sprites... Das war jetzt anweilig, weil es keine Entwicklung hat, aber das ist mir grad lieber. Mew. Ich darf einen Mew-Sprite aussuchen. Mew mag ich ja auch shiny. Schalt blau. Ja, aber es ist cool. Genauso wie nach Tara. Schalt blau. Geil. Äh... Sprite, Sprite, Sprite. Oh, es ist süß. Offene Augen oder zu Augen bei Mew? Offene Augen. Oh, ein Hund Duster. Hund Duster. Oh, wie perfekt dieses Mew da reinpasst. Das muss es... Wir müssen ja da durchrennen. Guck, wie schön das aussieht. Guck, wie schön das aussieht. Ja, dann such mal einen Eisstrahl oder so. Ja. Aber jetzt ist hier... Hier muss doch ein Item sein. Ach, ich darf hier nicht lang. Hä, warum darf ich hier nicht lang? Natürlich darf ich hier lang. Du hast schon wieder ein Lipomentas. Was sind da noch? Aber ey, vielleicht darfst du später fangen. Lipomentas ist krass. Ja, aber es entwickelt sich nicht, ne? Ich habe einen Glücksrauch. Rauch bekommen. Cool. Ich habe... Du hast Lipomentas. Ich habe Knofensa. Gut. Ja, der Vorteil ist halt, bei den Viechern kann man gut trainieren. Das heißt, hier kann ich bis Level 20 trainieren und dann kann mit Drachenwut gar nichts mehr. Ja, aber wir wollen jetzt nicht komplett überleveln. Das ist doch dann ein bisschen langweilig. Ach, für Drachenwut schon. Ach, wir dürfen hier auch schon verlieren. Ich dachte, wir dürfen halt noch keine Pokémon fangen. Aber ich dachte, dass wir schon verlieren können. Okay. Trotzdem will ich jetzt... Ich mag bei mir die Vorspulfunktion, weil die genau in dem Rhythmus ist, dass die Musik noch geil klingt. Bei mir ist die Musik dann aus. Aber wie ist es, wenn es jetzt jemand weiß? Pascal zum Beispiel... Oh, ein Sepa. Perfekt. Wie ist das, wenn... Ich habe es vergessen. Egal. Oh, mein Mew ist so gut. Naja, dürfte ich jetzt, weil hier noch keine... Es muss doch verboten sein, dass ich jetzt trainiere. Ich muss doch so schnell es geht zu dem Punkt kommen, wo ich Pokémon fangen kann. Ich darf jetzt nicht hier auf Level 20 mich trainieren. Das wäre... Das kann ja nicht sein. Audino? Audino gibt es hier nicht. Audino ist Gen 5. Warum ist Audino gut? Küstensalz. Achso, Audino wegen den XP. Ja, ja. Ja, Hyteras. Wir müssen auch Hyteras finden. Dann ist es richtig XP. Was ist denn Küstensalz? Ah, keine Ahnung. Das regelt eigentlich das Level-Cap. Ja, aber mit dem spielen wir ja nicht. Aber ja, deswegen würde ich sagen, am Anfang... Oh, du findest einfach ein Bolterus. Schildterus und Bolterus? Vielleicht ist es gut hier. Das ist gut. Du kriegst viel XP und du bist tanky. Ja, ich halte schon fast eine ganze Drachenwut aus. Aber auch nur fast. Der Mew. Also, wenn mein Mew transformen kann, dann bin ich alles, was ich sein will. Nur schlechter. Oh fuck, der Rival-Kampf geht los. Nein! Warte, 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 warte. Ich bin noch nicht... Oh fuck. Ich habe ein Level. Ich bin ein Level stärker. Und er hat einen Zubat oder einen anderen Dreck. Das ist kein Problem. Das sollte kein Problem sein. Außer er hat Blutsauger. Außer Zubat hat Blutsauger. Dann bin ich halt... Aber Lampi. Ja, kein Problem. Zubat mit Blutsauger wäre jetzt richtig blöd gewesen. Wieso hat der Lampi? Das war das andere. Das ist doch gar nicht zur Auswahl. Doch, doch. Bei mir schon, ja. Lampi, Zubat und Mew. Ist das Soulink? Ja, das ist Soulink. Du musst noch einen Mugbrand... Und das ist unser dritter Versuch heute. Nein. Du musst noch einen Mugbrand. Ich habe zwei Level gekriegt. Ich glaube, Mew kriegt richtig viel XP. Nasa hat einen Mugbrand und einen Mew. Ja, hallo. Tauros, Alter, was geht denn bei mir ab? Vor allem, wo bist du, dass du diese ganzen Encounter hast? Ich bin immer auf dem Weg zu Professor Eich. Ich gehe jetzt auch mal hier rein. Und ich lege es gar nicht drauf ein, zu trainieren. Ich will eigentlich nur durch. Ich habe nur normale Pokémon wieder. Wir haben die gleichen Einstellungen. Was letztes Mal passiert, die Nase hat einen Kaumalat-Trainerkampf gehabt. Und das Kaumalat hat Drachenwut gemacht und sein komplettes Team gewimt. Weil ich nichts machen konnte mehr. Mir ging es gut. Aber hey, wir sind ja irgendwie miteinander verbunden. Ich bin gerade dumm, dass ich gegen Panzer Aeron kämpfe. Aber es geht schon. Nee, Panzer Aeron gibt doch viel XP. Ja, aber es ist Stahl und ich bin normal. Alter, ich habe Nidoqueen. Wunderschön. Wunderschönes Pokémon. Ja, aber Nidoqueen ist schon cooler. Nee. Es scheint nicht cooler. Oh, ich kann schon Wandler. Wandler sollte ich eigentlich erst auf Level 10 lernen. Wollen wir mal Nidoqueen gegen Nidoqueen machen? Jetzt habe ich Angst. Oh, jeder. Das ist kein Doppelkick. Oh, shit. Oh, vielleicht war es eine dumme Idee. Oh, vielleicht war es eine dumme Idee. Es war eine dumme Idee. Äh, kratzer. Oh, es war eine dumme Idee. Was tust du denn? Ich wollte Wandler machen. Oh, es war eine dumme Idee. Du hast Tränke dabei. Denk dran, ne? Ja, und ich habe auch Volltreffer. Alles gut. Alles gut. Easy. Es wäre Klub. Was hast du für crazy Pokémon auf deiner Seite? Ich finde die gut. Die geben sehr viel XP. Auf Level 10 gibt es ein Megaheap. Ich habe vorhin geguckt und da stand Level 10 Transform. Ich habe es noch offen. Hier. Ihr müsst auf... Ah, zweite Generation. Der hat hochgescrollt. Vierte Generation. Wandler. Megaheap. Metronom. Ja. Komisch. Ich habe auf Gen 4 gestellt und das war auf Gen 2. Ich komme nicht zu Professor Eich. Oh, du hast so ganz karabohren. Und was hast du für... Vor allem wie viele verschiedene. Du darfst genau genommen nicht über Level 12. Ist jetzt ja randomized, glaube ich. Du darfst nicht über... Das kann auch sein, dass es jetzt... Oh Gott. Oh Gott. Weil, ne? Taubsee Level 2 zum Beispiel. Taubsee Level 3. Taubsee Level 4. Das sind alles unterschiedliche Pokémon. Ah, stimmt. So kann man es. Ja, es sind verschiedene Encounter. Also ich bin jetzt schon Level 10. Schau, kaum macht man das komplett random, ist es irgendwie auf einmal einfacher. Warum ist es dann zickzacks? Bis wir zum ersten Arenaleiter kommen und aus der Arena gefegt werden, weil der irgendwie drei Mewtwo's hat. Okay, ich gehe zurück. Level 10 ist mir genug. Ich will nicht so viel stärker sein als der Arenaleiter. Ja, ich bin jetzt auszusehen schon Level 9 geworden, ohne dass ich was gemacht habe. Ich kriege nur Panzer-Ehrons. Guck, ich laufe ein Feld ins Gras. Direkt Pokémon Dratiri. Oh, jetzt hoffen wir mal, dass du das... Aber das entwickelt sich sehr spät. Ja. Aber das kann Drachenwut. Wie nennen wir den Rivalen diesmal? Auf Level 4 schon? Hat es gerade Drachenwut gemacht? Nein. Nee. Nein, 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 nein. Aber ich meine nur, wenn du es hast, hast du irgendwann Drachenwut. Wie sollen wir diesmal den Rivalen nennen? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Entweder Fragezeichen, Fragezeichen oder Chat oder Dito Mido oder... Rivale ist gleich Chat. Okay, zwei Leute sagen schon Chat. Geduld. Nein, wenn dann Drachenwut. Okay, wir sagen Chat. Was ist denn das für ein Encounter-Rate-Stick gerade? Fuck, ich hab' ich... Oh, verklickt. Okay, Chat. Ich mach' übrigens mal wieder ein Quick-Safe. Chaos ist gut. Nein, wir geben uns nicht selbst unsere Namen als Rivalen. Wir müssen Koop machen. Auch wenn immer der Nase alles uns verkackt, wir sind trotzdem zusammen. Was, mit schnellen Drähtern? Gibt's mehr Encounter? Ja, wenn du schneller läufst? Ja, ja, schon immer. Wenn du schneller läufst, kommen eher Pokémon. Musst langsam durchs Gras gehen, wenn du keine willst. Das ist ja langweilig. Ich bin jetzt beim Fang-Tutorial. Alter, bist weit vor mir. Ich komm' nicht durch. Ich hab' zu viele Encounter. Ich schaff's nicht. Dann hör' auf zu rennen. Nee, ich hab' schon die ganze Zeit gerannt. Komm' wahrscheinlich, dass das Fang-Tutorial nicht randomised ist. Das ist egal, wenn es randomised ist. Das ist einfach ein Leggy mit einer Catch-Rate von 0,3%. Und dann dauert's ewig. Und es wird einfach nicht gefangen. Okay, ich darf jetzt einen Schritt gehen und dann hab' ich den ersten Encounter. Sind wir bereit? Äh, was war denn hier alles? Panzer Eron kommt jetzt wahrscheinlich? Oder Nidoqueen wär' saucool. Aber die zu fangen wird hart. Fünf Bälle. Stimmt. Dadurch, dass jetzt alles komplett random ist, sind die schwer zu fangen, ne? Also eigentlich sollte ein Lepomentas nicht schwerer fangbar sein als ein, ähm, Vorentwicklung? Panzer Eron. Achso, den Spyder entfügen. Ja, mach' ich gleich. Also Panzer Eron ist tatsächlich saugut. Ich kann mich da nicht beschweren. Und es hat vorhin einen Pfund überlebt. Also mach' ich jetzt einen Pfund. Weil es hat vorhin einen Pfund überlebt, als ich Level 10 war. Ich mach' jetzt einen Pfund. W, es ist ein Volltreffer. Pfund. Gut. Gut. Alles kalkuliert. Wir sind Profis. Nach dem dritten Versuch. Versuch. Ja, mal gucken. Ich muss ja meins auch noch fangen. Und bei mir sind nur ultra starke Pokémon, die wahrscheinlich nicht in den Pokémon gehen. Ja, doch, doch, doch. Eben, das sag' ich ja. Catchrate geht nicht nach Entwicklung oder Level. Es ist, weil so eine Radfratze hat genau die gleiche Catchrate wie ein Radikal, glaub' ich. Behauptest du jetzt einfach so? Behaupte ich jetzt? Panzer Erons Catchrate ist richtig blöd, glaub' ich. Oh Gott. Wie hast du jetzt eigentlich den Rivalen genannt? Chat. Chat. Mit D. Ne, mit T. Okay. Damit auch gar keine Verwirrung auftrumpft, wen wir meinen. Das sind auch die Items, die an Bäumen wachsen, random. Ich schätze. Ich mach' jetzt mal Wandler, weil vielleicht hat dann Panzer Eron eine Attacke, mit der ich Panzer Eron schwächen kann. Wie zum Beispiel Schnabel. Oh, das kann nur Schnabel. Oh. Killed. Mew. Schnabel. Panzer Eron. Flug gegen Flug. Pfund ist stärker als Schnabel, oder? Oh, ich wünschte, ich könnte die Steps von Schnabel anschauen. Leute, helft mir. Ich will dieses Panzer Eron nicht missen. Soll ich Schnabel machen? Ist es bei Schnabel tot? Ich bin Level 11. Ach, ich glaube, es ist tot. Weil Pfund ist normal. Und nur deswegen hat es überlebt. Könnt ihr ihn besiegen? Vermutlich dead. Challenge accepted. Was? Ah, okay. Ich schmeiß weiter. Aber ich glaube, es bleibt nicht drin in drei Bällen. Ich habe Angst. Schnabel ist nicht effektiv wegen Stahltyp. Die Frage ist, ob es weniger Schaden macht als Pfund. Pfund ist, glaube ich, eine 40er Stärke. Ich schaue jetzt, was Schnabel für eine Stärke hat. Wenn Schnabel eine 30er Stärke hat, dann sollte es den Schnabel überleben. Schnabel. Piekser. Ja, nee. Inzwischen Piekser. Schnabel. Stärke 35. Das ist physisch. Pfund ist auch physisch. Aber anders. Nee, es stirbt. Wisst ihr, warum es stirbt? Weil ich jetzt Flugtyp bin. Das heißt, ich habe Stab mit Schnabel. Mit, äh, mit Pfund. Hatte ich, hatte ich keinen Stab. Jetzt habe ich Stab. Das wird sterben. Also ich hätte einen Schilderus zu fangen. Das ist doch cool. Wann entwickelt sich das? Spät. Kennt das Pokémon nicht mal. Spät. Das ist ein, äh, das ist ein Fossil. Mach Schnabel. 40? 40? Ich glaube, mit Schnabel ist es tot. Ich glaube, mit Schnabel wäre es tot, weil ich Stab habe. Da fahrte ich keinen Stab und habe schon die Hälfte weggemacht. Komm schauen. Ich will Panzerion. Oh! Fünf Bälle ist auch mies, Rick. Was ist denn, warum gibt die mir nur fünf Bälle? Letzter Ball? Dann warte ich mal ab. Das Nervige ist, dass ich so wenig Geld auch habe und so. Nein! So, jetzt probieren wir es aus. Ich mache Schnabel. Schade Marmelade. Ich wette alles, dass Schnabel es umbringt. Level 30. Das ist unlogisch. Das ist unlogisch. Warum macht es so wenig Schaden? Pfund hat... Ah, du hättest Schnabel machen können. Pfund hat... Sehr gut. Pfund... Hat... Hat... Hat Mew einen höheren Attackenwert als... Hä? Ja, Mew ist Legendary. Es macht automatisch mehr Schaden, weil es Legendary ist. Aber, aber... Nicht effektiv? Das ist klar. Pfund war auch nicht effektiv, weil es eine Normalattacke ist. Ja, aber war das nicht einfach normal? Ja, normal gegen Stahl ist... Da wechsel ich gerade was. Normal gegen Stahl ist doch nicht effektiv. Normal gegen Stahl ist schrecklich. Aber Mew hat höhere Stats als Panzer Ehron. Daran liegt's. Mew hat halt... Mew hat halt viel krassere Stats. Ja, wir können hier oben bei diesen Durchgang gleich noch was... Flug gegen Stahl auch. Ich war heiß. Deswegen habe ich es ja kalkuliert, weil beide Attacken gleich kacke sind. Nur ich habe keinen Stab mehr. Mew... Mew hatte keinen Stab. Panzer Ehron hatte Stab. Deswegen in meiner Welt. Ich schnabel viel stärker. So oder so, es wäre nicht drin geblieben, weil es Panzer Ehron ist. Kacke! Ich gehe direkt Pokébälle kaufen. Oh Gott, was ist das für Viech? Mel... Wir haben gerade erst angefangen mit dem Stream. Ja, mega heave. Ich hole mir gerade erst Pokébälle das erste Mal. Oh nice. Mein Mew ist leicht stark. Ja, ich habe schon wieder nichts gegen Boden. Aber wie auch, es ist das erste Pokémon. Oh, Relikat. Was hast du für Crazy Mondens? Ich bin natürlich krasser. Du, dafür, dass du Mew hast, kriege ich halt die krassen Encounter hier. Aber du hast einen Magbrand. Deins ist einfach so oder so stark. Ja. Guck mal, jetzt habe ich 40 KP. Jetzt könnte ich genau eine Drachenwut nicht überleben. Guck mal, ich kann schon längst eine Drachenwut überleben. Mew hat so krasse Stats. Du musst immer noch deinen Magbrand einsetzen. Overlay. Overlay schreit Professionalität. Ich habe halt immer noch Angst, dass wir den Run gleich besetzen müssen. Warum? Wir haben Magbrand und Mew. Ja, das ist bei Drachenwut als Gegner völlig schnuppe. Keine Angst. Drachenwut ist erst ab Level 7. Mhm. Ich kaufe mir jetzt Pokébälle. Und dann hole ich mir da oben bei dieser kleinen Route das erste Pokémon. Ja, ich kaufe mir jetzt auch wieder 10 Bälle. Und dann mache ich auch die kleine Route mal schon, was da drin ist. So, in der Zeit mache ich mal... Wie heißt das? Magbrand, das Viech? Ich kenne mich doch nicht aus. Ja. Mag... Brand. Ich finde das ein unglaublich hässliches Pokémon, by the way. Ist es auch. Aber ich meine Mag... 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 Magbi? Was? Mag... Magmar? Das ist jetzt auch nicht hübscher. Ja. Nee. Okay, Rute... Aber ich finde alle diese Entwicklungen sehr hässlich. Also auch sowas wie Weiterentwicklung von Elektec. Nicht auch... Ja, wobei Elektec... Elevoltec sieht schon um einiges cooler aus. Ja. Magbrand hat halt so wie Magmar halt ein Arschgesicht. Achhi! Ja. Hapfü, Hapfü. Pass auf, ich kriege jetzt ein Mewtwo. Ja, das wäre cool. Bitte, lass es... Nee, gib mir einfach irgendwas Normales. Ich will, dass es in Pokéball drin bleibt. Rosanna. Ein Rosanna Rosanna. Aber es entwickelt sich auch nicht. Hat es keine Entwicklung? Nee. Aber ich finde, es hat eine Entwicklung verdient. Es ist eine Entwicklung von... von den Kleinen. Ich könnte Wandler probieren und gucken, ob es eine Attacke hat, die es selber aushält. Weil ich würde es killen. Dankeschön für den Raid J... Jailer. Danke. Hello. Hello, hello. So, mal gucken, was ich finde. Komm schon, was Gutes! Ein Traumato. Ist süß. Schlecker. Wir können ein bisschen schlägeln, schlägeln. Wir können Todes... Warte, war Todeskuss die Schlafattacke? Oder hieß es Bitterkuss? Nee, Todeskuss ist die Schlafattacke, ne? Todeskuss ist die Schlafattacke. Es kann auf jeden Fall nicht wehtun. Also ich hab's schon gefangen. Muss ich mal ranhalten. Die Attacke geht daneben. Warum geht die Attacke daneben? Bitterkuss ist Verwirrung. Ein Todeskuss ist Schlaf. Ja, 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 ja. Damit hab ich doch meine Entei und Raikus gefangen. Spitznarben. Fangen wir das, Rosanna? Wir müssen es fangen. Warum geht aber... Das musst du aussuchen diesmal. Todeskuss hatte, glaub ich, nur ne 65... Genauigkeit. Äh... Wer will Traumato und Rosanna sein, wenn ich Rosanna fange? Aber es schläft jetzt. Ich trau mich nicht anzugreifen, aber es schläft. Primärball. Ich... Hallason. Es heißt Hallason. Hallo, Hallason. Hallo, Hallason. Halla... Haller... Passt sogar rein. Hallason. Hallo. So, ich check mal, was es auf der Route noch so gibt. Bitte bleib drin, ey. Das ist aufgewacht. Oh, das hätte ich gern gehabt. Das ist knuffig. Ja. Aber ich glaube, als Baby nicht sehr stark. Du mit deinen Babys, ey. Nächstes Mal Nasslock-Challenge-Only-Baby-Run. Geht. Aber möchte man das? Ohne, dass sie sich entwickeln dürfen. Genau. Oh, das ist schlecht. Oh. Das wäre aber auch ein starkes Ding gewesen, wenn du das gekriegt hättest. Kannst du drinbleiben? Du schläfst und bist Level 3. Das kann doch nicht sein, dass wir das jetzt auch wegschmeißen müssen. Du hast doch hoffentlich genug Bälle gekauft. Neun. Ich habe noch neun. Und du hast einen Primärball. Den habe ich schon. Oh. Okay, okay, okay. Nice. Rosana. Rosana, Rosana. Rosana, Rosana, Rosana. Godzilla. Vergesst nicht, einen Spitznamen zu geben. Oh shit, ja. Wer? Herr Anderson. Oh mein Gott, hier kann ich fahren. Ja. Aber ich finde, wir sollten wirklich nicht weit über Level 12 leveln. Weil sonst ist es zu einfach. Sonst ist es zu einfach. Wir müssen zumindest... Ich wurde gerade mit Level 15 von einem Level 7 kaum mal hart weggefegt. Ja, aber sonst ist es ja zu einfach. Das war halt krasses Pech. Weil über zu einfach können wir reden, wenn wir die ersten 8 Orden haben, ja? Dann können wir über zu einfach reden. Bevor wir das nicht geschafft haben, möchte ich nichts von einfach hören. Ja, Leute, der übertreibt, oder? Wir sollten sagen, nicht über Arena-Leiter-Level gehen. So. Äh, Hallerson. Und dann wird es nicht beschwert, dass man neu starten muss. Genau. Ja, aber wir müssen ja wenigstens die Challenge haben, dass es schwer ist. Wenn wir jetzt mit Mew und Magbrand auf Level 30 durchrennen. Aber sie ist doch schon so schwer, dass wir sie wieso nicht einmal geschafft haben. Jetzt ist es nicht schwer, weil wir krasse Mons haben. Trainierst du jetzt so? Würdest du sagen, Ampharos war nicht krass. Nicht so krass wie ein Magbrand. Okay, ich trainiere auch. Was habe ich da noch für Mons? Ich würde sagen, mit Cap. Mit Soft-Cap. Also von wegen, wir versuchen nicht extrem viel stärker zu sein. Ah, gut. Das ist Auslegungssache. Seit wann gibt es den gemeinsamen Chat? Ungefähr seit zwei Wochen. Ist relativ. Ist sehr neu. Aber stell dir mal so ein... Das ist eigentlich besser. Stell dir mal vor, wie so ein Mew ein Megahieb macht. Das kleine Ärmchen. Patsch. Und dann kommt da ein Magbrand. Ich finde, am Ende sollten wir irgendwie versuchen, dass unsere beiden finalen Teams, wenn wir durchgespielt haben, gegeneinander kämpfen. Das könnten wir in Pokémon Showdown machen, dass wir sie nachbauen und gegeneinander kämpfen. Ja, und dann kommt ein wohin genau und wir sind einfach tot. Ne, weil wir dann super smart immer im richtigen Moment spezial und physisch abwechseln, dass wir nie das nehmen, was er hat. Du hast Hyteras. Du wirst jetzt so krass leveln. Ich will halt das Traumato ein bisschen hochleveln, weil es nur Level 2 war. Ja, ich muss einmal switchen. Das hält ja nichts aus. Oh, hier ist ein Schwallboss. Ein Level 2 Schwallboss. Backbrunt. Vor allem die Hyteras kommen echt oft. Mhm. Wie entwickelt es sich eigentlich mit dem Randomizer? Also Traumato ist, glaube ich, Level 25 oder sowas. Mein Mew entwickelt sich nicht. Und Rosanna auch nicht. Da musst du auf die MSA nie warten und dann unterm Truck... Das Mew so drunter stopfen. Ja, ja, dann wird es zu Mew 2. So mit dem Truck immer wieder überfahren, dass es sich endlich entwickelt. Sichlor entwickelt sich, glaube ich, einfach mit einem relativ hohen Level. Wahrscheinlich musst du ihm trotzdem aber den Metallmantel geben. Hm, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das Tauschen wird nur durch Level ersetzt, aber das Item brauchst du trotzdem. Das wäre jetzt meine Vermutung. Oh, hier hätte es auch in Divi gegeben. Scheiße. Tausch mit Metallmantel, ja, aber im Randomizer musst du nicht tauschen. Deswegen glaube ich Level up mit Metallmantel. Oder vielleicht musst du den Metallmantel einsetzen, dass es sich entwickelt. Ja, und hundertmal die Pokerflöte spielen. Genau. Ich könnte, glaube ich... Oh, mein Rosanna schläft noch. Geil. Ich könnte Schnee einsetzen gegen Sichlor, glaube ich. Ist Eis nicht viermal so stark wegen Käferflug? Ich glaube. Oder ist Eis gegen Käfer nicht gut? Es sollte gut sein. Käfer sterben im Winter. Volltreffer. Volltreffer macht bei mir nur ein KP Schaden. Why? Weil mein Mew so stark ist. Ja, die Level Caps, die Level Caps, die sind schon ignoriert. Wir sind schon überschritten. Wie die eigentlich kämpfen? Nee. Die Musik ist anders. Ich muss es killen. Das wäre es gewesen. Die Musik war anders. Die Encounter-Musik, weil es ein Leggy ist. Ah, wie cool. Ich meine, ich hoffe, ich kann es killen. Das gibt ordentlich XP. Komm, Mew, du schaffst es. Flüchtet das nicht auch, wenn es random ist? Oder wie ist das? Was meinst du? Flüchtet es nicht? Das ist die Frage, ob es jetzt flüchtet. Aber nee, es hat den Überblick gemacht. Äh, Dark Rider, danke dir für den Follow. Dankeschön. Wahrscheinlich kann es Brüller, aber es ist nicht programmiert, ein Roamer zu sein. Deswegen bleibt es, glaube ich. Hm. Okay. Jetzt bin ich Level 6. Jetzt gehe ich mal auf die nächste Route und gucke, was ich fangen kann. Suikun, es tut mir leid, aber gib mir bitte richtig viel XP. 30 XP, naja. Ja, gut, Level 2 halt, ne? Ja, aber Leggy? Das heißt, hier kommen jetzt dauernd Suikuns. Philippa, okay. Bist du schon auf der nächsten Route oder wo bist du gerade? Nee, ich war immer noch da, wo wir gerade was gefangen haben. Aber ich kann wechseln. Weil ich gehe jetzt auf die nächste Route und gucke, ob ich da was fangen kann. Also die nach oben, ja. Rosalia City, ja. Du hast dein neues Pokémon noch nicht eingetragen. Das sieht nicht schön aus. Die Menschen sind verwirrt. Ja, Mama! Pa, Pa. Pa? Pa. Traumato. Wie mir Rosana hinterherlauft, ist auch ein bisschen creepy, wie das aussieht. Wie sie Arme hochhält. Ich glaube, noch nie hat jemand einen Rosana hinter sich erlaufen gehabt. Wach auf, Rosana. Wir besiegen gleich Falk mit deinem Pulverschnee. So, was fange ich denn jetzt auf der nächsten Route? Mal gucken. Was passiert, wenn einer von euch ein Pokémon fängt und der andere seinen letzten Pokéball danach verwirft? Ach du, das ist noch gar nicht passiert. Will ich das fangen? Wollt du, was willst du fangen? Ja, warum nicht? Du willst doch die ganze Zeit Boden-Pokémon. Ich glaube, es ist nur Stein. Doch, es sollte Boden-Stein sein. Ach nee, du willst Wasser-Pokémon. Natürlich willst du. Ich will was gegen Boden-Pokémon, verdammte Axt. Volterus ist so das Tank-Pokémon. Warum sammelt ihr nicht die Bären ein? Weil wir zu dumm sind. Anscheinend. Jetzt habe ich alles gekauft. Ich versuch's mal zu fangen. Ja, wenn der eine sein Pokémon nicht fangen kann, dann darf der andere auch nicht fangen. Und wenn ich meinen Pokémon schon gefangen habe und er seins nicht fängt, muss ich meins freilassen. Unsere Pokémon sind gesoul-linked. Mein Pokémon ist ein Säpa. Säpa ist geil. Ich liebe Säpa. Aber es wird leider nichts zu sehdrücken. Okay, ich habe meins gefangen. Okay, okay, okay. Ich werde meins auch schaffen. Denn ich habe Todeskuss. Ich habe das perfekte Fang-Pokémon jetzt mit Todeskuss. Perfekt ist es nicht, weil es nie funktioniert, aber... Ich habe auch den perfekten Namen für meinen Bolterus. Krunt. Krunt? Krunt. Grunt. Krunt. Jetzt habe ich ein G. Steht im Chat. Grunt. Das ist Bodenstahl. Stimmt, Schildterus ist Bodenstahl. Äh, Bolterus. Äh, du hältst locker einen Pfund aus. Ich soll mal wieder speichern. Und ich speichere auch mal ingame. Wenn du kannst. Ach so, stimmt. Das hast du ja. Mhm. Weil ich eben so schön aussehe. Oh ja, natürlich. Natürlich. Sepa wird Lord, weil es nie zum King wird. Seelord. Wie lange willst du heute eigentlich machen? Bis du nicht mehr kannst. Und bei mir ist es noch nicht mal zwölf. Da hätten wir vor einer Stunde aufhören müssen. Kannst du nicht mehr. Ja, normalerweise stream ich immer so bis um halb eins. Okay, dann wollen wir doch die Arena probieren. Ich meine, wir sind gleich da. Ohne Fenstertour müssen wir machen. Oh shit. Ja, okay. Der ist zu lang. Also wenn du jetzt aufhören willst, das dauert ja dann noch eine halbe Stunde, bis wir da sind. Och, die Arena können wir noch machen. Komm, die Arena machen wir noch als Goal für heute. Wir brauchen ein Ende. Weil wenn wir da verrecken, dann ist es ein schönes Ende. Ich wohne in Irland. Eine Stunde früher. Und ich denke jedes Mal, dass du in den Niederlanden wohnst. Und ich verwechsel es jedes Mal. Warum? Weiß ich nicht. Äh, was war der Name? Grund. Das steht noch im Chat. Okay. Dann machen wir den Boosten aber. Ich booste jetzt. Oh, ein Krönk. Das ist so lila. Das ist viel zu lila. Ich habe ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst, dass ich verrecke. Oh, eine Leckteck. Donnerschock setzt ein. Nee, möchte ich nicht riskieren. Warte, jetzt kommen ja einige Trainer. Es dauert schon noch ein bisschen, bis wir bei der Arena sind. Aber hey, du kannst morgen ausschlafen. Ja, aber ich muss morgen noch Let's Play Folgen aufnehmen. Für was? Ah! Für den Let's Play Kanal. Oh, ein Stahloss. Eins meiner absoluten Lieblings-Gen2-Pokémon. Mew hat nur normale Attacken. Normale schrecklich gegen Stahl. Äh, Nilsö, viel im Next von 13 Minuten. Aber Stahl ist gut gegen Eis. Ah, ich bin Eis. Ich muss auf Mew wechseln. Oh, mein Gott. Vielleicht ist es auch jetzt schon vorbei. Ich würde die Nase gerne bei Pokorog sehen. Ich finde Pokorog so langweilig. Ich finde es nicht langweilig, aber ich mag es nicht. Ich mag es auch nicht. So, mal schauen. Mega Heap. Das ist ja überhaupt nicht wie Gothic. Es macht auch noch Härtener. Es kann nichts anderes. Oh, 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 oh Gott. Oh, oh Gott. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So viel XP, komm schon. Okay, nice. Hat der einen Stahloss, ey. Stahloss ist ja geil. Now we are randomizing. Ja, es hat noch keine Stahlattacke. Aber ich glaube trotzdem, dass Rosanna es vielleicht nicht unbedingt geschafft hätte. Aber schafft gegen Nebula. Nebula kann man ein bisschen schlecken. Er schlägt auch mich. Aber das ist mir egal. Ach, Runeera war das Baby-Pokémon, genau. Ich dachte gerade, hä, welches war das nochmal? Runeera, Shanera, Heitera. Nebulak Sprite. Ich finde die besten Nebula, Alpollo und Gengar, wobei Nebula ist scheiße in Gen 1, aber Alpollo und Gengar sehen in Gen 1 am besten aus. Die sehen so schön creepy aus. Da kommt ein Tango-List, ich hab Angst. Äh, komm, wir wollen die XP. Risky. Holverschnee sollte doch gut, aber es ist Psycho. Aber es kann doch keine Unlichtattacke. Ich hab Angst, ich hab trotzdem Angst. Ich weiß Eis, aber Tengulus ist auch Unlicht und kann, also wenn es eine Unlichtattacke könnte, wäre es scheiße für Rosanna. Alles gut, Mew klärt. Mew ist viel zu stark. Vielleicht kommt ja gleich Drachenwut beim Arena-Leiter. Selbst dann wissen wir diesmal, wie wir es handeln. Weiß ich nicht. Nicht voreilig handeln. Ballern, rein da! Nein. Überlegen. Taktik. Tränke benutzen oder so. Jan Mega. Was hab ich für kranke Pokémon? Okay, gegen Jan Mega trau ich jetzt. Aber es ist Käfer. Ich bin Psycho. Alles gut, alles gut. Da oben wechselt übrigens die Route, daran denken, ne? Ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich bin, glaube ich, auch schon... Ach, jetzt wieder ein Anruf. Ich glaube, ich bin jetzt auch schon... Ja, ich bin schon da. Okay, okay. Nächstes Mon. Okay. 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 Ich darf noch mal. Du darfst noch mal. Ich darf noch mal. Ich darf noch mal. Ich flüchte sogar. Ein Garados? What the fuck? Wie macht ihr das mit den Heilenden Kämpfen? Wir dürfen uns heilen in Kämpfen. Wir sind keine Profis. Wir heilen in Kämpfen. Wir können froh sein, wenn wir es schaffen. Wenn der Garados jetzt Drachenwut kann, dann wäre ich aber sauer, ne? Level 3, nein. Ja, ich weiß nicht. Das ist random. Ey! Ein Milotik. Milotik. Das sag ich doch. Milotik. Es bleibt auch für immer ein Milotik, weil es ist schon die letzte. Es ist so schön. Und so stark. Jetzt muss es nur drin bleiben. Wie viele Bälle habe ich? Ich habe gerade extra nochmal Bälle gekauft. Milotik ist richtig nice. Aber es entwickelt sich halt auch nicht. Nur Säpa bis jetzt entwickelt sich. Ähm. Okay. Soll ich Pulverschnee mich trauen? Es ist kein Drache, ne? Es ist nur Wasser. Es ist ein reines Wassermann. Pulverschnee muss es aushalten. Okay. Okay. Das ist scheiß Garadus fast gekillt hat, ey. Hat das eine Wasserattacke? Nee. Nee, aber ich habe nichts getroffen. Okay. Okay. Volltreffer. Ich traue mich nicht mehr. Stimmt, wir hatten beides gerade Schlangen. Wasserschlangen eigentlich. Avatar, danke schön für deinen Raid. Ich darf jetzt auch ein Pokémon fangen. Mal gucken. Ey, Milotik. Milotik. Okay, so lange hole ich mal Säpa und Milotik als Sprite. Ein Pelipper. 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 Dankeschön für den Raid. Hallo, hallo, hallo. Ganz genau. Oh, das ist ein süßes Bild. Das ist ein süßes Säpa. Und Milotik. Das ist mal ein Team. Ich sage dir, am Ende rennen wir so durch. Und wir kriegen nie eine Drachenwut oder irgendwas. Ich muss das Spillipper erst mal fangen. Äh, wow, 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 wow. Du kannst mir nicht meinen Milotik wegnehmen. Hallo, hallo. Okay, wie viele Bälle hast du? Hallo, hallo, hallo. Warum machst du keine Attacke? Du hast andere Pokémon. Hallo, hallo. Wie viele Bälle hast du noch? Ich habe noch sieben Bälle. Acht. Okay, warum hast du kein anderes Pokémon, das eine Attacke machen kann? Traumato ist paralysiert und das andere ist erst Level 2. Nee, Moment. Ich habe kein anderes Pokémon, oder? Du müsstest 3 haben. Hallo, hallo. Traumato paralysiert ist doch nicht so schlimm. Das kann ja trotzdem eine Attacke machen. Zumindest einmal angreifen. Der Unterschied von 100 auf 90% ist schon riesig. Ja, aber es ist Level 7 oder so. Dein Traumato? Ja. Das hält es doch aus. Sicher? Ich kann es probieren. Also ich... Ja, bitte. Okay, auf deine Verantwortung. Aber ist es denn wenigstens voll? Ich habe noch einen Grunt. Aber mit Aqua nachher ist das... Nee, nee, nee. Aber schau mal, dein Traumato ist noch voll. Und überlebt locker eine Attacke von Pelipper. Und was kannst du selber für eine Attacke machen? Äh, Pfund, glaube ich. Und, äh, Hypnose. Ja, du kannst es einschläfern. Mach Hypnose. Oh mein Gott, nimmt der mir meinen Milotick weg? Ist es paralysiert? Kann ich angreifen? Ja, und? Nochmal. Du hältst doch lange durch. Soll ich einen Pfund machen oder meinst du, ist es tot? Äh. Ich weiß nicht, ob du drei. Äh. Mach einen Ball. Ha! Mach einen Ball. Ich würde auch sagen, er überlebt einen Pfund. Weil du nicht Stab hast. Aber Schlaf ist schon doppelt so gut. Äh. Nimm mir nicht meinen Milotick weg, ja? Pelipper bleibt drin. Ich tu da jetzt einen Milotick hin. Als gutes Zeichen. Ey. Easy sagt er. Er hätte einfach weitergeworfen, obwohl er einen Hypnosemon dabei hat. Ja, wäre drin gewesen. Ah, aber du hättest so viel Bälle mehr verschwendet. Schlaf ist automatisch doppelt so gut immer. Die Chance dann. Äh, wie heißt das? Moment. Okay. Äh. Silber hat sich zuerst gemeldet. Silber, Silber. Aber Silber will eigentlich Angel genannt werden. Ach so. Angel. Also ich nenne sie immer Angel. Wenn das so ist. Wenn das so ist. Ähm. Sometimes I wish I were an Angel. Ist das Robbie Williams? Ja. Spielen sie mal auf der Wiesen als Rausschmeißer. Kingstein bringt mir gar nichts. Sollen wir nochmal direkt jetzt hier reingehen und das nächste. Ich hab keine. Ich hab kaum noch Bälle. Oh, du hast ein Porygon Set. Wie cool. Das wäre jetzt blöd da rein zu gehen. Ich hab nur noch drei Bälle. Und zwei sogar nur noch. Dann gehen wir heilen. Wie gut ist mein Pulverschnee. Jo. 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 Ein Blütenbrief. Ich hab keine Ahnung was das ist. Ich renne hier durch. Äh. Carmine. Vielen Dank für deinen Raid. Oder ein Seemon. Ist ein Drache. Ist Seemon? Ne. Andere Musik. Oh. Soul Silver. Gib dir dieses Bild. Soul Silver. Und da drunter. Oh. Sieht so gut aus. Oh. Schade. Ich hatte ein Suikun, du Lugia und wir beide durften nicht fangen. Du musst es killen. Tja. Wunderschön. 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 Vorausgesetzt, es killt mich nicht. Ich mein, du kämpfst. Lugia ist kein Wasser Pokémon. Was ne Schande ist. Aber. Du solltest fein sein. Wahrscheinlich kannst Flügel schlag. Lugia ist einfach das bessere, ist das bessere Ho-Oh. Ja. Lugia ist definitiv cooler. Aber ich habe inzwischen auch ein bisschen mehr Liebe zu Ho-Oh entwickelt. Gar nicht so kacke. Es sieht halt wie ein, wie ein Ibi-Chuck, das lange nicht beim Friseur war. Naja, was bei einem Special-Freserver eher. X-Angriff, das ist geil. Okay. Ich bin durch. Du auch. Aber wir werden kaum Geld haben, ne? Weil, äh. Also ich habe gegen alle gekämpft. Ja, ja, aber die geben ja kaum Geld. Ja. Aber ich habe, ich habe glaube ich noch Bälle. Schauen wir mal. Jetzt noch den Knopf-Fenser-Turm. Aber da rennen wir durch. Ja, aber da können wir auch ein Pokémon fangen. Ich kann nur ein Pokéball kaufen. Stimmt, da dürfen wir auch fangen. Okay. Dann, äh, sollen wir in die Höhle gehen? Ne, lass ich schon im Fenster-Turm gehen. Okay. Da müssen wir sowieso rein, um weiterzukommen. Okay. Und danach kriegen wir ja Geld für Pokébälle. Okay. Wieviel kann ich kaufen? Acht. Acht Bälle. So. Hier bin ich eben mal draufgegangen, weil jemand ein Regigigas hatte. Und hier kommt direkt ein Garados. Regigigas? Why, though? Ich meine, wir haben Gen 4, Regigigas, ganz normal. Gibt's hier. Ach du Scheiße. Aber das wird nicht nochmal passieren. Flamm Kiefer. Ich meine, Rosanna ist voll gut mit Pulverschnee. Ich glaube, ich gucke mal, was es hier für einen Encounter gibt. Was ist Bammelin nochmal? Bammelin, 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 Bammelin. Wow, ein Radikal. Äh, entwickelt sich auch nicht. Hast du schon einen Encounter? Ja. Ich habe noch keinen. Nee, Radikal entwickelt sich nicht. Aber Radikal ist... Konfusion dürftest du nicht töten, oder? Konfusion? Müsst du doch... Nee, ich glaube nicht. Aber also Pfund ist weniger Step als Konfusion. Also, hat keinen Step. Also Pfund sollte noch weniger killen. R-Tuff. Oh, kann Hypnose mal treffen, bitte. Hypnose hat leider eine sehr schlechte Genauigkeit. Ja, ich merke es gerade. Hey, ich mache die alle platt mit meinem Pulverschnee. Oh Gott, mein Rosanna ist fast tot. Warum? Wann ist das passiert? Oh mein Gott, wann ist das passiert? Was wüsst du denn? Wann ist das passiert? Hä, wann denn? Es geht zu schnell alles. Es geht zu schnell. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Alles gut, alles gut. Wir haben alles unter Kontrolle. Sehr jung. Geil. Aber Radikal ist nicht schlecht. Es kann Hyperzahn, Superzahn. Ja, aber es ist halt ein relativ langweiliges Pokémon. Ja, es ist schon langweilig. Vor allem, wenn wir anschauen, was wir hier alles schon haben. Ich kriege keinen Encounter. Nein. Krass. Aber ich gehe auch langsam. Du rennst ja nur. Also ich habe es gefangen. Es ist radikal. Wer möchte ein kales Ratti sein? Ich finde es Snobili-Cut. Das ist quasi das Gleiche. Aber Snobili-Cut ist cooler. Ja, stimmt. Scott und Maus. Nice. So, wer möchte denn? Wer will Snobili-Rad sein? Oh Gott. 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 Äh. 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 Kau-Jeezo? Jetzt aber ich. Maurice, du hast wieder zu langsam. Oh Gott. 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 Was tust du? Ich versuche es irgendwie zu schwächen. Ich will nicht so viele Bälle verschwenden. Pass auf, pass auf. Wandler. Boom. Äh. Ah. Überlebens in Kratzer. Ich traue mich nicht. Aber ich will nicht. Ah. Die Bälle. 13 Bälle. Du schaffst das. I believe in you. Ich meine, du willst dein Radikal auch nicht unbedingt. So schlimm wäre es nicht. Es wäre nur sehr schade. Doch. Doch. Ja, dann habe ich ein Pokémon. Das, äh, wenn es. Dass du opfern kannst bei Drachenwut. Die Bälle, die Bälle, die Bälle. Ah. Setz doch Hypnose ein. Mein Rosana ist fast tot. Okay, ich hab's. Was war der Name fürs Nobilikat? Äh. Couchy. Ähm. Von Couch Potato. Ah. Couch. Also einfach nur Couch? Couchy. Mit I. Okay. Wollte er haben. Couch. Couchy. Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus, mein Rosana. Ich muss auch mal die, die, äh, Liste aktualisieren. Ich hab's die ganze Zeit vergessen. Äh, was hab ich mit Sepa gefahren? Bollterus. Bollterus. Das du echt trainieren solltest, das ist ein krasses Tier. Oh, wie schreibt denn sich das? Bollter? Boll. Ich weiß, vielleicht noch mit einem L. Boll sollte reichen. Bollterus, da hat ich zwar das. Couchy ist ne Sie. Die Couchy. Ach so. Äh, dann, äh, Piliper. Piliper, Piliper. Und dann hat ich jetzt noch ein Radikal. Ach, es gibt auch ein Aola-Radikal. Ach, Couch. Das ist ziemlich cool. Und dann haben wir schon wieder fast ein volles Team. Okay. So. Zurück in den Turm. Bollterus. Bollterus. Äh, Piliper. Bollterus ist so riesig. Oh Gott, jetzt habe ich auch einen Hypoteros. Warum war mein es dunkel? Also warum war mein schwarzer Schein? Äh, ich weiß nicht wie rum. Weiblich? Ah, nee, ist männlich. Weiblich ist schwarz, männlich ist gelb. Ah. Den Fehler kann man machen. Ach, nein, die drei. Ne, mein Mod hat auch mal gesagt, ich habe einen Schein, Hypoteros. Nope. Weibchen. Sad. Oh, hier gibt es, ah nee, Sonnenfell. Nice. Schleckig. Schleckig. Ich schläge den Stein. Ja, ich habe mal random in Smaragd damals einen Kindwurm Shiny gefangen und wusste nicht, was es ist. Oh, andere Musik. Nicht schon wieder bei dir. Oh. Schade. Das wäre auch ein guter Fang gewesen. Ja, Alter. Was für ein Typ ist Kraudon, weißt du das? Feuer, Feuer. Ne, nur Boden. Ja, habe ich doch gesagt, Feuer, Feuer. Das ist auch so eine Frechheit, dass es nicht Feuer ist. Das ist einfach wie, wie, äh. Wie Lugia nicht Wasser ist. Glurak ist Flug, aber kein Flug ist. Andersrum. Glurak ist Flug, aber kein Drache. Äh, genau das habe ich gesagt. Es war ein Test. Oder Darkrai ist kein Geist. Oder Geratina ist kein Unlicht. Alles Lügen. Das ist leider so, aber ich, 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 ich finde es auch Lügen. Meine Rosanna killt alles hier. Ich brauche gar keinen Yu. Ja, Rosanna, einfach. Ich, ich habe dauernd die Oberhand vom Typen her. Ein Luna-Stein. Psycho-Stein. Oh. Aber auch da. Pulverschnee. Das ist so krass. Wenn du jetzt keine Drachenwut kann? Nein, ich bin schneller. Ich bin besser. Und dann so ein Raubi danach. Level 4, Krunt. War Eis gut gegen Kampf? Nee, andersrum, ne? Ähm. Hm. Ach, das war Schaleos. Schaleos ist so süß. Die Schnecke. Da haben die 3D-Spiele schon sowas cooles, weil da siehst du das dann in 3D und es hat so ganz kleine Beine, mit denen es so ganz langsam nicht sich nach vorne robbt. Wieso kann ja jeder scheiß Lehmschelle? Ja. Was soll denn das? Damit du richtig genervt bist. Schon wieder eine Tafel. War das nicht auch eine Erdtafel? Vorhin habe ich gerade zwei Erdtafeln gefunden. Jetzt brauchst du nur noch Arceus. Ja. Ein Pikachu. Okay, meine Rosanna ist inzwischen auch zu stark. 13, 14. Das ist alles zu viel. Pudersand. Dann trainiere ich mal Milotic. Oder SEPA, weil sie es entwickelt. Dat, 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 dat. Ein Macholo. Mit Rosanna wäre auch kaum, er hat kein Problem. Nee. Ja. Muss man eigentlich zuerst drankommen. Macholo, Macholo. Mit den Kiemen als Rippen. So, was hast du? Marek. Toxiquack. Okay, fängt schon mal Strom an. Oh, nach Tara. Geil. Uh. Es wäre cool, wenn da auch Shinies mit drin sein, mit drin randomized sind, also dass die Gegner welche haben können. Vielleicht ist es ja so. Kann das nicht mit einer geringen Chance dann auch sein? Ich weiß nicht, also die Standardspiele haben halt nie Shinies als Trainer. Quartel? Quartel? Quartel. Äh, Boden. Ach, das Viech. Natürlich ist es Boden. Ist es nur Feuer oder nur Boden? Ist es nur Boden? Wie immer. Boden, Boden, Boden. Oh. Ja, ist gut. Warum gehen meine Attacken daneben? Halt, was ist da oben? Was? Flottstaub. Lebensstatt. Alles Items, die ich noch nie gehört habe. Ja, Flottstaub. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich... Weiß ich nicht. Gott, 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 Gott. Quartel ist Feuer. Okay. Krebskorb. Krebskorb. Ja, die Namen, die sind ja auch... Aber weißt du warum, Krebskorb? Die Weiterentwicklung von Trassler heißt auch God of War. Nein, Gardevoir. Tut mir nicht weh. Aber weißt du, warum Krebskorb? Nee. Weil es vom Friedenskorb kommt. Mhm. Ist genauso wie Sand am Meer. Ja, das ist halt dumm, aber ja. Krunt ist Level 5. Mew, entspann dich mit deiner... Ey, meistert auch nach Tara. Nice. Aber du bist schon beim Endboss, ne? Ja, und ich bin vergiftet und hab Angst. Ja, ich muss glaube ich auch nochmal raus aus dem Turm, nicht heilen, weil... Ja, wobei ich hab noch einen Trank dabei. Vielleicht muss ich ein Fluchtseil nehmen. Wobei ich bin davon überzeugt, dass es Vergiftung einen nicht umbringt. In Gen 4. Follipurba. Nice. Follipurba ist superschön. Hm. Am Tod. Ich hätte gern so ein richtig schönes Pokémon-Blüsch. Entweder von nach Tara oder von Follipurba. Aber es gibt keine schönen, finde ich. Das Problem ist bei so komplexen... Also nach Tara nicht, aber Follipurba ist so komplex, da sieht das alles nicht so geil aus. So, was krieg ich hier für ein geiles Item? Schattenglas. Kann ich schon wieder nichts mehr anfangen. Schattenglas ist gut, denn das ist... Das boostet Unlichtattacken. Voltenzo. Das ist schnell. Ah, gut. Vergiftung tötet nicht. Sagst du auch, ne? Also soll ich den Turm rausgehen und nicht Fluchtseil benutzen? Hast du überhaupt einen Fluchtseil? Ja, ist doch genau... Achso. Oh, stimmt. Das war ja die Erdtafel. Okay, ich muss rausgehen. Randomizer. Hallo. Oh, nein. Stimmt, ich hab ja gar nicht... Ich kann gehen, ja, bei deinen Smileys hinter deinen Aussagen. Ich hab ein bisschen Angst bei deinen Aussagen, wenn du einen Smiley dahinter packst. Kannst gehen. Ich mein, ich muss, wenn ich keinen Vergifter, Entgifter habe. Dann testen wir diese Theorie jetzt mal. Ansonsten stirbt Mack, Brand und Mew. Das wär ungünstig. Ich mach extra laut, damit ihr jedes... Ganz schön rein, ey. Ich mach extra laut, damit ihr jede Gift-Animation so richtig spürt. TM70. Achso, die TMs von NPCs sind nicht gerandomized. Äh, Key-Items werden nicht gerandomized. Okay, 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 okay. Ja, das macht Sinn. Aber eine TM ist jetzt nicht wirklich ein Key-Item. Naja, Blitz schon. Also... Okay, okay, Blitz ist leicht schon. Also ich hab einen Trank. Ich kann meinen Mew ein bisschen länger am Leben halten, um es nicht herauszufordern. Kapalores hat einfach immer gute Laune hier. Kapakapa, Kapalores. Togodria, X-Angriff. Megasauger. Ich muss da jetzt durch. Oh Gott, es ist so viel Vergiftung. Die ganze Zeit. Okay, ich muss den direktesten Weg gehen. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann mit dem Gift. Ich hab's vorhin mit Tränken hochgehalten, mein Viech. Das war mir zu risky. Ah. Okay, es dauert ein bisschen. Ich kann zählen. 30. Äh. Ein Blanass. Ach so. Krunk braucht halt extrem viel EP, um hochzuleveln. Ach. Spar dir die Tränke wirklich? Okay. Wir werden unsere komplette Wut an dir auslassen, wenn's nicht stimmt. Ich glaub dir. Ich glaub dir auf jeden Fall. Also. Aber ich geh. Ich geh. Mew mit Vergiftung. Ich geh jetzt zum Pokémon Center, weil ich glaub, es reicht nicht. Ich bin jetzt glaub ich bei. Bin bei 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 5. 3. 2. 1. Zayl übersteht die Vergiftung, das Gift löst sich auf. Hoi. Ich finde, dafür verdient Grimson in deinem Chat einen Sub. Danke. Danke fürs ehrlich sein. Und nicht, weil man hätte uns jetzt sehr gut trollen können. Das wär sehr lustig gewesen, wenn wir jetzt beide unseren besten Mons verlieren. Achso, ab der 4. ist es sogar so. Das heißt, es ist genau die Gen, wo das nicht mehr so ist. Cool. So, speichern. Also wollen wir noch das 6. Pokémon fangen gehen oder jetzt einfach Arena machen? Ich muss erst mal gucken, ob ich den obersten Weißen hier schaffe. Jetzt schaffst du schon. Ja, mal gucken. Safe. Ich guck dir zu. Was hast du? Erdtafel. Sternenstück. Sternenstück. Ich glaube, das ist nur Geld. Wie er sich echt, wie er sich Nase 4 genannt hat. Ja, natürlich. Ey, Grimson hat wirklich einen Sub bekommen. Na klar. Ein Lunarstein. Der eine Trank war verschwendet. Ja, es tut mir leid, dass ich einen Trank eingesetzt habe. Aber es war so knapp. Noch drei Schritte mehr und ich hätte es geschafft. Schon wieder ein Lunarstein. Es ist interessant, wie Randomizer trotzdem dann so ähnlich sein können. Bei über 300 Pokémon zur Auswahl. Nice. Da geht doch down. Ach, der Trank von Nase war eine Verschwendung. Ich wollte halt Full Heal sein, damit nichts schief geht. Morabbel zum Beispiel. Bei Wasserattacke. Aber du bist doch voll überlevelt. Ja, weiß ich nicht. Kannst du nur Feuer? Ich kann Smog. Das ist halt richtig sch... Achso, ja. Aber ich glaube... Aber es trifft halt nie. Es trifft nie. Aber es hat, glaube ich, nur eine 80 Genauigkeit. Oder noch schlechter. Aber Morabbel ist... Ja, Boden. Ey, Smog. Okay. Ich meine, hast du auch ein anderes Mon? Aber das kann dir nichts. Der wird wahrscheinlich glutstärker sein, ne? Ach, geht natürlich daneben. Oh, Aquaklache. Wollte gerade sagen, das ist keine... Ah, easy. Aber er hat danach noch einen Mon. Das macht mehr Schaden. Stab macht so einen riesigen Unterschied. Ich glaube, er ist in 1,5 halt. Was kommt jetzt? Gengar. Oh, oh. Sengo. Okay. Das war Sengo nochmal. Einfach drauf. Ach so, das Viech. Ein cooles Mann. Oh, Level 10 ist aber schon ein bisschen heftig. Je nachdem, was es jetzt kann. Ich glaube, das kann... Wenn, dann Gift, Heap oder so. Ja, weg. Jetzt darf Glut halt nur nicht daneben gehen, ne? Easy. Easy. So, wir sind... Finte. Ist gut. Mark Brand kann Finte? Ja, klar. Ist ja Unlichtfeuer fast quasi. Ihr könnt unterhalb vom Mark noch einen Mon fangen. Ja, ja, ja. Ich weiß, wir können noch in die Höhle gehen und unterhalb des Dings. Aber egal, was wir jetzt fangen, es wird komplett unterlevelt sein. Deswegen für den Arena-Leiterkampf bringt das jetzt nichts. Wir können aber in der Höhle und auf Route 32 noch was fangen jetzt, ja. Das ist korrekt. Und in den Alphruinen, wenn wir wollen. Wenn wir ein Rätsel lösen, ja. Und das haben sie ja total vereinfacht, ne, hier. Echt, sind die einfacher? Ja, das sind nur so vier oder fünf Sachen, die du reinpuzzeln musst. Äh, buh. Also das Kabuto? Ich fand die nämlich als Kind sauschwer in Silber und Gold. Das Kabuto, was in den Ecken sogar ähnlich aussieht und so. Ja, ja. Oh, äh, schon wieder andere Musik. Okay. Crowdon. Crowdon. Let's go. Holger, die XP. Das wären wir nicht schon zu stark. Ich weiß nicht, ob ich fliehen sollte. Das hat mich letztes Mal gut fertig gemacht. Echt, aber... Level? 16 jetzt. Ja, das hat halt ein paar coole Attacken gehabt. So wie Lehmschelle zum Beispiel. Und Lehmschelle. Lehmschuss. Ja, ich... Boah. Ich muss nicht riskieren. No Risiko. Okay, mit was fange ich an? Rosanna oder Mew? Und ich will mal wieder speichern. Ne, ich fange mit was anderem an, weil ich will auch leveln dabei. Angel muss gelevelt werden. Wenn Angel, Eistrahl und... Irgendwie... Was ist die andere? Die Wasserattacke? Nassschweif oder so? Ich seh schon, ich krieg das Tank-Team jetzt. Und dann krieg ich doch wieder ein Drachen-Pokémon, das mit Drachenwut alles weg. Was? Ich seh's genau vor mir. So. Ich fang mal an. Nasslock ohne Flucht wär auch mal was. Gibt's bestimmt die Leute, die Leute, die das machen. Vogelfänger Leo. Mit einem Octillery. Gucken, was ich bekomme. Ein Crowdon, hey. Scheiße, das haut jetzt richtig rein, ne? Das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Wir machen es halt auch ein bisschen blöd, dass wir jetzt noch gleichzeitig trainieren wollen, anstatt dass wir einfach da jetzt durchrennen. Das haut jetzt richtig rein, wenn es wieder Lehmschuss kann. Alles gut. Das verringert nur extrem deine Verteidigung. Äh, Initiative? Ah, dann ist okay. Du bist eh nicht schnell. Finte? Ist das stark gegen Kraudern? Kraudern ist nur Boden. Also du hast nichts, was gut gegen Kraudern ist. Deswegen macht Glut, ja. Das schaffst du, das schaffst du. Ich meine, ich bin verwirrt. Ist auch kacke. Ja, das geht easy. Schau mal. In Gleisen im Sonnenlicht. Alles gar kein Problem. Oh. Da hat sich Kraudern selbst in den Finger geschossen oder so. Das ist halt die Fähigkeit. Das kann gar nichts dafür. Okay, ich gehe direkt wieder zurück und das Pokémon-Send. Also, komm schon. Nee, am Ende hat der Arena-Leiter drei Krauderns. Ich will ja... Das ist doch... Dada-da-da. Drei Kai-Uga. Kai-Uga, Kraudern und Requaza. Mhm. Das ist auch mal ein Leggy als Gegner. Gebt mir ein Palkia. Klaus... Klaus hat einen Methan. Ich freue mich ja schon auf... Oh, Methan. Ich freue mich ja schon auf Ducatia City. Da ist der Soundtrack so ein Banger. Jetzt ist die Frage, ob ich Rosana nehme mit Schlecker. Aber Methan könnte Stahl und dann bin ich im Orsch. Habe ich was verpasst? Der Arena-Leiter war doch schon gelegt. Ähm, also... Der ist so ein Randomizer, da werden auch die Arenen randomized. Ja. Und Warp-Randomizer. Das heißt, wenn wir in die Tür gehen, kommen wir woanders raus. Also, wir sind jetzt... Richtig, 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 richtig. Wir sind schon am Ende. Wir müssen nicht neu starten, weil ich komplett gewiped wurde. Nee, nee. Das ist so schlecht. Warum ist Geist so schlecht? Hä, Geist ist doch gut gegen Psycho. Ist Methan noch... Oh mein Gott! Volltreffer. Hä, erklärt mir das. Warum ist Geist... Warum ist Schlecker so schlecht? Methan ist doch... Ist Methan noch kein Psycho? Ist nur Metagross Psycho? Ich brauche Erklärung. Aber dann mache ich halt... Normal-Attacken gegen Stahl-Pokémon. Hilfe! Psycho-Stahl. Warum war da ein Schlecker so schlecht? Es stand nicht mal da, dass es sehr effektiv ist. Ich meine, klar, ich habe keinen Stab, aber es sollte doch wenigstens dastehen, dass es sehr effektiv ist. Ich kann das wirklich Metall klauen. Ich meine, jetzt ist egal. Weberack. Oh, er hat wieder den Baby-Seed mit Weberack. Okay. Okay, was kommt jetzt? Soll ich rausgehen und mich heilen? Ups. Soll gar keinen Smog machen. Weg mit dem Weberack. Okay. Ich glaube, ich halbe ihn nochmal. Ein Jirachi? Ein Zampter. Geil. Das hat bestimmt nicht keine guten Attacken. Aber es hat gute Stats. Wenn du das als Stade gehabt hättest, dann wäre Mew und Jirachi wäre geil gewesen. Oh, süß. Mach mal dein Auge auf. Wunschtraum? Ist das gut? Das ist, glaube ich, eine passive Attacke. Aber was tut es? Das stand nicht da, ne? Was macht Wunschtraum? Ah, easy. Das verbrannt. Das schaffst du locker. Ah, du bist schon beim Arena-Leiter. Wie hast du das jetzt so schnell gemacht? Bist du noch am Vorspulen? Sprügelst du vor? Wie bist du jetzt so schnell gewesen? Ja gut, ich rotze das halt alles weg hier. Es heilt nach ein paar Runden. Ja, es schafft es gar nicht. Weil ich so gut bin. Also nur Textboxen spule ich manchmal vor. Okay. Falk. Was hast du? Was hast du? Lillip? Okay. Kriege ich hin. Also ich habe gewonnen. Ich weiß aber nie, was Lillip für ein Typ ist. Ist das Pflanze Stein? Ja, ne? Pflanze Stein. Jetzt habe ich auch noch Platz für das Ei. Perfekt. Wir haben das so super. Wir haben so viel Erfahrung jetzt in den ersten zwei Stunden vom Spiel. Wir sind... Ich hatte noch Pipi und ich konnte noch... Ich hatte noch das Ei ausbieten können. Es wäre noch nicht alles verloren gewesen. Doch, weil du bist gewiped. Wenn man wiped, muss man das Spiel beenden. Aber ich habe doch noch Pokémon. Ja, aber du bist tot. Du bist mit deinen Pokémon gestorben. Du liegst auf dem Boden, während deine Pokémon in der Box vergammeln. Oh, der hat Abra. Was ist das denn hier? Abra. Was will das denn machen? Irgendwann kommt es noch. Ich meine, es gibt die Lembrim inzwischen. Kann Abra auf 13 immer noch nur noch teleport? teleport? Es macht nur teleport. Sehr gut. Falk, trainier deine Pokémon. Dum, 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 dum. Easy. Okay. Dann holen wir uns noch schnell das Ei und dann ist es aus, oder? Das ist doch schon halb zwei. Ich muss sagen, habe ich schon lange nicht mehr gestreamt. Tja. Aber, machen wir das weiter. Hammer Spaß. Ich habe Spaß. Okay. Ich habe auch Spaß. Meiner, Falk hat nicht aufzureden. Dum, 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 dum. Ich hätte aber auch noch mehr Spaß, wenn wir vorhin das Kaumalat nicht hätten zählen lassen. Hätte ich genauso viel Spaß immer noch. Nee, das wäre jetzt nicht legit angetrieben. Nee, jetzt ist es besser. Der Seed ist auch besser. Das ist auch cooler mit den Legis und so. Aber wir sind ein bisschen... Ja, das fühlt sich nicht legit an. Ich glaube, wir machen uns das zu einfach. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr das Level Cap. Nee, das Level Cap, das ist irgendwie komisch. Aber dann werden wir durchrennen. Ich meine, normalerweise sagt man auch noch, dass man keine Highlight-Items benutzen darf. Aber hey, beim nächsten Mal dann. Und das mit dem vereinten Chat funktioniert auch sehr gut. Das funktioniert gut, ja. Überraschend gute Funktion. Dann hast du das Ei geholt? Ja. Okay. Okay, Mr. Nase. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn wir jetzt drei Versuche gebraucht haben. Aber ich glaube, jetzt ist alles so eingestellt, wie es cool ist. Und so, wie es Spaß macht. Das Spiel wird sicher nie wieder abstürzen. Nee. Es wird auch kein Drachenhut-Knackra kommen. Never. Ich meine, jetzt sind wir... Wir sind ja gleich durch. Ist Mogelbaum auch randomized? Wahrscheinlich. Ich meine, ja. Okay, ich bin fertig. Und jetzt? Ja, ich werde jetzt was essen gehen. Ich mache auch noch ein Müsli. Essen gehen? Das ist mein Restaurant. In den Ostflügel. Der Butler hat schon bereitgestellt. Hat schon gerufen. Ich habe leider heute mein komplettes Gulasch aufgegessen, was ich noch hatte. Lord. Die Bolognese ist fertig. Ja. Nee, aber das war super funny. Das müssen wir noch durchziehen. Das müssen wir irgendwie schaffen. Vorausgesetzt, ich gehe nicht wieder drauf. Nee, nee. Ich wäre genauso wie du draufgegangen. Das war nicht so einfach die Stelle. Okay, aber funktioniert alles. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir machen das jetzt noch weiter. Termine sind wahrscheinlich nicht immer, dass es Sonntag ist. Wir gucken mal, wie es immer passt. Weil ich stream ja normalerweise nicht nachts. Als nächstes müsstest du mittags streamen für mich. Nee, das kriegen wir hin. Erklär das meinem Chef. Du schaffst das. Wir kriegen das hin. Wir machen halt. Wir sagen immer Bescheid, wann wir das machen. Aber wir ziehen das durch, bis wir so frustriert sind, dass wir aufhören. Oder schaffen. Mit Kanto. Eins von beiden. Inklusive Kanto. Okay, mein Lieber. Ich wünsche dir was. Gute Nacht. Ja, dann werfe ich dich mal hier raus und verabschiede ich mich noch von meinem Chat. Ja, ja, same, 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 same. Tschüss. Dann bis die Tage. Wir machen Termin aus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sind wir alleine? Der Chat ist noch vereint. Das geht so nicht. Dann kann man das beenden. So. Sind wir jetzt wieder alleine? Ich glaube, wir sind alleine. Okay. Wie gesagt, ich hoffe, ihr fandet das cool. Ich habe ja gesagt, es ist etwas, was ich normalerweise nicht mache. Ich mache normalerweise keine Nasslogs. Ich mache vor allem nicht Sachen mit anderen zusammen. Aber ich finde, das macht Spaß und ist ganz cool. Wer nicht alles gesehen hat, das wird auch auf YouTube und hier als Twitch-Wort natürlich zur Verfügung stehen. Und ihr könnt das nachschauen. Und das ist eine Playlist. Das ist eine Playlist auf YouTube dann. Und es war tatsächlich sehr lustig von Anfang an. Wir dürfen, ich glaube, wir dürfen nur nicht zu überlevelt sein. Sonst wird es nicht lustig. Sonst ziehen wir das hin. Sonst rennen wir jetzt durch. Wir dürfen nicht durchrennen. Mal gucken. Leute, ich bin raus. Geht schlafen. Wir sehen uns morgen wieder zu Gen 7. Was machen wir da eigentlich? Weiß ich gar nicht. Gen 7. Ach ja, wir machen Brutalanda. Wir suchen immer noch das Level 9 Brutalanda morgen. Ich musste den DS ausmachen. Tschüss. Danke fürs Dasein. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, der Chef von Nase. Sie müssen ihren Werten Angestellten leider freigeben. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Bye. Bis zum nächsten Mal.